Neuer? Geil. Wo sind Neuer? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quiz Poker. Wir pokern wieder nicht mit Spiekaten, sondern mit Chatsfragen. Und alle sind sie dabei heute. Wir wollen Pete Smeet, wir wollen Pete Smeet, wir wollen Andi, wir wollen Gerold Steiner, hab ich in der Hand, yeah. Genau, alle sind sie heute da von Pete Smeet. Peter Bram, Christian, Jay und der lange verlorene, aber was lange wird endlich gut. Sepp ist heute auch wieder am Start. Hallo. Special Guest, Alter, voll geil. Weißt du noch, wie das funktioniert? Was Twitch ist? Kennst du das noch alles hier? Ich hab ja immer mal wieder reingeguckt bei den anderen, aber es hat mir auch immer in den Finger gejuckt, aber mit LTE ist einfach mehr nicht drin. Ich bin froh, dass ich heute da bei sein kann, dass meine Kamera hier überhaupt funktioniert. Das ist bei dir nicht 5G. Bei mir gibt's Stahlbeton, das ist schon mal das Hauptproblem, oder es gibt nur 4G? Okay, bald haben wir ja 2G in Deutschland, mal gucken. Wir freuen uns, dass Sepp, dabei ist es technisch ein bisschen eine Herausforderung, mal gespannt, ob das heute Abend auch so hält, die Leitung. Und natürlich auch freue ich mich, dass ihr alle da seid im Chat und auch die Moderatorinnen und Moderatoren. Hallo, das freut mich, dass ihr jetzt schon eingeschaltet habt. Ihr seid natürlich wieder angehalten, gerne hier heute Abend mitzuraten. Ja, da freuen wir uns natürlich alle wieder. Ihr carried das ja hier so ein bisschen und wisst meistens ja auch vor den allen anderen schon, was die richtige Antwort ist. Deswegen viel Spaß auf euch. Und ihr seht, ihr seht es oben rechts in der Ecke. Dieser Stream ist heute in Kooperation mit Gerold Steiner. Ihr kennt Gerold Steiner, eine der größten Wassermarken in Deutschland. und Peter führt es sich auch schon dem Halse zu. Deswegen Oh, das wird rausgekippt, ne? Ach, guck mal hier. Alle haben Gerold Steiner da. Sehr, sehr schön. Das ist lecker. Was heißt in Kooperation mit Gerold Steiner? Wir haben heute ein paar ausgewählte Fragen, es sind nicht alle, aber ein paar ausgewählte Fragen, die quasi von Gerold Steiner beigesteuert wurden. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt heute Abend irgendwie Fragen beantworten mit wie viele Mitarbeiter hat Gerold Steiner oder was auch immer, sondern Gerold Steiner hat gesagt, nein, ein Thema liegt uns heute besonders am Herzen. Das wollen wir so ein bisschen mitbringen und euch so ein bisschen näher bringen. Hydrogencarbonat, sehr gut. Genau, das zum Beispiel. Aber auch, was ihnen besonders wichtig ist, ist Klimawandel, beziehungsweise eigentlich das, was man dagegen tun kann. Also was kann man tun, um das Ganze so ein bisschen aufzuhalten, dass uns in 100 Jahren hier nicht der Planet wegheizt. Und ein Thema ganz besonders, und zwar Aufforstung. Das heißt, es werden heute Abend ein paar Fragen sein, wo wir euer Wissen zum Thema Aufforstung oder auch generell dieses Themengebiet Klimawandel mal so ein bisschen aufarbeiten und mal gucken, ob ihr davon Ahnung habt. Also das wird sehr interessant. Da ist ja hier Sebastian und Christian sind ja die klaren Favoriten. Die haben sich nämlich alles schon erklären lassen von so einem cleveren Förster. Gibt es auch Videos? Felix. Felix schiebt dann alles von sich. Ja, ja, ja. Felix, was er gesagt hat, der hat gesagt, Leute, lass uns einen Fachmann machen. Ihr habt sowieso keine Ahnung. Felix von Jagdmomente und wir waren im, ich will immer Zauberwald sagen, aber der heißt Zukunftswald von Gerald Steiner und da wurden Bäume gepflanzt. Und da wurde uns erklärt, du kannst hier einfach in den Wald gehen, Loch graben, setzt den rein, Loch zu, fertig. Das geht nicht. Das darfst du auch gar nicht. Genau. Genau, das darfst du gar nicht. Gerald Steiner hat Chat auf TikTok gesehen, die Videos. Ich habe die auf einer Webseite gesehen, wo man Bäume pflanzen kann. Ja, zum Beispiel. Was werden die auch alle tun? Genau, Bäume pflanzen. Es gibt ja viele Firmen, die das sagen. Hier, wir pflanzen nochmal Bäume, wenn ihr das und das kauft oder hier das und das spendet. Aber es ist eben, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Und Gerald Steiner hat sich damit beschäftigt und will dieses Wissen jetzt quasi auch mit euch teilen. Und deswegen sind wir heute Abend hier. Aber nicht nur deswegen, sondern wir wollen natürlich auch euch ein bisschen failen sehen. das, also zum Beispiel, Sepp hat sich jetzt ja ein Haus gebaut. Und ich sage mal so viel, also wenn er beim letzten Mal weitergekommen wäre als Frage drei, glaube ich, hätte es vielleicht noch für ein weiteres Stockwerk gereicht. Also mal sehen, ob du das heute Abend nochmal toppen kannst. Also ich bin gespannt. Also Themenauswahl ist wieder vielfältig. Und ihr seid hoffentlich vorbereitet. Nein, wie denn? Wie sollen sie uns denn vorbereiten? Ja, allgemeinwissen. Ja, allgemein. Das hast du dir vorher nicht die Fragen. Haben wir doch alle bekommen, oder? Ja, machen wir wieder Peter-Prank. Wir wollten ja Jules fragen, ob der Bock hat mitzuspielen, aber dann ist uns aufgefallen, so der hat die Fragen mit vorbereitet. Da haben wir gesagt, nee, und er meinte so, ja, habe ich eh alles vergeißen. Ja. Da war doch wieder Sepp da von seiner Baustelle gezerrt. Das fühlt mir einen Rücken und meine Knie sowieso besser. Ja, sehr gut. Ja, also, lieber Chat, ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Also die Jungs werden euch gar nicht mehr sehen können, zumindest nicht in den Chatsrunden, aber ich werde euch natürlich die ganze Zeit lesen und auch ein bisschen auf euch eingehen. Also ihr seid nicht alleine, ihr werdet nicht alleine gelassen. Würden wir dich heute eigentlich Mark Förster nennen? Wann hast du dir den überlegt, Jay, gerade oder schon länger? Ich glaube, Jay ist ein Improvisationstalent. Also sowas. Also dann Respekt, dann hier. Also das kommt einfach immer von ganz unten, glaube ich. Ich gebe doch nicht meine geheimen Tipps hier preis, wo ich hier meine Witze herhole. Oder hat Frau Eieruhr gerade mal von der Seite gezwitschert? Ja, die reicht mir die Witze immer ein. Aber Andi, klüpf uns schnell, dass du bei der nächsten Staffel Wer steht mir die Show von Joko Winterstadt dabei bist. Herzlichen Glückwunsch. Ja, hat mich auch gefreut. Der habe ich auch als Vorgestern erfahren, dass ich dabei bin, aber cool. Sehr schön. Also, ihr seid bereit. Ein Mark Förster. Sehr gut. Der Chat ist auch bereit, denke ich mal. Dasselbe. Dann würde ich sagen, warten wir gar nicht länger und gehen zur ersten Frage des Abends über. Falls ihr noch nie Quiz Poker gesehen habt, das ist eigentlich im Prinzip Poker. Wir spielen Texas Hold'em, wir haben aber keine Karten, sondern es werden Schätzfragen gestellt. Die Schätzungen sind quasi die Handkarten und die Karten, die auf den Tisch gelegt werden, in die Mitte, die Community-Karten. Das sind quasi Hinweise. Zwei Stück an der Zahl. Wer am Ende am nächsten dran ist, gewinnt den Pott. Und wer am Ende des Abends das gesamte Geld gesammelt hat, hat den Abend gewonnen. Relativ simpel. Falls ihr keinen Poker kennt, ihr werdet es verstehen in den ersten ein, zwei Runden. Falls ihr Poker schon kennt, dann habt ihr natürlich hier einen Vorteil. Also ... Oder ist es weg? Das ... Hatte ich einen Vorteil? Krass. Ja. Gehen wir ... Cindy darfst du vorsachen. Oh, jetzt sehe ich euch nicht mehr. Ja. Chat ist jetzt leider für euch weg und wir gehen zur ersten Frage des heutigen Abends. Und diese Frage lautet folgendermaßen. Mit welcher Geschwindigkeit dreht sich denn die Erde am Äquator um die eigene Achse? Und die Einheit ist Kilometer pro Stunde. Das ist bitter. Ich habe tatsächlich vor ein paar Tagen noch gesehen, warum der europäische ... Ja, auf Netflix. Ja, auf Netflix. Nicht auf Netflix. Warum der europäische Weltraumbahnhof in Französisch-Guinea steht. Und da sagten die, ja, umso näher am Äquator, umso besser. Und da stand dann auch, wie schnell der ist. Also haben die dann gesagt ... Also wenn man am Äquator steht, dann bewegt man sich dann auch in dieser Geschwindigkeit, richtig? Das steht überhaupt nicht. Sozusagen, genau, ja. Also genau. Also man fährt halt in die andere Richtung. Aber wenn man einfach nur da steht, auf dem Äquator, dann heißt ... Mein erster Gedanke wäre jetzt viel zu hoch gewesen, weil die Geschwindigkeit, die ich mir überlegt habe, die würde man ja voll krass merken. Wobei, du hast ja die Erde ... Wenn du allerdings am Äquator, wenn du da fliegst, mit genau der richtigen Geschwindigkeit, würdest du immer auf einer ... Also dann ... Also mitfliegst, dann bleibst du immer auf einer Stelle. Warte, wann dreht sich die Erde überhaupt? Warte, wann dreht sich die Erde überhaupt? Wieso, ist doch bescheinbar. Ist dann die Erde, wenn ich wieder lande, ein Stückchen weiter schon. Ja, bestimmt, Peter. Dann bist du aber immer in Frankreich. Also wenn du hoch genug springen würdest, dann vielleicht. Oh Gott, jetzt schon Lost, habe ich im Chat eben gelesen. Ich freue mich jetzt schon auf die Tipps. Ich bin mal sehr gespannt. Ich habe ja legit überhaupt gar keine Ahnung. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, wie man vernünftig Laminat verlegt, ja, da wäre ich jetzt into it. Aber wenn du immer hüpfst, dann ... Das hat sein Vorteil. Ja, also es ist ... Wir starten jetzt nicht gerade einfach. Seppner ist noch am überlegen. Ja, nee, ich überlege überhaupt. Weißt du, ich gucke das an und ... Also ich habe noch rausgeguckt, weißt du, habe den Daumen hingehalten und habe mir gedacht, Mensch, die Wolke geht aber schnell vorbei. Es ist ja auch immer am Äquator, es ist ja auch immer am stürmischsten. Wenn der Windzug dann da kommt und die Bewegung der Achse ist und so weiter, dann sind das ja immer so ein paar Kilometer pro Stunde an Wind. Ich muss dir sagen, ich war noch nie am Äquator. Heißt in der Arktis beispielsweise Windstill? Peter, warst du nicht schon am Äquator? In der Arktis. War ich? Weiß ich nicht. Wie fragt dich das? Vielleicht. Ich habe schon so viel erlebt. Weißt du denn, wo der Äquator ... Weißt du überhaupt, was der Äquator ist, Peter? Ja. Der ist wie mein Gürtel quasi. Das ist der Gürtel, genau. Das ist doch ein Schnaps, oder? Ja. Das ist das Schwarze beim Pokéball, was außen rum geht. Also, wir haben einen Smallblind, den hat Peter gesetzt, 100. Bram setzt den Bigblind, das ist immer das Doppelte. Ich muss den Smallblind, das bei der Frage. Genau, und deswegen ist Christian jetzt der Erste. Er kann das Ganze callen, also die 200 mitgehen. Er kann erhöhen, er kann aber auch rausgehen. Das wäre jetzt ... Und Christian callt das. Wenn ihr checken wollt, sagt ihr mir das einfach. Macht natürlich jetzt gerade keinen Sinn. Äh, doch. Bram kann checken. Ja, Bram kann checken. Ich bin so daneben, ich bin auch direkt raus. Das muss man doch wissen, das ist doch absolutes Allgemeinwissen. Also, ich hab jetzt gerade mal zwei Sekunden darüber nachgedacht, und dann, was ich geschrieben habe, ist absoluter Bullshit. Okay, also, Sepp ist raus, Peter auch raus. Ich klicke, weil ich checken kann. Alles klar, Bram checkt, das heißt, Bram, Christian und Jay sind noch dabei, 700 sind im Pott, das ist jetzt noch gar nicht so viel. Und wir gehen zum ersten Hinweis. Ja, der erste Hinweis lautet folgendermaßen. Der Umfang der Erde beträgt am Äquator 40.075 Kilometer. Ich sag ja, ich bin sehr nah dran. Cool, das hätte man ... Also, das hätte ich gewusst, wenn ich jetzt nicht die Frage stellen kann. Hab ich mich vertan. Was sagt einem das denn? Ja, damit kannst du es jetzt ... Ja, du kannst jetzt rechnen, wie schnell sich das dreht. Hä, wieso? Oh, du kannst es ausrechnen. Naja, du weißt ja ... Naja, wie lange dauert ein Tag, Peter? Oh ... Taschenrechner dürfte man nicht nehmen, was? Nee. Ach, nicht? Handyrechner? Dann bin ich raus, dann musst du mich rausnehmen. Ich hab den Taschenrechner benutzt. Okay, dann würde ich sagen, ist okay. Dann dürft ihr alle den Taschenrechner benutzen noch. Weil ... Aha! Ja, aber ich kann ja jetzt nicht mehr hinfahren. Du hast jemals kapoten, als ob wir jemals ohne Taschenrechner gespielt haben. Ja, wir haben ja ohne Taschenrechner gemacht, Jay. Ja, wie gesagt, dann nehm ich raus. Das ist ja kein Problem. Ich geh einfach folden. Okay. Dann ... Das ist ja ... Da will ich ja nicht schieben. Das hat sich im Taschenrechner raus. 40.000 ... Also, da ist jetzt auch ... Kopf geschnitten. Ja, ich hab eh eine falsche Zahl genommen. Achso. Ich dachte, der Umfang der Erde ist 56.000 Kilometer. Guck mal Discord, wenn ihr mir in meine schönen Augen gucken wollt. Ja, sehr gerne. Ich kann leider nicht, aber ich komm gerne Discord. Äh, nee, ich checke. Okay. Christian checkt. Brammen könnte jetzt auch checken oder erhöhen. Ich check auch. Alles klar, Brammen checkt auch. Brammen und Christian sind noch drin. Und habt ihr das geklärt mit Discord, dass ihr euch gegenseitig sehen könnt? Ja. Alles klar. Dann gehen wir jetzt zum nächsten Hinweis, zum zweiten Hinweis. Würde man direkt auf dem Äquator stehen, würde man sich mit einer Geschwindigkeit von 464 Metern pro Sekunde bewegen? Wait, wie lost bin ich? Ist das jetzt nicht quasi die Antwort, nur dass man noch in KMH umrechnen muss? Ja, Peter. Können Sie mal an. Wir fangen ja langsam an. Okay. Gut, ich bin sehr weit weg gewesen. Gut, dass ich gefoultet hab. Ja, Peter. Same. Boah, 464 Meter pro Sekunde, das musst du jetzt dann durch 1000 rechnen, ne? Das heißt, 0,4 Kilometer pro Sekunde, oder? Ja. Und das mal 60. 0,4 mal 60 sind... Ich dachte, Jay war raus. Ja, voll die Tipps, ja. Ach, ich darf doch... Darf man nicht reden, wenn man rauskommt? Ja, klar. Ich darf doch ein bisschen hier Mathe mit Jay machen, oder nicht? Mathe, Mann. Ey, du, auf jeden Fall. 0,4. Ich check einfach mal. Hier sind dann 2400. Ich hab zu viel geredet, ich bin hart davon weg. Christian könnte jetzt auch checken oder erhöhen oder rausgehen. Nee, das sind 24 Kilometer pro Stunde. Nee. Hä? Ach nee, man rechnet ja nicht mal 60, das sind ja die Sekunde. Man muss ja doch die Minute mit rechnen. Mal 60, mal 60, oder? Ja, 3600. Das ist ja klasse, wenn Jay durchgehend irgendwelche Zahlen in den Raum schmeißt, aber selber mit dem Taschenrechner quasi betrogen hat. Ich bin ja auch rausgegangen deswegen, hab 200 dafür bezahlt. Ja, komm, die Kornig. Alles klar, voll. 1500 sind im Pot, Bram und Christian sind noch drin, wir decken jetzt die Antwort auf, danach gibt es aber nochmal eine Setzrunde. Also, nicht vergessen. Die Antwort, die Erde bewegt sich am Äquator um die eigene Achse mit 1673 Kilometern pro Stunde. Und Bram ist dran. Ich hab einen kurzen Blick so auf Christian geworfen, weil er denn so, ob der eine Gesichtsreaktion oder so hatte dabei. Aber der hat mehr oder weniger nur an der Flasche genommen, okay, da ist das Ergebnis kam. Auch hier ist Gerolstein heute Abend, Christian Freund. Alles klar, jetzt könnte Christian auch checken oder erhöhen oder rausgehen, wie immer. Hä? Why the fuck do you check? Jay ist noch am Rechnen, glaube ich. Das müssen wir, ihr müsst mir gleich mal kurz was erklären. Also, im Chat habe ich schon viele Rechnungsansätze gesehen, wie man sich das ausrechnen könnte. Zumindest aus Hinweis 1, aus Hinweis 2 kann man es dann relativ einfach ausrechnen. Eigentlich, wenn man es weiß. Oh, das ist richtig, Andi, ja. Ja, die Mucke ist richtig spannend. Oh, Bram geht raus. Bram foldet sogar. Bram hat richtig daneben gekackt. Das bedeutet, wir decken. Jetzt ist es Christian. Oder Christian, möchtest du aufdecken? Christian hat es 2. Ja, mich würde halt interessieren, wer was hat er. Das können die Jungs selber entscheiden, ob sie es sagen wollen. Ja, kannst du aufdecken. Okay, also, Christians Schätzung waren 1000 kmh. Und da er der Einzige ist, der noch drin ist, kriegt er natürlich auch den gesamten Pott. Also, ich habe das halt gerechnet, den Erdumfang durch 24, weil jeder Tag halt 24 Stunden geht. Aber laut meines Cheetah-Rechners bin ich bei 1669 kmh und nicht diesen 1773. Jetzt ist die Frage, warum gehen wir denn dann 3 Kilometer oder 4 Kilometer langsamer? Weiß ich, die Erde... Ein Rundungsfehler wahrscheinlich. Aber die Erde dreht sich auch nicht exakt in 24 Stunden um die eigene Achse, sondern ich glaube nur in 23 Stunden, 59 Minuten und... Ja, aber wie wird das wieder ausgeglichen? Ob die Windräder alle an sind, J, die geben dann nochmal ein bisschen Speed oder nehmen sie raus. Aber wie wird das denn wieder ausgeglichen? Durch einen Schalttag, alle 4 Jahre. Ach, Schaltjahre gewinnt, ja, stimmt. Ah, ja, Schaltjahre ist das Ding, ist das Geheimnis. Ja, da habe ich nicht mehr dran gedacht, dass es das hier gibt. Ja. Schalt-J, ja. Ja, danke, guck mal, siehste, da habe ich wieder heute was gelernt. Sehr schön. Ja, also wenn das so weitergeht heute, das wird ein interessanter Abend. Ja, also ihr habt das Meme gesehen, was ich gemacht habe, ne? Vor allem Peter. Ja, ich habe 10 kmh getippt. Ich hoffe, damit gehe ich schon. 10 kmh? Alter Peter, what the fuck? Ich habe doch keine Ahnung. Mit 230 dachte ich schon, das kann man doch durchrechnen. Ja, aber das ergibt mir überhaupt kein... Es gab für mich überhaupt keinen Sinn, dass man so schnell ist, wenn man da steht. Ja. Ja, also relativ zu Erde bist du ja 0 kmh schnell. Ja, ja. Du wirkst ja genauso schnell. Mich würde interessieren, was passiert, wenn plötzlich... Das ist ja voll die Schwungmasse, das ist voll krass. Was würde passieren, wenn plötzlich die Gravitation komplett aussetzen würde? Dann musst du schnell rennen. Oder stell dir mal vor, die Erde dreht sich auf einmal in die andere Richtung, dann hast du plötzlich Vollbremsung von 1600 kmh auf 0. Das wäre der Shit. Das wäre schon krass. Keine neuen Verschwörungstheorien hier aufmachen. Danke an General Craft, hatte ich für 50 Euro Donation. Ich glaube, die Erde dreht sich links rum. Übrigens hier einmal nochmal kurz erwähnen, wird auch oben links eingeblendet. Aber das kann man ja auch nochmal erwähnen. Anyway, lieber Chat, nicht die Antworten spoilern im Chat, weil jetzt sehen wir euch ja wieder. Zwischen den Runden sehen wir euch da. Bitte nicht schreiben, was wer getippt hat. Die Mots sind auf 30 Minuten. Ansonsten wäre das 21-Stunden-Bahn direkt. Also es kann ja jeder sagen, was er getippt hat, wenn er möchte, aber genau. Wer nicht möchte, soll das geheim bleiben. Genau, ihr seht auch die Einblendung, lieber Chat. Bitte keine Schätzung. Wenn ich dann am Äquator die ganzen Windräder hinsch... Nein, Quatsch, war ein Spaß. Bin ich denn auf... War ein Spaß, ich weiß, dass das nicht geht. Wir müssen nur so hochbauen, Bram, dass die bis ins All ragen. Ja, aber im All hast du ja dann keinen Widerstand, der dafür sorgt, dass ich drehe. Dann machst du da ein Segel hin und dann kannst du den ganzen... Ich weiß nicht, es gibt ja auch keinen Windrafen, schade. Aber dann bremst du ja die eine wieder aus. Gibt so eine Zahl mit 56.000 Kilometern oder sowas? Irgendwie hatte ich sowas im Kopf gehabt. Deswegen, ich habe halt statt von 40.000 mit 56.000 Kilometer gerechnet. Gibt's sowas? Wen ist der Gesang in der Nähe? Ja, na klar. Na klar. Na klar. Sehr schön. Also, das war die erste Frage des heutigen Abends. Christian hat die für sich entscheiden können, aber auch natürlich, weil alle vorher rausgegangen sind. Das war noch relativ einfach. Wir steigern uns langsam. Am Anfang sind alle immer so schreckhaft, weißt du? Deswegen am Anfang sind wir wegzunehmen. Genau. Okay, jetzt gehe ich all in. Das ändert sich dann leider spätestens. Ich muss jetzt all in gehen, sonst bin ich weitergekommen als beim letzten Mal. Das geht nicht. Ja, das wäre zu viel verlangt. Also, ihr seid bereit für die nächste Frage? Klar. Sehr schön. Ich will doch kurz den Link da abtippen. Die nächste Frage, die ist gleich einmal in Kooperation mit unserem Partner. Ihr werdet das gleich sehen. Wir nähern uns dem Thema Aufforstung langsam an. Es geht jetzt erstmal nur um Geroldsteiner. Die Frage lautet folgendermaßen. Geroldsteiner ist absatz- und umsatzstärkster Anbieter bei Glas sowie PET-Mehrweg. Bei wie viel Prozent lag der Mehrweganteil im Jahr 2020? Also, anders formuliert, wie viele Mehrwegprodukte. Also, inklusive auch Bier und Coke und Schießmichtod? Das, was Geroldsteiner anbietet. Alles, was Geroldsteiner anbietet. Ja, ja. Hä? Ja, man hätte darauf schließen können, ob der zweite Satz, der bezieht sich auch immer noch auf Geroldsteiner. Genau. Und nicht auf generell. Genau. Der bezieht sich auf Geroldsteiner und nicht auf den Markt. Im Allgemeinen. Der guckt immer noch so, als hätte das nicht verstanden. Ich hab's wirklich nicht verstanden. Okay, pass auf. Von all den Produkten, die Geroldsteiner anbietet, wie viel Prozent sind davon Glas oder PET-Mehrweg? Okay. Alles klar. Die Einheit in den Mehrweg. Die Einheit ist natürlich wichtig, die Erde. Keine Ahnung. Prozent, das heißt, alles über 100 wäre wahrscheinlich falsch. Aber heißt nicht, dass man dann nicht nah dran ist. Wer weiß es? Das ist jetzt natürlich eine Frage, das ist schwierig, das zu Allgemeinwissen zu zählen. Aber darum geht's ja hier auch gar nicht. Sondern es geht ja um gute Schätzen. Ich weiß, dass... Was haben die denn noch? Was? Was haben die denn noch? Vielleicht ist das ja auch 100 Prozent. Kräuterwasser, Peter, haben die noch. Hä? Der Mehrweg-Anteil kann halt in 100 Prozent sein. Also Glas ist nicht Mehrweg. Ich dachte, Glas ist ja auch ein Mehrweg. Da steht doch Glas sowie, Peter. Ja, Glas, Mehrweg sowie P-E-T, oder? Ist Glas nicht auch ein Mehrweg? Ist das eine Mehrweg-Flasche von Christian da hat? Nee, oder? Da steht ja drauf. Was wäre denn dann der Einweg-Anteil? Ja, guck mal, dann ist da Einweg-Flasche. Ich hab Einweg-P-E-T. Ja. Seht doch drauf. Es gibt Einweg-Anteil. Einweg-Anteil. Einweg-Anteil-Prozent. Da ist richtig. Da ist ein Big-Brain-Move. Halb 99. Nee, warte. Boah, Alter, was ist das denn? Was tippt man denn da jetzt? Mach mal. Mach zwei. Zwei-stellige, ohne frechstellige zwei. Euch werden bitte 69 oder 17 tippen. Nehmen wir mal das. Alles klar. Alle haben ihre Schätzungen abgegeben, lieber Chad. Ihr seht es. Und Jay ist der Erste und callt direkt den Big-Brain. Hab ich ohne Taschenrechner ausgerechnet. Sehr schön. Ja. Nice. Ach, ich ... Call hat ... Das seh ich. Andi, ich möchte sagen, ich calle das ebenfalls. Ja, habt ihr das gesehen, lieber Chad. Musst du gar nicht sagen, dann musst du doch einfach nur drücken, oder? Ja, ich möchte aber noch mal extra darauf hinweisen. Weil hier hat Peter ja auch was raus. Von 1 bis 100 zu treffen. Oder von 0 bis 100. Das ist mehr als bei der Frage davor. Ich hab den Big-Brain. Du hast den Big-Brain, genau. Hättest du mal eigentlich eine Kommazahl nehmen dürfen? Verchecken, Alter. Nee, ging nicht. Hab ich probiert. Hab ich nicht mehr dran gedacht? Komma und Punkt ging beides nicht. Ich wusste nicht, ob es vielleicht das amerikanische Format ist. Hab ich mitgedacht. Sehr schön. Okay, also alle haben gesetzt und Bram ist raus und wir kommen zum ersten Hinweis. Der Mehrweganteil im gesamten Wassermarkt liegt bei etwa 30 Prozent. Was? Aha. Das muss ja nichts heißen. Weniger als ich dachte. Als ob es bei Peter wirklich eine Call-Animation gibt. Peter ist komplett strukturiert von dieser Aussage. Peter ist durch. Was? Ich glaub, das sagt nix aus. Aber ich bin dran. Ja. Ah, Leute. Ah, pass auf. Der rote Kasten, den Leute normalerweise um sich haben, um anzuzeigen, dass die dran sind. Die sind bei den anderen immer um die anderen drum. Bei mir ist, also wenn du selber dran bist, ist der aber um dein ganzes Fenster und das hab ich nicht geachtet. Ja. Das ist halt nur so mini-breit. Kasten. Äh, ja, Andi, aber ich check einfach. Alles klar. Jay leuchtet jetzt auch rot. Check. Wir können ja. Alles klar. Ach komm, was soll die Scheiße, Junge? Ich bin nicht gerade dabei, Peter. Wer weiß das auch? Peter müsste jetzt bei einem Race mitgehen. Hat sich Wahrheit in G-Rollstein, Peter? Ja, haben die denn das gesagt da? Nein. Aber Sepp hat sich vielleicht nochmal mit dem Dude unterhalten. Ich hab mich mit ganz vielen Dudes unterhalten. Und den Bäumen. Ich find das sehr gut. Und den Bäumen. Ich hoffe, das Nein hat Peter dazu gebracht, mitzugehen. Da muss ich das nicht machen und kann jetzt folgen. Warte. Ja, schön. Aber war das Schneiden denn gelogen? Nein. War das gelogen? Christian weiß es nur nicht. Nein. Also wir haben uns nicht über Mehrweg und Einwegflaschen unterhalten, sondern da ging es um Bäume. Aber um das große Lager in G-Rollstein, was komplett abgesoffen ist. Ja, okay. Das ist natürlich... Ah, gut. Sepp, wir sind jetzt gerade dran. Ich seh keine roten Ecken. Alle sind durch. Alle haben ihre Setzungen gemacht. Genau. Setzung. Wie sagt man das denn auf Deutsch? Der hat einfach silent auf Freudrück gedrückt. Ohne was zu sagen. Ja, was soll ich denn da... 30 ist eh komplett was anderes. Das ist wieder so ein absoluter Tolltipp von Herrn Förster. Ja, also Peter, Sepp und Jay sind noch drin. Der Import sind 1500 und wir kommen zum zweiten Hinweis. Also ich habe daraus mitgenommen aus dem ersten Hinweis, dass ich mit 69 viel zu hoch wäre wahrscheinlich. Schauen wir mal. Der zweite Hinweis. Klar. Für ein konstruktives Misstrauensvotum benötigt man in Deutschland prozentual ebenso viele Stimmen. Und Jay ist dran. Das belastend. Das belastend. Das konstruktive Misstrauensvotum. Ich habe ein destruktives Misstrauensvotum. Das ist halt mit Maschinengewehren. Behandelt es sich dabei um die absolute Mehrheit? Also würde es 51% sein, oder? Echt? Das wäre zwei Drittel gewesen. Ist es zwei Drittel Mehrheit? Weiß ich nicht. Das ist eine gute Frage. Ich checke. Alles klar. Sepp. Ah, guck mal, der macht gar nichts, außer nochmal hier. Peter, du bist doch unser... Ach, komm, ey. Kannst du das nicht rausgeben, Peter. Ja, also ich glaube, ich bin nicht in der Nähe von den Stimmen, die man nötigt. Ich glaube, Sepp ist bei 30% oder sowas. Der hat bei 30% geraced. Sepp ist wahrscheinlich unter 50. Das ist aber blöd, ey. Auf jeden Fall unter 50, Jayme. Wenn das wirklich zwei Drittel ist, hätte ich ja noch drinbleiben müssen. Kurzer Tipp, Jonathan. Der Mehrweganteil ist deshalb so gering in dem Markt, weil die ganzen Leute beim Aldi und Lidl und so die ganzen Einweg-PET-Flaschen da die 10-Cent-Wasserflaschen kaufen. Weißt du? Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen bin ich ja auch noch drin, Sebastian. Ja, ja. Aber ich wollte das nur kurz erwörtern, damit du jetzt rausgehst. Wenn das so viel höher ist, verstehe ich aber diesen ersten Hinweis nicht. Der ist ja dann eher sehr misleading. Habe ich doch gesagt. Das ist dann, was Jay prediktet hat. Und ich habe dann auch prediktet. Ja, aber das ist ja dann im Endeffekt confirmed worden. Und dann finde ich, sind die Hinweise ja irgendwie keine Hinweise. Ja. Ach so. Scherste Hinweis. Gerot Steiner ist ja immerhin unser Partner. Also wenn die jetzt nur 15% hätten, hätte ich den Hinweis wahrscheinlich nicht mit reingenommen. Nur mal so. Das ist absolut gereicht. Alter, Andi erwartet von uns voll das Metergegen. Ja. Also. Sepp und Jayme. Wir haben ja noch nicht gelernt, ob Mehrweg oder Einweg besser ist. Das bringt uns Andi gleich bei. Als ob Einweg besser ist als Mehrweg. Natürlich nicht. Aber ich wollte es nur nochmal schon mal fragen. Sepp und Jay, um das jetzt mal hier auszuformulieren, sind noch drin. Jetzt gibt es die Antwort, aber dann gibt es natürlich noch eine weitere Setzrunde. Die Antwort sind, große Überraschung, 67%. Das ist okay. Und Jay darf hier die letzte Setzrunde beginnen. Hattest du 69, Christian? Wirklich? Jetzt zwar. Scheiß, Alter. Aber gut, dass ich rausgegangen bin. Naja. Wobei, mal gucken, was die beiden... Kann man ja im Vorhinein auch nicht wissen, Peter. Lassen wir mal Sepp mal setzen. Mal gucken, was er macht. Er hat ja die ganze Zeit immer wieder angesetzt. Und sich dann darüber aufregend. Ist ja auch ungeblützelt. Lassen wir mal Sepp den Vortritt. Sepp erhöht von 500. Hast du 69 oder hast du nicht 69? Ja, das ist jetzt die große Frage. Was hast du denn? Hast du 17? Ja, nee. Ich frag mich, ob wir uns da teilen oder ob wir dann doch wieder was Näheres hast. Weiß ich natürlich auch nicht, Jonathan. Oder bin ich gespannt. Hast du einen mehr oder einen weniger gemacht? Wenn du 69 hast, Jonathan. Nee, 69 hab ich natürlich nicht. Ich glaube, wir waren auch eine 7 in der Zahl. Ja, weiß ich nicht. Sepp die 69 vielleicht? Das kann sein, dass Sepp die 69 macht. Aber vielleicht hat er auch einfach gedacht, ich mach die 68 oder die 71. Um halt die 69 rauszudingsen. Ja, vielleicht hab ich das ja auch. Ja, weil 69 und 17 unsere Standardzahlen sind. Oder 4,20. Aber 4,20 konnte Bram nicht tippen. Also. 2,900 sind im Pott. Jay und Sepp sind noch drin. Sepp ist der Letzte, der erhöht hat. Ah, ich wollte wissen, was Sepp hat. Das heißt, wir decken zuerst. Wie du glaubst nicht, dass du das gewinnst? Du hast gecallt. Ja, aber warum denn nicht? Ist doch cool. Bisschen callen, schmoll sei immer. Ey, ich hab definitiv die schlechte Rat. Ich call. Ey, das weiß ich ja nicht, was er getippt hat. Ich, keine Ahnung. Er hat halt angefangen, bei 30% mitzutippen. Deswegen kann ich mir vielleicht vorstellen, dass er halt gar nicht die 50% hatte. Ja, vielleicht haben wir ja nicht die 50%. Dann habt ihr voll über den Tisch gezogen. Ja, deswegen bin ich gespannt, was du hast. Nein. 67% sind die richtige Antwort. Sepp sagt 69%. J sagt 57%. Das bedeutet... Wieso haben denn alle die 69% getippt? Haben wir ja gar nicht alle. Du hast es doch selber prediktet. Ja, hab ich, aber ich wusste nicht, dass Sepp auch die 69% hat. Warum hast du denn gar nicht die 69% auch genommen? Ja, weil ich das nicht wollte. Ich wollte ja... Ich hab mir überlegt, wie das... Mit mehr Weg und Einweg. Und ich hab mir gedacht... Früher hatten wir... Früher hatten wir, als ich bei meinen Eltern auch gewohnt hatte, hatten wir immer die Glasflaschen von Geroj Steiner. Und die sind dann halt irgendwann zu diesem Hartplastik geworden. Und ich kenn Geroj Steiner eigentlich nur als mit diesem Hartplastikflaschen. Oder Glasflaschen. Oder Glasflaschen, richtig. Aber die Glasflaschen sind ja quasi ziemlich verschwunden. Hattest du eigentlich auch eine Meme-Antwort? Oder hattest du keine Meme-Antwort? Hallo? Hast du mit dem geredet? Hast du mit Bram geredet, oder? Ja, ja, ich hab mir den da gerade. Ich hab dir nicht zugehört. Ja, wow! Hast du mal mit in Stoku geguckt, oder was? Ja, ich hab den Chat gelesen. Ich hab dich gefragt, ob du eine Meme-Antwort hattest, oder was? Nee, ich hatte keine Meme-Antwort. Ich hab mir was gedacht. War auch gar nicht schlecht. Aber er hätte trotzdem noch 1% verloren. Oh, da stand gerade, der Misstrauensvotumstipp wäre falsch. Was ist denn das Misstrauensvotum, der konstruktive Misstrauensvotum? Ist das so? Ja, dann würde ich ja sagen, müsste das leider annulliert werden, ja alles. Weil da wäre ich ja gar nicht mehr von 51% ausgegangen. Das hast du eine Rückspulfunktion angebrochen. Beim konstruktiven Misstrauensvotum. Sonst wäre ich ja gar nicht so weit mitgegangen. Ach, ehrlich, ey. Endlich. Hat doch lange gedauert bis zum ersten Gate. Also ich finde, das hat langsam schon Tradition. Ja, das ist ja immer so. Das ist völlig okay. Zwei Drittel ist richtig. Wir lassen uns hier, ich hab gelernt, man soll sich vom Chat nicht verirren. Nein, das ist okay. Selbstverständlich war alles richtig. Sehr schön. Laut Wikipedia konstruktives Misstrauensvotum. Zweitensvotum. Sehr schön. Wurde das bei Schröder damals angewendet? Oder war das ein anderes Misstrauensvotum? Ja, der hat doch verloren einfach nur gegen Merkel, oder? Nee, der hat doch, deswegen gab's doch Neuwahlen, oder nicht? Der hat die, äh, ich weiß es nicht mehr. Genau, der hat diese Frage gestellt da, wie er auch immer nochmal heißt. Genau. Ist jetzt auch nicht Thema. Ist heute Mittwoch? Alles gut? Sag das nur im Bundestag, ist heute Mittwoch. Vertrauensfrage, genau. Ja, die Vertrauensfrage ist natürlich was anderes als ein Misstrauensvotum. Ja, ja, ja. Genau. Also, ähm, 2900 war der Pott, Sepp hat den geholt, damit, äh, führt Sepp aktuell mit 11.800, äh, aber es sind ja bisher nur zwei Fragen gespielt worden, also ist noch alles offen, ähm, und wir gehen zur dritten Frage des heutigen Abends, und, äh, da bin ich, äh, ganz besonders gespannt, ob ihr das wisst, äh, denn die Frage lautet folgendermaßen. Wie groß ist denn der Abstand zwischen den Innenkanten der Pfosten eines Fußballtores bei professionellen Spielen, und zwar in Zentimetern? Ja, also, da gibt's ja unterschiedliche Torgrößen, aber es gibt was Standardisiertes, was es bei professionellen Spielen, ähm, quasi die Pflicht ist, und da der Abstand der Innenkanten der Pfosten in Zentimetern. Ähm, ich hab früher so ein Tippkick Fußballding gehabt. Achso, das ist noch relevant. Was? Also, wird die Außenseite der Pfosten gerechnet, oder von der Innenseite der Pfosten? Innenkanten der Pfosten. Achso, Innenkanten. In der Mitte. Natürlich sollte man die Frage mal richtig lesen, aber ich hab's wieder abgeschaltet. Ich hab's nur nach, äh, liebe Gnäger, äh, sehr geehrte Damen und Herren, hab ich aufgehört zu lesen. Äh, puh. Bei diesen Tippkick-Spielen, kennt ihr noch dieses Tippkick-Spiel aus der Kindheit? Ja, natürlich. Mit diesen Figürchen, wo du so oben auf den Kopf drücken musst, und da haben die geschossen? Ja. Ja. Da gab's ja auch den Torwart, der so nach rechts und nach links, äh, gejumpt ist. Ja. Und der ist in beide Richtungen an den Pfosten gekommen. Mhm. Das heißt? Das heißt was? Der Torwart, 4 Meter. Ja. Oder was war's? Der Torwart ist 1,60 oder so. Hast du gerade deine Antwort abgegeben, oder was? 4 Meter? Warte mal. Achso. Oder was hast du dir gerade verraten, deine Antwort? Ey, wie viel, wie viel ist ungefähr so viel? Ja, ey. Sepp denkt im Gremium. Ich würd sagen, 7 Zentimeter. Echt das? Okay. Vielleicht war der aber auch nicht 4 Meter groß, Sebastian, äh, sondern... Wie du das so gezeigt hast? Ja, dann nehm ich das. Dann nehm ich 7 Mal. Vielleicht war das einfach nur ein kleiner. Dann gucken wir uns so machen, oder? Dann gucken wir jetzt beide Christian an. Oder wickst du dir gerade einfach nur ein? Nee, ich bin gerade, ich bin gerade Schritte gelaufen in meinem Kopf. Wie viele Schritte, ich stand ja noch nie in einem... Wie anstrengend war das? Das war jetzt saueranstrengend. Kopfschritte laufen war das Shit. Ich fand das schon. Wie viele Schritte schaffen die, wenn die zum einen Pfosten zum anderen gehen? Das war so meine Überlegung. Und natürlich Vorteile, wenn man mal professioneller Torwart von SV Germania wett warnt. Wie viele können sich wohl nebeneinander ins Tor legen? Weißt du, so Menschen. Aber so ein Torwart ist ja auch... Also normalerweise ist ein Torwart, kannst du sagen, schon so 1,90. Ja, also... Wie viele Torwerte können sich in so ein Tor legen? Kommt drauf an, wie groß die sind. Ja, wenn die 1,90 sind. 10. Ich glaube, 10 passen rein. 10, genau. Wenn ich das Tor aufs Feld schieben würde, wäre das nämlich bis auf den Elfmeterpunkt. Ganz bestimmt. Das Wissige ist, die Tore werden ja sogar tatsächlich aufs Feld geschoben, weil die werden nach den Spielen immer abgebaut. Man kann das ja relativ einfach rechnen, wenn du diesen 5-Meter-Raum hast, den du vor dem Tor hast. Der ist ja deutlich länger, der 5-Meter-Raum. Und der 16-Meter-Raum ja noch länger. Also so schwer ist es... Ach, oh Leute, wir sind doch gar nicht durch. Doch, alle haben ihre Schätzung abgegeben. Sepp hat auch schon... Also kleiner als 5 Meter schon mal. Es gibt einen 5-Meter-Raum? Ja, natürlich. Das ist dieser kleine Raum, wo der Torwart nicht angegangen werden darf. Und dann ist es breiter als das Tor. Ja, locker. Dann ist es breiter. Also, Peter, wenn du mehr als 5 Meter... Dann habe ich... Peter, 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 Peter. Ja, aber das heißt nicht, nur weil der 5-Meter-Raum ist, ist der nicht 5 Meter hoch. Und der erste rausgefoldet. Der hat sich gerade... Der geht 5 Meter ins Feld rein. Peter, der ist... Ach so! Und der Torlinie. 5 Meter nach vorne. Wie breit der ist, keine Ahnung. Aber... Ich schätze, Junge! Ich schätze, ich schätze. Hör doch nicht auf dich, Peter. Peter ist Pussy. Ich hätte gleich gerne, dass Andi uns mal erklärt, wie groß der 5-Meter- und der 16-Meter-Raum ist. Also, ich checke einfach erst mal. Du kannst dich checken, weil er selbst schon gecallt hat. Ich call erst mal. Es ist eine gute Frage, wie groß so ein 16-Meter-Raum ist. Holy shit. Ja, 16 Meter würde ich sagen, da vorne. Ich habe, glaube ich, eine komplett falsche Zahl genommen. Das kann sein. Jay, du spielst jeden Tag. 12 Stunden FIFA. Jetzt musst du doch wissen, wie groß das Tor ist. Oh, stark raus! Das heißt, Jay muss auf jeden Fall auch ein bisschen mehr mitgehen werden. Hey, guck mal, es gibt 5 Meter raus. Was bin ich denn eigentlich? Small Blind? Du bist Big Blind. Big Blind, ne? Du bist Big Blind. Oh Gott! Die haben sich alle zusammengeschlossen, damit Peters Niederlagenserie anhält, schreibt der Jade, also. Wir kennen doch manchmal auch die Anforderungen schon. Ich bin doch hier als Erster rausgeflogen. Ja. Aber ist ja trotzdem eine Niederlage, oder? Ja, für mich nicht. Ach, komm, ey. Ja, 500 sind mir viel zu viel für die erste Mensch. Was bist du denn für ein Wurst, die? Ich habe halt schon einer verloren. Da bleibt er drin. Ja, aber das wird ja noch viel krasser. Christian weiß die richtige Antwort. Ich weiß sie nicht. Du bist hier der Fußball-Brumpf wie doch von uns. Schwer ist das, du? Ach, komm, ey. Christian, wir können dich sehen, wa? Nur zu jeden Fall. Das Problem ist halt, also mein Gedanke war. Das ist so verarschungsvoll, Bram. Mein Gedanke war, Legend, dreieinhalb Torwärte passen da so. Wenn die sich hinlegen würden, würden die da so hinpassen. Zwischen die Pfosten. Ich kann dir sagen, für meine Schätzung habe ich deine Schätzung mit einfließen lassen. Und zwar habe ich bei den sieben Zentimeter mal zwei gerechnet und habe 14 Zentimeter abgezogen. Bram, bitte noch nichts drücken. Ich habe eine kurze Frage. Warum steht bei Sebastian 200 Münzen schon reingesetzt? Weil der eben gecallt hat. Weil ich die gecallt habe. Sepp hat eben gecallt. Wir sind schon eine Runde gegangen. Ach, wir sind schon eine Runde gewann. Genau. Und Christian hat eben erhöht. Und das will Sepp nicht mitgehen. Das heißt, Bram müsste jetzt entweder callen oder kann rausgehen. Da wäre irgendwas falsch drin. So, Moment. Was hast du gemacht, Christian? Du hast gesagt, sieben Zentimeter mal zwei. Ich habe dich gefragt, wie viel das ungefähr ist. Ja, dann habe ich gesagt, mal zwei. Das sind 14 Zentimeter. Die habe ich davon abgezogen, weil ich geschätzt habe. Okay, was hast du geschätzt? Acht Meter? Neun Meter? Also hast du dann... Ne. Sagen wir, du hast sieben Meter geschätzt? Sieben und halb? Acht? Was? Hast du dann... Hast jemand elf Meter schießen beim Fußball gesehen, Bram? Ja, aber er kann doch trotzdem ein acht Meter breites Tor haben. Lass dich nicht von dem bequatschen. Er spricht mit gespaltener Zunge. Wenn ein gezielter Schuss in die Ecke kommt, dann muss der Torwart sechs Meter weit springen, weil er zwei Meter groß ist. Ne, muss der nicht, weil er in der Mitte vom Tor steht, müsste der vier Meter springen. Okay, vier Meter springen aus dem Stand. Was schafft der vier Meter Sprung aus dem Stand, Bram? Ja, Jay, mit Anlauf schaffen die ja... Mit Anlauf schaffen die ja... Neun Meter haben wir doch bei... Ja, weil die stehen im Tor, die dürfen ja... Die müssen ja auf der Linie stehen. Ja, deswegen schaffen die ja auch nicht neun Meter, sondern weniger. Ja, genau. Schaffen die die Körperlänge. Also, Bram. Ja. Langsam brauche ich hier mal eine Aktion. Hey, 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 du musst die Zeit von Jays Gelava abziehen. Jays Gelava, ich hab dir grad einen Tipp gegeben, dass das Tor nicht zehn Meter breit ist. Was? Ich hab gesagt acht Meter, dabei hast du es schon gesagt. Sonst war deine Mutter, Alter. Ja, acht Meter ist viel zu viel. Deine Mutter ist viel zu viel. Ich hab' das. Alles klar, sehr schön. Wer hat ihn reingebildet? Also, Christian und Bram sind noch drin, 1800 sind im Pott und wir gehen zum ersten, den weiß dieser Frage. Der lautet folgendermaßen. Manuel Neuer könnte sich locker dreimal quer nebeneinander auf die Torlinie legen, ohne an den anderen Pfosten zu stoßen. Aha! Okay. Und Christian beginnt. Manuel Neuer ist ja der kleinste Torwart der Bundesliga. Oh, da war ich mal weiter. Peter, warst du da dran? Die Frage ist, bei dem Hinweis, ja, wenn er sich hinlegt, liegt er einfach oder macht er quasi noch so? Macht er noch so die Arme so nach oben. Oh, stimmt, die Arme sind relevant. Aber das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wenn Oliver Kahn das gemacht hätte, dann wäre er auf jeden Fall zwischen den Pfosten eher berührt mit seinen Armen. Christian erhöht um 400. Ich hab gesetzt. Scheiße, ich hab nie angefangen. Du hast, stimmt, doch, du hast gesetzt. Ich hab gesetzt, ich hab ja angefangen. Ja, ja, alles gut. Kurze Frage, wenn ich jetzt Rays plus 800 mache, raise ich dann bei ihm nochmal um 400, also auf 1500, oder raise ich dann seins nochmal um 800? Also, wenn du jetzt plus 800 machst, gehst du, nimmst du deine 700, plus, genau, dann wärst du auf 1000. Okay, alles klar. Das heißt, Christian, müsst ihr jetzt noch 400? Sehr schnell, Bram gewittert noch. Ich glaub, dass Christian die richtige Antwort weiß. Deswegen bin ich halt rausgegangen. Christian hat gecallt und wir kommen zum zweiten Hinweis. Mike Powell, Weltrekordhalter im Weitsprung, überspringt die gesuchte Distanz um mehr als anderthalb Meter. Passt immer noch. Scheiße, was hatten wir denn damals? Bei Tokio, hier, Spiel, ne, da weiß ich ja. Nee, 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 nee. Da kam man ja schon mal mit einem Schick mit deiner Maus. Ich find das krass, dass Bram so konfident ist gegen Christian. Tipp eins war, ist ja exakt das, was ich mir so gedacht hab, weißt du? Das ist ja genau Brams recht. Bram rechnet sich ja nicht in Meter, sondern in Torwart lenkt. Genau, ich hab ja gesagt, der passt so etwas mehr als dreimal ins Tor, wenn der sich hinlegt. Ja, und zack, übers Eins, das ist dreimal Passereien. Deswegen, das find ich schon okay. Ist mal ein neuer denn groß oder klein? Irgendwie kommt der mir aber klein vor. Der ist 1,90 Meter oder sowas. Okay. Standard Torwart. 1,92 Meter oder sowas. Ja, vielleicht ist der auch, vielleicht sind da auch ein paar Zentimeter dazu. Ich hab echt nicht so scheiße getippt. So eine Kacke, ey. Fucking fünf Meter. Ich war aber voll daneben, Peter. Fuck, ey. Ah, das call ich noch mal. Sehr schön. Also beide gecallt und, oder erhöht und gecallt. Und wir kommen zur Antwort und danach noch zur letzten Setzrunde. Die Antwort lautet 732 Zentimeter. 7,32 Meter. Okay, hab ich doch nicht so gut getan. Alter, wie ich, Christian, wenn man grinst, ja, dann musst du die Flasche anders halten, damit deine Backen sich dabei nicht heben. Ich bin am Trinken. Ich hab die Antwort nicht, also wenn Andi die nicht vorgelesen hätte, hätte ich die nicht mitbekommen. Aber er hat die vorgelesen. Das ist richtig. Christian erhöht oder setzt nochmal 5,50 Meter. Aber jetzt hast du schon 2,100 Meter. Moment, gib mir ganz kurz. Also, entweder Christian, also 16,80 Meter. Hast du 6,5 Meter, Bram? 6,86 Meter hat er vielleicht. Oder er hat 7,36 Meter, das wäre natürlich richtig zum Kotzen. Oder du hast 8,86 Meter. Was? Du hast ja 14 Zentimeter abgezogen. Das ist richtig. Ja. Okay, mit meinem Wert. Ja, davon 7,5 Meter gerechnet worden. Das wäre natürlich für dich richtig scheiße. Außer du hast genau getroffen. Ja, nee, wenn ich genau getroffen hätte, hätte ich jetzt einfach auf 1 Million geraced. Meist du gesagt, ich leck mich. Oh Gott. Okay, also, wenn du, Moment, ganz kurz. Das ist krass vergrößt, ey. Du hast 8 Meter getippt, hypothetisch. Dann wäre ich näher dran. Hast du 7,50 getippt, bin ich natürlich komplett am Sack. Hast du 7 Meter nur getippt? Oder halt Zwischenräume dazwischen. Aber ich gehe davon aus, wie du gesagt hast, gerade Summen gemacht. Also, call ich dich. Ich habe nur bei 7,50 verloren. Bei 6 und bei 8 habe ich gewonnen. Äh, bei 7 und bei 8 habe ich gewonnen. Und bei 7,50 hast du gewonnen. Entweder der Bram labert oder er hat echt gut getippt. Ich wollte auch gerade sagen, was hast du denn gesehen? Ich freue mich schon drauf. Also, wir kommen zum Showdown. Christian und Bram, beide noch drin. Und, äh, Bram, äh, werde ich zuerst aufdecken. Ja, Christian, oder? Der hat doch erhöht. Stimmt, Christian hat erhöht. Dann denke ich Christian auf. Äh, 732 Zentimeter sind die Antwort. Christians Antwort lautet. 736 Zentimeter. 730 Zentimeter. Ich habe 7,50 gerechnet, ja. Holy shit, Junge. Damit fast perfekt. Aber auch Bram sehr gut geschätzt. Also, das war nicht gut genug. Genau, in dem Fall nicht gut genug. Eine Penislinge daneben. Ja. Also, 5200 gehen auf das Konto von Christian. Damit ist er aktuell Chip-Leader. Aber Bram's Tipp hat sich dann sogar näher an die richtige Antwort gebracht. Das ist ja mega lustig. Ja, ich wusste halt nicht, wie weit so ein Pfosten. Also, ich habe halt gedacht, okay, 7,50 Meter. Und dann musst du halt die Innenkanten und so ein Pfosten halt nehmen. Krass. Chat, ich war Torwart in der E-Jugend, wo die Tore kleiner waren. Warst du weg vom Ergebnis? Ich war sehr, sehr weit weg von dem Ergebnis. Ich war einen Meter weit weg. Ich hatte 4,20 Meter oder so was. Oder 4,50 Meter. Also, ich war zumindest gut mit meiner Komma-Zahl. Also, mit der Meter, 2,9 habe ich getippt. Also, da wäre ich besser gewesen als Christian. Ähm. Okay. Was mich sehr verunsichert hat, war, wie Bram mitgegangen ist. Da habe ich zwischendurch echt daran gezweifelt, muss ich sagen. Da war eigentlich eine starke Runde. Ja, sehr schön. Also, Christian, aktuell Chip-Lieder, 13.500. Dann kommt Sepp mit 11,6. Ähm, Peter auf Platz 3 mit 9,5. Äh, J.I. Ist der 5-Meter-Raum eigentlich? Oder geht der von den Pfosten ab? Keine Ahnung, wie breit der ist. Also, der ist halt ... Nee, geht nicht von den Pfosten ab, Peter. Der ist, ähm, der ist neben den Pfosten. Also, nicht direkt daneben, sondern ist halt ... Ja, das könnte man auch wissen. Aber das ist halt die Frage, ob das eventuell noch kommt. Der 5 war 18,32 mal 5,5 Meter, schreibt hier ... Wie viel, 18? 18,3? Ja, ja, deutlich breiter, holy shit. Also, dann hol ja ab. Ich weiß gar nicht, ob der 5-Meter-Raum immer gleich groß ist oder ob das auch prozentual von der Feldgröße ... Ja, genau, von der Fußballplatzgröße. Die Fußballfelder sind ja auch unterschiedlich lange. Ja. Da gibt's ja auch ein Maximum. Krass, ähm. Belassen, dass Christian das wusste. Aber auch von Jay richtig predicted, dass Christian das wusste. Ja, nachdem der 500 gesetzt, da war ich instant raus. Egal, was ich getippt hätte. Also, du hättest es auch gewusst. Ja, aber ich fühlte mich konfident nach Tipp 1. Du warst ja auch super nah dran. Eben, 7,3 Meter ist echt guter Schlag. Aber mach die Rechnung nicht mit Christian und Fußball. Das hab ich auch schon mal gemacht. Danach haben wir Schalke-Trikot getragen. Das stimmt. Also, wenn Christian spiel ich keine Spiele mehr, was Fußball angeht. Das war lustig. Sehr schön. Also, übrigens, danke an Emperor Ultron für die 5-Euro-Donation. Und Sarkul 0207 für die 69-Euro-Donation, die gerade eben reinkamen. Dankeschön. Go, Chris, du machst die alle arm. Ja, also, der Trend ist auf jeden Fall jetzt schon mal gesetzt. Aber wir haben ja erst bisher drei Fragen gespielt. Es ist noch alles offen. Schon weiter als beim letzten Mal. Ja, ich wollte gerade sagen, ich bin sehr stolz auf euch bisher. Also, es sieht noch nicht so aus, als ob hier so schnell einer rausfliegt. Also, es ist auf jeden Fall, habt ihr euch verbessert. So. Wir kommen zur nächsten Frage. Die nächste Frage ist auch wieder in Kooperation mit Gerolsteiner. Ja, also, es dreht sich noch nicht um Aufforstung, aber wir nähern uns dem Thema so langsam an. Denn wenn, also Aufforstung, ne? Also, da werden Wälder gepflanzt oder die Flächen quasi, die zum Beispiel abgebrannt sind, neu bewaldet. Sagen wir es mal so. Und Bäume sind ja super, um CO2 aus der Luft zu bekommen. Ja, weil CO2 ist böse. Und das wollen wir irgendwie... Oh, da habe ich was gelernt. Bitte was? Ich weiß jetzt nicht, wie viele Tonnen so ein Baum binden können, oder? Oh, das wäre mega nice. Oh, nee. Schauen wir mal. Das wäre geil. Es dreht sich aber um das Thema, ja? Also, jetzt lernen wir quasi erstmal, worum es überhaupt notwendig ist, dass man Bäume pflanzt und gerade Aufforstung betreibt. Das wollen wir uns jetzt mal angucken. Drei. Und die Frage dazu lautet folgendermaßen. Wie hoch lagen 2019 Deutschlands pro Kopf CO2-Emissionen? Also, pro Kopf in Deutschland. Nicht insgesamt auf Deutsch, sondern pro Kopf, pro Einwohner. Und die Einheit sind Tonnen. CO2 im ganzen Jahr pro Person. Okay, Peter. Übersetzt heißt das, wie viel jeder pro Person benutzt hat. Ich habe wirklich legit absolut keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Also, man nimmt die gesamten CO2-Emissionen von Deutschland und teilt die durch die Anzahl der Bewohner. Durch die 81 Millionen. Scheiße. Das sind 83 mittlerweile. Ja, 83 Millionen. Einheit sind Tonnen? Also, das heißt meinetwegen Deutschlands J-Kopf-CO2-Emissionen. Wie viel, also so, ja. Deutschlands J-Kopf. Ja. Ich kann jetzt nicht davon ausgehen, was ich tatsächlich ausstoße, sondern keine Ahnung. Wir haben ja Industrie und das wird ja auch auf alle umgelegt, sozusagen. Das ist ja dann... Genau. Ja. Das ist ja entspannt. Das ist aber gar nicht... Das ist gut. Das hätte ich jetzt nicht überdacht, Peter. Guck mal, ich bin so ein Teamkamerad. Ja, weil alles, was du kaufst und so... Du bist so... Da habe ich echt nichts dran gedacht. Ich habe jetzt nochmal erhöht. Du bist Pfeifat. Pfeifat, Peter. Pfeifat ist das aber nicht, euch zu sagen, oder? Doch. Ja, das ist ja auch nur die Frage, wie viel da richtig ist. Kann ich die Kommazahlen einchippen? Nein, kannst du nicht. Denk doch. CO2 ist ein... Ist gasfirmig, aber... Ja. Ich habe null Ahnung. Ich habe auch gar keine Ahnung. Ich bedanke mich schon mal auch an Thomas Gottschalk. Der hat gerade eine 10-Euro-Donation dagelassen. Ah ja, nice. Tommy! Mach's nochmal! Ja, ich war ja da am Samstag bei Wetten, dass... Hast du wirklich ein Schild hochgehalten? Oh. Nein, leider nicht. Sonst hätte mich der Kamerakran erwischt. Aber Tommy schreibt, schön, dich hier moderieren zu sehen, mein Freund. Ich hoffe, ich konnte dir den einen oder anderen Tipp geben. Liebe Grüße, Tommy. Danke, Tommy. Wir haben ja ein bisschen Sekt getrunken backstage noch. Und du hast mir deinen Kimono gezeigt. Also, das war super. Ja, hat mich gefreut. Hat er dich am Abend... Wie viel Quatsch war da gerade bei? Also, möchte ich hier nicht erwähnen. Ich glaube, der Kimono war... Ja. Hast du ihm wirklich Hallo gesagt zumindest? Ja. Aus der Ferne, ja. Genau, während Andi so auf der Tribüne saß. Hey, Tommy! Hallo! Ich bin auch hier! Mein bester Freund. Das war so ein Anheizer, wie im Fernsehen üblich. Ja. Ja. Hat Tommy das aber nicht selber gemacht? Das hat er selber gemacht. Und der Warm-Upper... Hat er selber gemacht? Ja, aber er kam nicht... Also, der Warm-Upper wollte auch was sagen. Dann hat er am Ende nur noch drei Minuten Zeit gehabt. Also, der war sicher... Der hatte sich extra seinen besten knallroten Anzug für den Abend rausgeholt und hat drei Minuten was gesagt. Hat er denn dann auch so Witze gemacht? Oder erzählt er dann schwank aus seiner Jugend? Der Warm-Upper, der erzählt dir, was du nicht darfst. Nee, nee, der Tommy. Ach, der Tommy. Ja, der hat so ein bisschen. Ja, der hat nochmal... Genau. Sollte der Warm-Upper nicht lieber, dafür soll ich eine geile Stimmung machen? Ja, eben. Weil das ist doch voll blöd vom Rote. Nicht auf die Bühne rennen. Dafür sorgt Tommy. Keine Brüste im ZDF, bitte. Mir ist alles rot geworden gerade. Ja, denn alle haben ihre Schätzungen abgegeben. Den Big Blind hat Sepp und deswegen, lieber Peter, beginnst du. Und an Cordula, danke schön für die ganzen Gifted Subs, die gerade reingekommen sind. Cordula, der Lenz ist da. Danke, Cordu. Keine Ahnung. Peter... Das call ich. Das call ich erst mal. Ich will den ersten Hinweis wenigstens noch. Ich könnte genauso weit weg sein, wie in der ersten Frage. Oder nicht. Nein, Peter, aber... Deswegen denke ich mir halt auch gerade. Der 5-Meter-Raum, ne? Der hat bestimmt... Nee, nee, komm mir jetzt hier nicht mit so einer Scheiße an. Äh, warte mal, muss ich jetzt setzen? Nee, du kannst checken. Kannst du sagen? Also, was ich auch nicht mal sagen kann. Ja, okay. Andis Maschine setzt automatisch Punkt und Komma. Andis Maschine? Ja, Andis... Ja, ich habe eine Dampfmaschine gebaut. Das ist mein Bram und Zahl eingegeben. Wait, bist du in den Tausend... Nein, du bist doch nicht in den Tausendern, Bram. Der hat eine Tausendern Zahl eingegeben. Doch, Issa. Hat eine Tausendern Zahl eingegeben. Ich sag nur, dass die Maschine halt automatisch anzeigt. Tausend Tonnen pro Kropf? Äh... Jetzt will ich den hinbreiten. Dann ist super, dass ich rausgegangen bin. Weil dann habe ich das komplett falsch verstanden. Also, das kann ja durchaus sein. Keine Ahnung. Ja, das kann auch sein. Aber irgendwie... Ich habe null Ahnung, wie viel Industriekacke da rauskommt. Also, ich habe auch null Ahnung. Und jetzt bin ich rausgegangen. Wir sehen auch die Flugzeuge, die über Deutschland herfliegen. Wer ist dran gerade? Niemand ist dran. Niemand. Andi ist dran. Ich will den Tipp wissen. Mitgegangen. 800 sind eine Pott. Der erste Tipp lautet... In China lagen die Emissionen im selben Zeitraum nach 8,1 Tonnen. Pro Person? Ach komm, ey. Pro Kopf-CO2-Emissionen im Jahr 2019 in China. Also vor Corona auch, ne? Ja, wann soll das denn? Wann soll das denn? Ich trinke noch genüsslich ein... Und Jay ist dran. ...einen Kirol-Sterner naturell. Das kühlt den Kopf. Alter, Mirabelle-Medice ist einfach heiß. Wie war das nochmal, Bram? Bei 1000 wird ein Punkt angezeigt, ne? Komma. Okay. Komma? Ja, sicher, da wird ein Punkt angezeigt. Hey, du, da sehe ich mich doch einfach mal beim Check. Alles klar. Ja, ne, hier, 200 Bram von euch. Aber da... Ja, da call ich doch mal schön mit rein. Boah, guck mal, mit 200 kriegst du sie alle. Ja. Muss da ein bisschen Klingelbeutel rumlaufen lassen. Die haben nicht alle 1000. Das ist so belastend. Ich glaube, ich habe richtig gut getroffen, wenn ich mich mit der Einheit nicht verteilt. Aber das sind schon Tonnen, Bram. Kilo? Das sind schon Tonnen, ja. Hab ich aber vorhin nochmal gefragt. Das steht auch da drunter. Haben wir halt uns heute nicht häufig zu scheinbar. Ne, aber das steht auch drunter. Und trotzdem habe ich das... Gut rausgeredet. Oh, Peter! Oh! Ich habe halt einfach... Ich habe halt einfach geliebt, dass irgendeiner 420 tippt. Und deswegen habe ich 419. 420. Okay. Ich habe keine Ahnung. Achso. Da das halt keine Kommazahl ist, bin ich davon ausgegangen, dass es halt auf jeden Fall mehr als 10er Zahl ist. Aber, das heißt ja nicht, dass in China wohnen ja echt viele Menschen, ne? Ja, die mal auch mit dem mehr Polizisten. Sepp, ich kann dir sagen, bei uns ist höher. Hätte ich jetzt auch vermutet. Pro Kopf ist bei uns höher als China. Waren wir nicht insgesamt Vierter oder so? Und hinter China? Aber dieses Vierter-Sein ist trotzdem krasser als alle immer denken. Ja, in Gesamt-CO2 aber nicht pro Kopf. Ne, pro Kopf war das. Weil das pro Kopf ist ja das Wichtige. Ich dachte, wir sind höher als China pro Kopf. Weil ich sage ja mal, oh China, aber hey, China ist ja auch ein Riesenland mit 1,2 Milliarden Leute. Und wenn du das dann auch pro Kopf umrechnest, dann ist Deutschland immer wieder schnell ganz nah dran. Ja, wer muss denn jetzt hier was machen eigentlich? Wir werden es ja gleich sehen. Andy muss wieder was machen. Peter, heute willst du irgendwie früh ins Bett oder was? Ich bin mega heiß drauf, was die richtige Antwort ist, Juni. Ich bin mal ausnahmsweise potenziell in der Nähe. Ah, okay. Sehr interessant. Wir kommen zum zweiten Hinweis. Hey, jetzt mockt den jetzt nicht auch über seine Internetleitung. Ja, echt, ey. Ich bin froh, dass ich überhaupt da bin. Langsam ist Sepp wieder da. Also, der globale Durchschnitt liegt bei 4,9 Tonnen. Der globale Durchschnitt. Also, ich sag mal, ich war 100 Kilo vom globalen Durchschnitt entfernt. Ich frage es, wie viele Kilogramm CO2 kann jenen? Andi, check mal. Ja, alles klar. Weakness, Peter. Peter setzt ganze 200. Wow, 200. Ja, ich will noch kurz die tatsächliche Zahl abwarten. Okay, 1600 Pot und wir kommen zur Antwort und danach zur letzten Setzrunde. Die Antwort sind 8,5 Tonnen. Wir sind drüber. Höher als China. Ja, schade, dass ich keine Kommazahl vorhin setzen durfte. Das ist echt doof. Nur, dass China die zwölffache Personenmenge hat, wie wir gerade herausgefunden haben. Oder ein bisschen mehr sogar noch. Achso. Ja, ja, ja. Dann bist du wieder bei Gesamt. Spricht nicht für China. Spricht nicht für Deutschland, dort wir bei 8,5 sind, ehrlich gesagt. Wieso da... Sepp setzt 1000. Stop. Wieso ist denn da eine 8,5... Wird das eigentlich jetzt gleich aufgerundet oder abgerundet bei 8,5? Also wenn man 8 getippt hat oder 9? Ja, genau. Wer ist dann der? Wenn jemand 8 und jemand 9 hat, dann sind beide genau gleich weit weg. Tim Splitpot. Ich hab ja schon einen kleinen Vorteil. Ich seh Peter ja, aber Peter sieht mich nicht. Als ob du auf eine halbe Tonne nah dran bist. Das wär ja mal der größte Lacktreffer in der Geschichte. Ne, warte, warte. Jawohl, Peter! Warum rast du nicht noch rein, Peter? Ja, weil ich mir unsicher bin. Zieh doch Sepp aus. Wir kommen zum Showdown. Sepp ist noch drin, Peter ist noch drin. Die richtige Antwort sind 8,5 Tonnen. Sepp hat zuletzt erhöht, deswegen wird Sepp auch zuerst aufgedeckt. 8,5 Tonnen ist die Antwort. Sepp sagt... 62 Tonnen. Peter sagt 10 Tonnen. Die gute alte 10. Bei den KMH noch über mich gelacht. Aber bei den Tonnen, da gewinnt die 10. Da bist Peter näher dran und gewinnt 3600 aus dem Pott. Gehen in deine Richtung. Dankeschön. Er hat sich kurz überlegt, kurz überlegt, ob ich dich rausbate. Hättest du fast geschafft. Komm, 10K ist eine runde Sache. Komm, das ist es mir wert. Der Spaß, den mach ich mir. 10 Tonnen. Er hat sich echt rausbaten lassen. Fast. Ich dachte kurz, wusste er das? Also ich dachte schon, niemand ist so nah dran wie ich, weil ich so nah dran bin. Und ich wusste nicht, ob ihr irgendeine Ahnung habt. Ja, das ist wirklich mega gut gewesen. Als ob jemand... Also ich wüsste mal gerne, wenn du wirklich so eine Frage machst, wie viele Prozent die Zahl wissen würden, wenn ich dann, keine Ahnung, 5000 Leute befrage. Wie viele wirklich wissen würden, dass das irgendwie 10... Könnte man ja hier tun. Aber die wissen jetzt die Antwort. Jetzt wissen wir, dass es 8,5 Tonnen sind. Und morgen weiß ich das nicht mehr. Das ist 10 Tonnen Peter. Ja, 10 Tonnen. Nein, eigentlich müsste es 10 Peter sein, weil er hat ja auch 10 kmh. Naja, mal gucken, wann mir die 10 heute nochmal wieder... Warst du bei dem Tor auch 10 Meter Peter? Nee, da war ich... Oh, das wäre geil. Da war ich 622 Zentimeter Peter. Not bad. Also, danke übrigens an Violent Jeremy Clarkson für die 5-Euro-Donation. Schön, dass Sepp wieder da ist. Freuen wir uns auch alle drüber. In der Tat. Und wir haben jetzt gelernt, CO2-Ausstoß ist sogar pro Kopf höher als in China. Das heißt, wir müssen da irgendwas gegen tun. Deswegen ist Gerold Steiner heute Abend da, um uns das beizubringen. Das heißt, Bäume pflanzen. Darum geht's. Aber da werden wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, warum das wichtig ist. Wir werden aber erst mal noch eine weitere Frage beantworten. Seid ihr denn bereit? Ja. Jawohl. Ich habe alles erreicht heute. Oder der Fusel 410 Peter dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Das ist richtig. Können wir jetzt eigentlich auch auszahlen. 610 Peter war es, ne? Wir sind ja im Plus. Können wir jetzt auch auszahlen lassen. Ja, das wäre so geil. Danke, Töschl. Das war sehr nett. Genau. Also, wir gehen zur nächsten Frage. Die lautet. 10 cm. Folgendermaßen. In welchem Jahr wurde das Grab Tutankhamun durch den britischen Archäologen Howard Carter entdeckt? In welchem Jahr? Howard Carpendale? Ist das nicht ein Sänger? Boah, Alter. Nicht wie lange ist das her, sondern in welchem Jahr war das? Tja, da gibt es jetzt viele Möglichkeiten. Wusste ich mal. Ich wollte mal in so eine Ausstellung bei... Wenn ich 2023 tippe, ist das wahrscheinlich nicht richtig, ne? Chat, macht ihr euch jetzt lustig über meine Aussprache, oder was? Ich hab britisch gesagt. Du hast britisch gesagt. Du hast britisch gesagt. Ich hab's verschluckt, ich hab's verschluckt und nichts dazu gesagt. Ich hab's auch gesagt. Ich hab direkt britisch, britischen Archäologen, hab ich direkt gehört, dachte mir, Alter. Und hab aber nichts dazu gesagt. Du hast dir gedacht, Alter? Er hat nichts dazu gesagt. Okay, das denk ich mir. Ich denk ich mir auch jedes Mal. Ich wollte dazu gar nichts sagen. Ich wusste gar nichts dazu. Diesen Effekt hab ich bei jedem zweiten Satz von J. Ich wollte gerade sagen, wenn das das Einzige ist, worüber ihr euch bei mir beschweren könnt, dann hab ich ja wirklich alles richtig gemacht. Ja, nicht alles, aber fast dann. Okay. Alter, was ist denn da? Keine Ahnung, Alter. Das Blöde ist, es gab superlange diese Tutankhamun-Ausstellung, war das nicht sogar eine Wanderausstellung? Ja. Und ich bin da nie hingegangen. Ja, die ist weg weit gewandert. Oh nein, ja. Ich wollte auch immer hin. Ich wollte da immer hin. Kann ich mich noch mal ändern? Du hast da eins gemacht, hast du zehn getippt? Ich hab mich vertan. Was heißt das? Na, ist egal. Okay. Heißt, der würde gerne noch mal einen neuen Tipp? Ja. Das kann ja jeder sagen. Ja, nee, ich muss mir nächstes Mal mehr Zeit lassen, dann war ein bisschen übereifelt. Wenn du aus Versehen Enter drückst, dann ist das doch okay. Nee, hab ich aber nicht. Mir ist nur danach was eingefallen. Was ist dir denn eingefallen, Peter? Ja, nee, dann werd ich gefragt. Hm, Peter, bist du vor Christus oder nach Christus? Es ist danach eingefallen, dass ich da noch eine Zehn hätte einbauen können, die ich auch nicht eingefallen hab. Ach so. Wow. Ja, hab ich nur noch freigegeben. Scheiße. Okay, also wir warten noch. Aber egal, ob es jetzt, äh, siebzehn, hundert oder achtzehn, hundert. Zweitausend wäre schlecht gewesen, Peter. Ähm. Oder neunhundert. Oder vor tausend. Zweitausend. Elfhundert. Zwölfhundert. Sechzehnhundert. Ja, dreizehn bis neunzehnhundert. Ist ja easy. Der Denise darf beginnen. Noch mal. Ist Tutankhamun die Person, die damals mit Cäsar in den Asterix und Obelix Comics rumgemacht hat? Ja. Äh, ja. Witzigerweise war doch Frasier gefangen. War das Tutankhamun, wo Kleopatra, ach ne Quatsch, das waren die Pyramiden von Gizeh, ne? Ja. Da war Kleopatra aber von den Pyramiden so weit weg wie irgendwie, weiter weg als wir von Kleopatra oder so, war das. Ohhhh. Ohhhh. Was? Das Grab des Tutankhamun, ist das, ist das denn? Ah, das ist, das ist nicht in den Pyramiden von Gizeh gewesen. Das weiß ich nicht. Das war ja mal in Ägypten. Ne, ne, das meine ich weiter draußen. Ich hab schon mal ägyptisch gegessen, weißt du? Ja. Ich hab früher ein Lego-Hörspiel gehört, wo die, die Lego-Figur ägyptische Abenteuer erlebt hat. Ich hab mal in Ägypter bei, ähm, FIFA gespielt. Assassin's Creed Origins, Leute, da wurde es 100%ig gesagt. Ja, hab ich's über Platin gemacht. Hast du da das Grab des Tutankhamun gefunden, Peter? Als ob du Platin da gemacht hast. Ja klar, das war mega nice. Ägyptisch ist immer super. Okay, ich glaub ich kann checken, oder? Weil ich der Big Blind war. Du kannst checken, ja. Ja, möcht ich gerne, bitte. Alles klar. Peter checkt. Alter, alle drin, erste Runde, oder? Alle haben den Big Blind mitgegangen. Ja, warte mal ab, keiner kann's richtig einschätzen, ne? Naja. Ich hatte übrigens ein Tutankhamun, äh, Bild bei mir jahrelang über, äh, im Bett hängen, also. Das war doch Bora Bora. Ein Starschnitt von Tutankhamun. Ja, und, und ein Tutankhamun. Was ist ein Starschnitt? Was der Bravo damals im Dunkeln geleuchtet hat. Ich dachte, das war immer damals deine Freundin. Alles klar, erster Hinweis. Zum Zeitpunkt der Entdeckung war Warren G. Harding Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Das ist wieder so ein typischer Andi-Tipp, ja. Das kann euch vielleicht was bringen, wer weiß. Hardy war jemals Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika? Hat immer sein Psychologiestudium abgebrochen, hat jetzt nach Amerika gewandert. Amerikanischen Traum gelebt. Wie, wie heißt der nochmal? Kannst du das nochmal vorlesen, Andi? Britisch. Oder was meinst du? Nein, 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 nein. Der Präsident... Wie heißt der nochmal? Wie heißt der nochmal britisch? Ja gut, ich wäre auch davon ausgegangen, dass Jay wieder hier irgendwie... Ach, schade. Wäre lustiger, wenn er Warren G-Punkt gesagt hätte. Egal. G-Punkt Harding finde ich lustig. Alter, ich habe keine Ahnung, wann hier der Varan der Präsident war. Ey, du kannst damit aber zumindest immer viele Sachen ausschließen. Das ist ein guter Punkt. Also Peter, wenn du der 1600 eingegeben hast, dann ist halt schon mal echt weit daneben. Stimmt, da gab es Amerika noch nicht. Ja. What? Oh. Achso, die USA. Da gab es die Vereinigten Staaten. Ja, also, da gab es die USA noch nicht. Da gab es Amerika noch nicht. Das ist wie bei Minecraft, weißt du? Die Welt wurde erst erstellt in dem Moment, wo Kolumbus rüber gesegelt ist. Die hat sich vorher aufgebaut. Ja, oder so wie bei Anno, das war vorher Nebel. Also Sepp hatte 200 gesetzt, bisher sind Peter und Bram mitgegangen. Das wäre, also ich glaube, einmalig, wenn wir jetzt hier nach dem ersten Hinweis auch noch alle drin haben. Ja. Oh, jetzt möchtest du, möchtest du das alle mitgehen? Ja. Nicht mehr mitzugehen. Ich weiß nicht, wie das bei Jay, wie sieht denn Jay so aus? Jay ist da irgendwelche Faxen an. Jay guckt sich gerade seinen eigenen Finger an und denkt sich, boah. Alter, ich muss mal wieder duschen. Sind die dreckig? Ich bin gerade am schätzen, ob ich jetzt mitgehe und dann haben wir quasi ein Fünfer-Spiel. Rate doch lieber. Ne, ich bin für tippen. Das ist jetzt irgendwie Quatsch. Samin. Hast du noch wieder mal? Wer riesiger Tutankhamun-Fan. Mach dir mal. Ja? Wie hieß du denn mit Vornamen? Tut. Ne. Doch. G-Punkt. Okay. Also. Biden, Trump, Obama, Bush. Bush. Clinton. Ja. Clinton, Bush. Bush. Ja. Dann sind wir schon in den 80ern. Ja. Dann hier der Schauspieler. Ich habe vergessen, wie er heißt. Carter. Nixon. Reagan. Ja. Und dann. War nicht noch ein Truman da irgendwo? Truman. Aber Harding habe ich noch nicht gehört, den Namen. Eisenhower. Da kannst du ein ganzes Stück zurückgehen noch. Eisenhower. Ich glaube, das ist vor dem Zweiten Weltkrieg vermutlich mal, ne? Ja? Ja, glaube ich auch. Da gehe ich auch von aus. Ach. Habe ich auch stark von aus. Mittlerweile nicht. Da kann ich wohl nicht mit 1969 bieten. Okay. Schade. Warum denn nicht? 1969 war bestimmt Nixon zu der Zeit, oder? War das so die Nixon-Zeit? Nixon war am Anfang vom Vietnamkrieg, meine ich. Ja, das könnte sein. Könnte Nixon sein. Genau. Passend. Also. Nächster Hinweis. Genau. Alle sind fertig. Jay und Christian sind fertig. Ich spiel auch noch mit, ja. Ich bin so fertig. Ja, mir war da zu voll. Ich glaube, ich bin zu spät. Zum zweiten Hinweis. Das hundertjährige Jubiläum der Entdeckung wurde bisher noch nicht gefeiert. Boah. Sepp ist dran. Okay. Kann der erste Hinweis? Jetzt bin ich hart verwirrt. Jetzt bin ich hart am Sack. Sepp, Sepp 200. Gibt es denn andere Vereinigte Staaten von Amerika, was wir noch nicht kennen? Ja, wieso? Du bist ja gerade nicht hundert Jahre zurückgegangen in deiner Präsidentenüberlegung. Doch, schon ziemlich. Also. Ist das jetzt so ein Trollhinweis? Aber es gab das 99. Jubiläum oder so? Ja, wahrscheinlich. 90. Oder ja. Peter geht raus, Bram müsste 200 auch noch... Oh mein Gott! Oh mein Gott, es war wirklich zu dem Jubiläum, Jay, oder? Zu welchem Jubiläum? Nein! War dieses Wanderding nicht zum Jubiläum? Ich sag gar nichts. Ich sag was, weswegen ich gleich Oh mein Gott gesagt hab, was ich vermute. Haben wir Harding vergessen in der Aufzählung irgendwo? Hm, ne. Der hat er sich ausgedacht. Also, Sepp müsste jetzt noch 400 reinwerfen, um mitzugehen. Er könnte natürlich auch rausgehen. Dann hätte Bram auf jeden Fall gewonnen. Ich will aber wissen, was ihr getippt habt. Könnt ihr das bitte bis zum Ende spielen? Kann man ja auch sagen. Müsst ihr auch so sagen. Okay, das ist cool. Müsst ihr auch so sagen, ja. Dann kriegt ihr jetzt 4.000 oder so. Nicht, dass ich irgendeinen Einfluss hätte. Also, hier, Ballern! Ein Bram. Ein Bram. Willst du wissen, wie ich gedacht hab? Wie weit weg bist? Du hast keine Ahnung. Du sagst jetzt nicht, dass du das komplett weißt. Das ist total doof. Du sagst, dass der Geld gibt. Ich sag auch nicht, dass ich das komplett weißt. Ich sag dir, dass ich euer letztes Over Simplified gesehen habe. Und gesehen habe, da zwischen dem 1. und dem 2. Weltkrieg Netflix so ruhig gepinkelt. Die zwischen dem 1. und dem 2. Weltkrieg Britannien sich Ägypten einverleibt hat. Wer spielt denn da mit, Jay, bei der Netflix so ruhig gepinkelt? Also, Bram, ich gebe dir den Tipp. Ihr habt die letzten Male geraced, obwohl das alles Bullshit war. Und das ist natürlich auch gut. Wir haben jetzt einfach gehofft, dass hier jetzt alle einfach rausgehen. So wie das eingetreten ist. So wie das eingetreten ist. Aber irgendwie der Bram, der ist der Fels in der Brandung hier heute. Ja, 50% sind rausgegangen. Das stimmt. Ja, das stimmt. Das ist belastend. Nachdem er geraced hat jetzt gerade. Also ich. Achso. Achso, ja. Ich meinte jetzt aber nur das Netz zu racen. Achso, ja. Ja. Also, Bram, ich bin ja nicht nur weit weg, ne? Ja. Also ich bin ja... Dann würde ich nochmal Geld reinschmeißen. Das 100-jährige Jubiläum habe ich schon lange gefeiert. Ja. Das haben meine Eltern schon gefeiert. Also ich bin raus. Achso, sehr weit weg. Alles klar. Das heißt, alle sind raus. Bram kriegt den Pott auf jeden Fall. Wir schauen uns trotzdem noch an, was die Antwort ist. Die Antwort... Es wurde entdeckt im Jahr 1922. Oh nein. Nein. Die Mumie spielt zwischen den Weltkriegen. Stimmt. Stimmt. Und deswegen habe ich halt wirklich gedacht so... Oh wow. Ja, aber das spielt doch darauf auch an. Ja. Aber war diese Wanderung nicht irgendwie zu irgendeinem Jubiläum oder so, dass die... die da umgeschickt haben. Das ist wirklich nur ein 90-jähriges. Natürlich ist das nur ein 90-jähriges. Nächstes Jahr ist die Feier. Ja, aber das war nicht dieses Jahr. Das ist schon länger her. Die Ausstellung macht ja keinen Sinn während Corona. Das war vor zwei... Steigerung 1763 eingegeben. Nein, das wäre vor zwei Jahren. 1921 hatte ich. Okay. Oh, das ist stark. Hey, wir haben noch eine Steigerungsform zu Sepp-Tipps ab jetzt. Die Andi-Tipps. Ja. Also, 2400 im Pott und jetzt auf dem Konto von Brammen. Sehr gut. Na, da geh, Alter. Ein Jahr daneben ist schon richtig krass. Also, ein Jahr ist schon ordentlich. Da ist schon echt stark ab. Ich habe gedacht, das wäre alles irgendwie davor gewesen. Toll, komisch. Ne, Anfang 20. Jahrhundert, sowas hatte ich noch im Kopf, aber puh. 22, ich war ja so bei 1910. Danke an Oversimplified an der Stelle. Und, äh, auch danke an Erdbeer55 für die Gifted Subs und an Jays Sparbuch. Äh, das hat nämlich 20 Euro Donation dagelassen. Danke, Jay. Damit Peter Honey... Können wir das Sparbuch mal öfter machen. Ja, von Jay. Eine kleine Spende, damit Peter Honey einen fetten Ehering kaufen kann. Äh, Hashtag Lieblingschef. Dankeschön, dankeschön, dankeschön. Und, äh, genau. Ja, das, äh... Und, ach so, genau. Hier, äh, Patman hat auch noch 5 Euro dagelassen. Äh, mit einem Witz. Was hängt in einem satanistischen Tempel und ist Snobby? Ein Peter Gramm. Alter. Boah! So. Hätten wir das auch geklärt. Was ist die nächste Frage? Genau, die nächste Frage. Du sprichst das Thema perfekt an, Peter. Also das ist noch die Fohlen-Überleitungskönig. Äh, die nächste Frage. Und jetzt kommen wir endlich. Wir haben uns langsam darauf hingearbeitet. Aber jetzt sind wir endlich da. Wir haben jetzt gelernt, ne, CO2 ist blöd. Und Bäume pflanzen ist die Lösung. Und jetzt ist Gerolsteiner da. Und, ähm, jetzt, äh, macht Gerolsteiner natürlich dann auch was. Dann, denn die haben gesagt, wir wollen, äh, was dagegen tun und wir pflanzen Bäume, ja. Und, äh, das, äh, also, äh, Christian und, äh, Sepp haben das schon, äh, live und in Farbe, äh, gesehen. Denn, äh, Gerolsteiner hat den sogenannten Zukunftswald. In der Eifel ist der, ne? Ja. Genau. Also in der Vulkaneifel da. Ist auch schön. Ist schön, ja. Sobald du mal von der Autobahn runter bist, macht das sehr Spaß. Genau. Und, äh, da pflanzt Gerolsteiner den sogenannten Zukunftswald an. Und das ist ganz besonders, denn, äh, die pflanzen nicht einfach nur Bäume. Äh, das wäre ja viel zu einfach. Denn auch dahinter gibt es wieder eine Wissenschaft. Denn man, äh, pflanzt sogenannte Mischwälder, ja. Also das sind, das sind Wälder. Ja. Also keine Monokulturen, wo jetzt zum Beispiel nur Fichten stehen, sondern ganz viele verschiedene Baumarten. Also jetzt so zehn Stück oder so zehn verschiedene Baumarten, äh, in einem Wald. Zehn ist schon eine gute Zahl. Äh, genau. Ja, also das ist ja jetzt nicht tausend oder so, aber zehn, ähm, beispielsweise. Und, äh. Wer hat da geschrieben, also mit Greenwashing, ähm, hat das bei, ich weiß nicht nur bei denen, ich weiß nicht, ob andere das machen, aber hat das tatsächlich, das, das haben die auch gesagt, ne? Viele werfen immer Greenwashing vor, aber die kümmern sich da quasi wirklich über Jahre. Also die pflanzen nicht einen Baum und in fünf Jahren ist denen das scheißegal. Also ich meine, die Garantie kann man natürlich nicht haben, aber man hat uns dann so erklärt, dass man sich da auch jahrelang, ähm, drum kümmert, dass die Bäume da weiter sind. Die Pflanzen hat ja auch bei sich direkt der Nachbarschaft, ne? Ja. Das ist ja jetzt nicht die, die, keine Ahnung, äh, ja. Haha, Fichti, ja stimmt. Haha, Fichti! Deswegen, weißt du, weil ich Fichten nicht mag, deswegen hab ich hier so'n, scheiße, jetzt hab ich vergessen, weil ich, äh, Braun, Ahorn, was meinst du, keine Fichte. Im Ernst des Fichten dickig sind dicke Fichten wichtig, im dichten Fichten dickig nicken dicke Fichten tüchtig. Nice. Sehr, sehr schön. Aber ihr habt uns erklärt, warum das so wichtig ist, dann einen Mischwald zu haben, das war echt interessant. Ja, also, ähm, es ist, äh, das macht Gerolstein jetzt nicht seit gestern oder haben da irgendwie jetzt heute angefangen, sondern die machen das schon ein paar Jahre, also so ist das nicht, äh, und jetzt quasi immer ein bisschen beibringen, mal ein bisschen Knowledge droppen, äh, wenn's kein anderer macht, dann wenigstens Gerolstein. Also es geht um Mischwälder, das hat viele Vorteile, äh, wenn man verschiedene Arten von Bäumen da, äh, pflanzt, äh, für den Boden, äh, Niederschlag, also es ist, ne, es hat eben keine Monokultur, es macht den Boden nicht kaputt, sondern es hat viele Vorteile, die unterschiedlichen Höhen, äh, für, für Wind zum Beispiel, da wird da viel besser, äh, gebündelt oder abgebrochen sozusagen, dieser Wind, also es hat viele Vorteile. Auch viel weniger anfällig gegenüber beispielsweise Insektenseuchen oder so. Genau, genau, genau. Guck mal, also, Peter, ihr seid ja perfekt vorbereitet. Das haben Christian und Sam erzählt danach, das fand ich spannend. Ja. Ja, und, äh. Das war echt interessant. Äh, den Knowledge, muss ich sagen, hat immer Felix gedroppt, also der Forstmann. Nee, aber du hast ihn weitergereicht, weißt du, Lehrer droppen auch Knowledge, aber irgendjemand hat das für die aufgeschrieben auf dem Buch. Aber ich, ich, ich fand den Ansatz von denen so lustig von diesen Clips, weißt du, dass... Boah, da heißt alle, die Nix selbstgedeckt haben, auf ein Buch. Ich fand immer den Ansatz von diesen Clips so lustig, dass Sepp und ich quasi im Wald sind und plötzlich kommt so aus dem Off, weißt du, kommt so einer angesprungen. Aber nein! Ja. Warte, Mann, so. Das fand ich total geil. Warte, Mann. Ja. Also, äh, ihr wart schon da, äh, Christian und Sepp. Die anderen haben natürlich auch die Videos gesehen. Und es geht jetzt um diesen Zukunftswald, den, äh, Gerold Steiner gepflanzt hat in der Eifel. Und, äh, die Frage dazu lautet folgendermaßen. Auf welche Höhe ist denn der von Gerold Steiner 2013 gepflanzte Zukunftswald bereits angewachsen? Die Einheit sind Meter. Also, das machen die schon seit 2013. Und, äh, also im Prinzip könnte man fragen, wie viel wächst denn so ein Wald innerhalb von, äh, den acht Jahren? Ne, also das, so könnte man's auch formulieren. Geht man vom höchsten Baum? Also, du gehst jetzt nicht davon aus, du gehst, genau, also du, wie hoch ist der höchste Baum? Oder ist das Durchschnitt? Sozusagen, ja. Also, ich, ich glaube, es ist der höchste Baum, ja. Also, so. Und du würdest die Antworten in Metern haben. In Metern, ja. Und die pflanzen immer ausgewachsene Bäume, ne? Ne. Ne, die pflanzen Setzlinge. Ne, die pflanzen Setzlinge. Muss man dann... Das hab ich mir schon gedacht. Das ist eigentlich... Ja, wobei, ey, vielleicht... Vielleicht gibt's da ja auch... Vielleicht gibt's ja auch irgendwie, ne, so, äh, so eine Auffangstation für weggelaufene Bäume oder so. Und dann hast du auch mal so einen, so einen... Dreijährigen dabei oder so. Da gab's viele unterschiedliche... Das ist ein bisschen unfair, ne, Christian? Ich war ja da. Ja, das ist total unfair. Das ist, äh, so einfach, die Frage. Mensch, ich kann mich... Ne, aber ihr könnt zumindest eher einschätzen. Ihr habt schon mal... Wir haben's zumindest aber gesehen. Ja. Ja, das ist richtig selber, aber da war... Also... Die Fläche war sehr groß und wir waren nicht auf dem... Also... Wir waren eher da, wo die kleinen Sachen sind. Ja, aber ich geb' euch den Tipp, ne? Die waren größer wie wir. Ja, die waren größer als ich. Das ist okay. Die waren größer wie wir. Den Tipp geb' ich euch. Äh, man muss sich im Prinzip nur überlegen, wie viel wächst denn so ein Baum? In den acht Jahren. Scheiße. Gibt natürlich unterschiedliche... Ne, das ist ja ein Mischwald. Das heißt, unterschiedliche Baumarten. Die wachsen natürlich auch im Zweifel unterschiedlich schnell. Das hat der Förster uns auch erklärt, wie viel so ein Baum im Jahr wächst. Aha! Und wie viel CO2 der dann... Ja, das kommt drauf an, wie, äh, wie der gepflanzt ist. Der hat gesagt, der wächst schneller, wenn der links und rechts so Konkurrenzbäume pflanzt. Dann geht der schneller ab. Ja. Weil er sich dann durchboxen muss. Ich kann euch sagen, meine Antwort ist sehr lost. Wir haben vielleicht das noch gut getroffen. Ich mein, der erste Tipp könnte ja jetzt eben was cooles sein. So weit wie, genauso schnell dreht sich die Erde in Tedas Kopf. Achso. Durch 12. Hä? Also, Jay und Sepp haben noch keine Schätzung abgegeben. Ne, ich hab noch keine Schätzung abgegeben. Ne, ich hab noch keine Schätzung abgegeben. Was überlegst du da so lange? Ich weiß, wie viel so ein Baum im Jahr wächst. Erstmal neun, schreibt er grade noch auf. Ja. Wieso mal neun? Ich darf ja keinen Taschenrechner nehmen. Ja, genau. Das dauert deswegen. Alles klar. Alle haben ihre Schätzung abgegeben. Bram hat den Big Blind, das heißt, Christian fängt an. Achso, ja, ist ja fast drauf. Hm. Oh, wieso? Christian erhöht direkt. Das ist so ne Frage, wo wahrscheinlich wir doppelte Antworten haben. Ich bin raus. Bin ich auch. Ja. Oh, warte mal, haben wir einen höheren Blind? Gibt ja keine Komma-Zahlen. Christian hat erhöht. Christian hat erhöht, genau. Hab ich dabei, Christian. Wir sehen. Foult. Ja, also ich mein, die sagt das halt die, wa? Sagen wir ganz ehrlich. Christian und Seb haben die richtige Antwort. Peter hat wahrscheinlich wieder 10 Meter genommen und Jay und ich weiß ich nicht. Absolut korrekt. Als wenn du 10 Meter genommen hast. Aber 10 Meter ist doch mega. Jay und ich weiß ich nicht. Also, kloppt euch. Wahrscheinlich habt ihr auch noch dieselbe Antwort, weil ihr wisstet natürlich, weil ihr da wart. Ne, wir haben aber nicht die 2013er Bäume gesehen. Wir waren von 2015. Okay. Okay. Also, Christian und Seb sind noch drin. Wir kommen zum ersten Hinweis. Der Kubaner Javier Sotomayor oder so. Weltmeister Wuchsprung. Würde die Wuchshöhe nicht mal im Ansatz überspringen können. Welthochsprung? Ist das das mit den, mit den Stangen? Das ist Starthochsprung. Ja. Also Starthochsprung ist was anderes als Hochsprung. Hochsprung ist... Stell dich einfach mal hin, Peter. Und dann hüpfe einfach mal. So hoch wie du kommst. Der Hochsprung, Weltmeisterkort nicht irgendwie bei 6 oder 8. Ja gut, aber du bist auch nicht Weltmeister im Hochsprung. Aber guck mal... Das ist dann, wo du mit dem Rücken springst, oder? Du rennst an dem Anlauf und dann springst du mit dem Rücken quasi über... Ja. Was ich hier in der Schule gemacht habe und uns fast die Knochen gebrochen habe. Ist das eigentlich Pflicht? Da war ich krank los. Kann ich da nicht auch kopfüber drüber springen? Das ist die beste Technik. Nur weil halt irgendeiner sagt, ja. Du musst ja irgendwie mit deinem Körper da voraus. Andi, ich checke. Achso. Oh. Ja, ich checke auch. Und das, was am nächsten an der Höhe ist, sind ja ausgestreckte Arten. Das ist ja kein vernünftiger Tipp. Das ist ja einfach größer 3 Meter. Ah. Dann wäre ich ja mit 10 schon mal dabei. Vielleicht der zweite Tipp weiter. Äh... Mal gucken, ob ihr das wisst. Äh... Um die Höhe zu erreichen, müsste man ca. 17 in Deutschland gebräuchliche Normbrunnenflaschen mit 0,7 Litern Fassungsvermögen übereinander stapeln. Alter, ganz ehrlich, wir reden so viel über Wasser, ich muss kurz... Und Christian erhöht auf 1000. Normbrunnenflaschen? 17, genau. Normbrunnenflaschen. 17! Was hat Christian erhöht? Auf 1000, also du müsstest noch 600. Nein, 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 um 600. Achso, genau. Ja, ja, das war für mich relevant. Reifacher Big Blind. Also, 17 mal... Was sind denn Normbrunnenflaschen? Tja. Ich hab keine Ahnung. Sind das jetzt die Hartplastik oder die Glasflaschen? Boah! Ich glaub, das sind die Glasflaschen. Ich glaub auch. Die Glasflaschen sind nämlich immer weniger drin. Hartplastik sind, glaub ich, ein Liter, ne? Deswegen 0,7 Liter, die Normbrunnenflaschen, genau. Naja, aber ist da nicht 0,75 drin? Tja. Ja, komm, leckofacko, ey. Sepp geht mit. Lieber Chat, macht euch doch nicht hier lustig über meine Tipps. Also, die sind doch wirklich super. Das kann man doch... Also, wenn man's weiß, dann kann man sich's ausrechnen. Du kannst ja nicht mal Javier Sotomayor richtig aussprechen. Ja, mal Andi jetzt hier, jetzt ist ja mal gut hier. Ja, also, jetzt mach ich mir hier schon die Mühe und werd jetzt ja auch noch von euch hier so angegangen. Ja, wenn das mal gute Tipps wären. Zum Beispiel die Antwort direkt. Ja. Das wäre ein guter Tipp. Ja. Okay. Oder die Antwort irgendwie 1 plus 10 ist die richtige Antwort oder sowas. Das wäre ein guter Tipp. Ja, genau. Damit du's dann auch checkst. Alles klar, okay. Christian und Sepp sind noch drin. Wir kommen zur Antwort und damit auch zur letzten Setsrunde. Die Antwort sind... Das könnte fies werden. Fünf Meter. Ja. Der Zukunftswald ist innerhalb von diesen acht Jahren auf fünf Meter angewachsen. Ja, Andi loben, Chad. Auf fünf Meter, Alter. Okay, krass. Und... Oh! Sepp geht direkt raus! Oh, Sepp geht raus! Achso, ne. Christian hat schon erhöht. Genau. Christian hat erhöht. Sepp ist direkt rausgegangen. Ne. Fuck. Ne, Christian. Ich hab spekuliert, ob's sechs Meter ist. Und ich dann einen daneben bin, weil ich bin auf sieben gegangen. Ich hatte im Kopf... Wait, 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 wait. Du hattest sieben Meter getippt? Ich hab sieben Meter getippt. Ja, nice. Wir haben Splitpot gewesen. Hahaha. Uuuuh! Ich hatte auch sieben. Ich hatte auch sieben. Das ist aber erst... Das ist immer sehr unangenehm für die Person, die rausgedrückt wurde. Ey, die anderen drei, die nicht dabei waren, müssen uns nichts geschulden kommen lassen. Wir haben alles richtig gemacht. Ja, das stimmt. Ja, ich war mit acht Meter raus. Also... Äh, ich hatte auch acht Meter. Hahaha. Ich dachte ja, das ist ja so ein Tipp. Ja, zehn Meter, Peter. Guck mal, da sind wir ja sogar... Ich hab ja keine Kommandzahl. Ich hab ja keine Kommandzahl. Stimmt, wir waren sogar am nächsten dran. Watch People Dines. Hahaha. Ja, war wirklich so, ey. Also, 3300 der gesamte Pod auf das Konto von Christian. Das krasseste... Dankeschön. Das krasseste Watch People Dines der letzten Wochen hab ich gesehen bei Jay, als wir im React über Brustmilch von Menschen gesprochen haben. Ja, Alter. War aber auch... Jay hat einfach nur Minuten lang mit offenem Mund da gesessen und wusste nicht, was ich sagen soll. Ey, ihr seid halt schon strange. Das war so toll. Okay, da war ich nicht bei. Ne, da warst du nicht bei. Du hast auch nicht viel verpasst. Okay. Oh, schön. Ich hätte da vielleicht was dazu beitragen können. Ja, das hättest du. Ja. Aber du warst ja leider nicht da. Ja leider nicht. Hast du schon mal probiert? Ja, klar. Ja, siehste. Das macht man doch. Musst du doch eh. Macht man doch. Ja, guck mal. Also, du musst ja testen, ob das auch warm genug ist. Ja, genau. Jay war der Einzige, der das irgendwie eklig fand. Ja. Und deswegen wollen wir bald Fisch essen aus Schweden. Also, sehr schön. Ah ja, Jay, stimmt. Nicht Jay, Sepp, da fehlt noch was. Ja, du weißt doch Bescheid. Bald musst du Fisch essen mit uns. Nee, bestimmt nicht. Nur probieren. Nee. Riechen reicht, glaube ich. Ich will nicht mal in der Nähe sein, glaube ich. Dazu musst du kommen. Doch, dann haben wir schon entschieden, dass du dann mitmachen musst. Okay. Vielleicht baue ich noch ein Haus. Also, wir haben sechs Fragen gespielt. Äh, Christian ist aktuell Chip-Leader, 14.600. Dann ist, äh, Peter auf Platz zwei mit 11.000. Ähm, Sepp auf Platz drei, acht, vier. Äh, Jay, acht, eins. Und Bram aktuell mit sieben, neun auf dem letzten Platz. Aber die hinteren Plätze sind ja relativ nah aneinander. Äh, danke an ... Ich weiß nicht, ob ich es wieder richtig ausspreche. Apone-Kanone für fünf Euro Donation. Trinkgeld für den besten Moderator der Welt. Vielen Dank. Das lese ich natürlich gerne vor. Ähm, du sagst dir gar nichts zu alles klar. Das wird noch schön mit deinem Trinkgeld kriegen. Ja, was? Ich hab dich doch gerade schon verteidigt, Junge. Nimm mal nicht die ganze Hand. Achso, okay, verstehe. Ich habe übrigens hier die Antwort eben auf die Frage, die ich gerade gelesen habe. Wenn natürlich die Milch schmeckt, würde ich auch den Käse probieren. Oh. Probieren. Also ... Das heißt ja nicht, soll ich mir direkt ein halbes Kilo da reinpfeifen. Direkt ein Laib. So ein Käserad muss es dann werden. Direkt so ein Käserad aus Brust. Ist es denn Frischkäse oder lässt du den noch schön altern? Nee, du kannst ja teils machen. Du kannst ja die Hälfte direkt verzerrfertig machen und die andere Hälfte lässt dann zehn Jahre liegen und guckst mal, was passiert. Zehn Jahre. Ja, immer mal zwischendurch knaschen. Ich bin gerade von Käse aus Muttermilch. Ja. Nice. Warte, ist die nächste Frage? Wie halt bei Kühen auch. Der Käse, der sonst ist, ist auch aus Muttermilch. Nur von einem anderen Tier. Die wird ja noch homogenisiert oder so, ne? Nach der Regel können wir ja auch Menschen essen. Denn wir essen ja auch Rütteln. Würde ich auch probieren. Ja, aber der Unterschied ist, sie muss keinen Menschen töten, wenn ich die Muttermilch probieren möchte. Ja, aber wir stoßen so viel Methan aus, das schlechte Junge. Ja, man kann ja auch einen ... keine Ahnung. Kannst du ja die, die gerade halt sterben nehmen. Hallo. Ja. Wir schmecken noch gut. Nächste Frage. Nächste Frage, genau. Wir kommen zu Frage sieben. Und die lautet folgendermaßen. Wie lange ist denn der Eurotunnel, der Eisenbahntunnel, der Frankreich mit dem Vereinigten Königreich verbindet und die Einheit sind Kilometer? Ich wollte gerade sagen, die Frage kommt mir sehr bekannt vor. Hatten wir schon mal. Mir nicht. Ich weiß nur nicht aus welcher unserer ... Das war die lustige Frage, ob da Autos durchfahren dürfen. Das hat irgendwer gefragt von euch. Da steht ja der Eisenbahntunnel. Ja, genau. Irgendwie sowas war das. Aber in welcher ... War das bei Länge machen oder so? Nee, Strecke machen. Strecke machen? Ich glaube, das sind mehr als 10 Kilometer. Also, es kann natürlich sein ... Aber vielleicht ist ja ein Vielfaches von 10. Das machen wir mit 2 Kilometer oder so, ne? Ja, guckste, wa? Hast du mich auf eine Idee gebracht. Lass mich mal kurz so eine Weltkarte mir vorstellen. Oh ja, schwarz. Hey! Weißt du denn? Ein schwarzes Loch. Keine Ahnung. Wie der Typ bei Wetten, dass ... Sieht aus wie so ein Würfel. Ja! Der hat ja voll gefailt. Keine Ahnung, wie der nachher gewonnen hat, ey. Er hat richtig versagt. Der hat aber auch die schwerste Wette. Ja, das stimmt. Hab ich Wetten, dass verpasst? Das übrigens mit der Toilette war das lameste. Ich hab das erste hier Seven Nation Army instant erkannt. Das war auch wirklich ein bisschen lame. Das war super einfach. Warte, 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 warte. Toilette und Seven Nation Army? Ja, die haben erkannt am Rubbeln von der Toilettenbürste, haben die eine Melodie gerubbelt an dem Klo. Mega! Und haben daran das Lied erkannt. Wow! Das ist ja krass. Und dann kam dann Ritsch, 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 Ritsch. Ja, mit solchen Wetten kommst du ins ZDF. So, jetzt muss ich mich aber hier oben kümmern. Das kann nicht so viel sein. Ist Top Gear da nicht mal drüber geschippert? Mit einem umgebauten Auto? Ja, James May ist doch da ... Das sind die doch alle. Da haben die doch ihr Auto. Mussten die doch sehtüchtig machen, Peter. Ja, ja, deswegen. Da gab's safe die Top Gear-Folge drüber. Die haben wir sogar zusammen geguckt, meine ich. Lange, lange, lange her. Ich frage dich, schnell ist der Tunnel am Äquator. Da ist doch teilweise Siegel, oder nicht? Hast du, ähm ... Was gibt's denn da ... Nicht 1917 ... Oh, shit. Wie heißt der ... Wo die da mit dem Schiff zurück wollen, wo dann die aus England extra rübergeschippert kommen mit ihren Fischerbooten? Und dann Kirk? Ja. Aber ihr meint ... Ja. Ihr meint aber was anderes, ne? Ihr meint die kürzeste Verbindung zwischen Festland und ... äh ... Dingens, ne? Ist das nicht ... Ist der Eisenbahntunnel nicht ... Weiß nicht, ob dann Kirk die kürzeste ... Nee, der ist nicht ... Der kreist ja noch mal Island. Der ist ... Der Euro-Tunnel. Also die werden sich für den Tunnel doch jetzt auch relativ ... Der geht unten von Gibraltar vorbei ... Ja, die sind schon da dran, aber ... England bis Island. Ja, ja, genau. Aber vielleicht gingen wir an der kürzesten Stelle einfach nicht, Dirk. Das wär mega nice. Also der muss ja ... Die konnten dann sehen, meine ich. Ich glaub, du kannst von der einen Küste die andere Küste sehen. Ich glaub, du kannst von der einen Küste die andere Küste sehen. Aber an der Stelle ist der Meeressand sehr, sehr hart. Nimm dir mal einen Tunnel unten wirklich von ... von ... von unten in Portugal aus, der einmal durch den Kanal geht ... Hättest ja keinen Tunnel machen müssen ... Dass du dann immer abfahren kannst und so ein Kram. Das wär mega nice. Und oben drüber kannst du ... Also haben die nicht in Schweden ... ... so eine 30 Kilometer ... Autobar ... ... äh ... Brücke gebaut? Denkst du, die Brücke ist so 110 Kilometer oder so? Ja, ich wollt grad sagen. Das hätten die doch schon längst da hingebummst. China. Alles klar. Ja, aber du kannst doch nicht über so ein wildes Meer eine Brücke bauen. Das funktioniert ja nicht so. Wilde Norden. Aber mit drei Autos drüber fahren oder was? Du kannst jetzt nicht unbedingt wahrscheinlich mit seinem ... Mit deinem ... Mit deinem Schwimmding ... Wie heißt das? Matratze drüber, aber ... Meinst du? Boah, ich hab keine Ahnung gerade, ob ihr hier die ganze Zeit mega am Trash-talken seid oder nicht. Die sind doch mit dem scheiß Auto darüber. Wie gut sind die Autos, die quasi deren Mechaniker für ... Die waren scheiße. Das kann nicht so viel sein in meinem Kopf. Vielleicht hilft euch ja der erste Hinweis etwas weiter. Aber der hat nur einen Motor. In der Meinungsfindung. Ja, 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 ja. Der Gotthard Basistunnel ist mit 57 Kilometern der längste Tunnel der Welt. Ja, guck mal. Ja, guck mal. Das ist jetzt der Til, weil der Gotthard Basistunnel, musst du wissen, wie lang der ist. Die 57, die da steht, ist überhaupt nicht. Das heißt, die richtige Antwort ist jetzt 56? Das ist weniger als 57. Da hab ich einfach mal ganz kurz gefoalt. Boah, Bram. Boah, Bram. Obwohl ich umsonst ... Echt? Was war Berlin oder was? Ich hätte umsonst checken können. Drei-stellig gewesen. Ich war nicht so nah dran. Ach man, race doch nicht wieder, ey. Ich hab gesetzt. Ich hab nicht geracet. Hä? Du hast klar, hast du geracet. Nee, race mal ist es gibt ein Gebot und das wird erhöht. Hast du doch. Nein, ich hab kein Gebot. Nein, ist doch kein Gebot. Ja, setzen, racen, das ist doch alles dasselbe. Nein. Alter. Hör dir mal zu, Jay. Egal. Alle haben nur 200 gesetzt, beziehungsweise sind mitgegangen. So viel ist nicht in den Pott geworfen worden. Wir gehen direkt zum zweiten Hinweis. Die gesuchte Zahl entspricht etwa der Luftlinie zwischen Lübeck und Schwerin. Also der Hinweis 1 ist doch mit Abstand der bessere. Ja, also da kann ich ja nichts für, wenn ihr euch erdkundemäßig nicht ausgeht. Ich würde einfach checken, um diesen Hinweis zu boykottieren. Ich finde ihn jetzt nicht mehr. Wir haben übrigens, der Dümmste ist raus aufgenommen. Ich wollte gerade sagen, ich suche gerade noch den Zettel und wollte eigentlich die Kamera zeigen. Ich weiß schon, warum ich da so auf Andi draufgeschrieben habe, aber ich finde das nicht. Andi, ich hab dich nicht einmal aufgeschrieben und trotzdem kommt hier so ein Erbkundekram. Du weißt, dass ich da schwach bin. Geh doch mal raus, Peter. Lübeck und Schwerin. Peter hat eh 10 Kilometer getippt. Peter, kannst du eh wieder lesen im Buch. Ach, Christian, ey. Ja, ich wollte auch Peter lesen. Ich kann nicht gleich einen Tipp geben, ich hab nicht 10 Kilometer genommen. Das war mir zu wenig. Ich glaub, du nicht 10 Kilometer genommen hast. 17 Kilometer. Ich bin auch noch Pfundtreu. Ey, JMV Performance schreibt, ich komme aus Schleswig-Holstein, weiß die Distanz auch nicht. Also, es tut mir leid, aber wenn ihr euch da nicht auskennt. Ja. Ja. Ja, ey. JMV. War JP Performance im Chat? Hallo. Nicht ganz. Nicht so schnell fahren. Hier, Car Hero kommt aus Lübeck und weiß die Entfernung auch nicht. Ja, Leute, also, es tut mir leid. Also, das ... Ihr müsst hier wissen. Anni nichts dafür, wenn ihr so tof seid. War eben um die Ecke. Ja. Also. Äh, alle sind noch drin außer Bram. Es sind Kebel und Twisting genommen, ne? Hätt ich gewusst. Wir decken die Antwort auf. Twisting wär einfacher gewesen, das stimmt. Wir decken die Antwort auf und gehen in die letzte Setzerunde. Die Antwort lautet ... 50,45 Kilometer. Ui. Leicht daneben. Ja, Bram, du hattest ja schon mehr als 57, ne? Damit wusstest du ja, dass du weit daneben bist, oder? Ja. Ein bisschen mehr. Guck mal hier. Fräsending, wohnt genau in der Mitte und weiß die Distanz. So. Wer ist ein intelligenter Mensch hier im Chat? So. Boah. Andi, ganz gefährlich. Ja, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Ich bin der Erste. Ich hab gesetzt. Ich habe nur vorgelesen, was da stand. Auf 1500 erhöht hat Jay. Ich spiel mal mit. Jay plays the game. Ich bin für voll dabei. Peter, komm mit 10. Ich hatte keine 10. Ich schwör. Weniger oder mehr? Mehr. 12. Mehr. Nee, du hast 17, ne? Mehr. Noch mehr. 20? Mehr. Ist das vielleicht die Antwort, die du uns gerade besitzt? Mehr. Zähl mit 40? Weniger. Es könnte eventuell Christian helfen. 37. Ich bin noch am überlegen, ob einer von denen die glatte 50 genommen hat, die ich nicht nehmen wollte. Das ist immer so der schönste Moment, wenn einer so eine Aussage tut. Dieser ganz kurze Moment, wenn in dem Fall Jay die Gesichtszüge dann so entgleisen, bevor sie wieder ein Kontrolle hat, in die Richtung, in die er sie dann machen würde. Ich mag das halt immer, was man daraus dann zieht. Ach komm, weißt du nicht, aber doch. Sepp, Sepp konnte ich ja nicht sehen. Alles klar. Also, Christian, Jay und Sepp sind noch drin. Alles wurde gesetzt. Wir kommen zum Showdown. Wer hat den Race gemacht? Sepp, ne? Ich. Jay. Okay, alles klar. Okay, Jay, was hast du? Dann decken wir Jay auch zuerst auf. Jay hat nix, aber Christian hat was, und das ist ein Problem. Bin zufrieden. Jays Antwort lautet 52 Kilometer. Oh, 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 oh. Ich hab nämlich die 50 genommen. Oh, oh, oh. Ich hab gedacht, ja. Sepp, sag, hat Schwätzer Sepp 32 Kilometer. Ah, das ist ja schlechter als ich. Da war Peter noch, deshalb war ich so ein bisschen so, oh, Peter war besser. Christian, du hast jetzt nicht 51, oder? Nein. Christian hat 49, ist damit am nächsten dran und gewinnt die 5.300. Ich hab mir gedacht, irgendwer von euch tippt auf den Stimm 50 und entweder gehst du drüber oder drunter und ich bin ein drunter gegangen. Damn, son. Alter, Christian. Holy shit, Junge. Ja, ich hab mehr als ihr alle zusammen. Wie gut ihr getippt habt, ey. Wie gut, what the fuck? Ja, danke, Peter. Wie viel hattest du noch? Na, du nicht. Ich hatte 34. Da hatte ich fast so viel wie Jan, das zu sagen. Aber das, das so nah dran ist, ist im Endeffekt ja ... Das tut weh. Das tut weh. Du hast mit 40 getippt. Eieieiei. Doch so viel. Das war jetzt ein deutlicher Sieg für Christian, möchte ich sagen. Ja, und damit ist Christian auch mal mit Abstand schippt wieder. 18.400. Holy shit, yo. Aber da hab ich aber auch jetzt kein Problem. Also, es ist halt schon echt unlucky, aber da verliere ich halt gerne. Also, lieber als bei anderen Sachen. Ja, also, dann ist das halt so. Ich hab mir halt wirklich, ich dachte, es ist jetzt 2.50 easy game, natürlich. Ja. Also, ihr beide wusstet quasi schon ziemlich gut, wie ... Nee, ich hab voll geraten. Nee, ich wusste nicht, aber wie gesagt, ich hab 50 ... Echt, selbst hab ich geraten? Klar. Ich hab halt 50 geraten und hab halt einen abgezogen, weil ... 50 dachte ich mir, tippt halt noch irgendwer. Nur als Jay so hoch erhöht hat, hab ich echt gedacht, der hätte einfach die glatte 50 genommen. Hätt ich mal höher erhöht. Sollt ihr euch mitnehmen? Ich dachte nicht, dass irgendeiner an 50 gezippt hat. Ja, genau, weil Jay ist immer nur mitgegangen und plötzlich erhöht. Ich hab gedacht, ich hab erhöht. Ja, dann dachte ich mir, Moment. Ich lag drüber. Ja, das hätte auch für mich nur ein 20 Kilometer sein können. Das ist so traurig. Da hab ich irgendwie überhaupt nicht mitgedacht. Sehr schön. Also, das war die siebte Frage. Wir kommen jetzt wieder zur achten Frage. Wir kommen jetzt zur achten Frage. Und es ist wieder eine Frage in Kooperation mit Gerhard Steiner. Und, also, ihr seid ja Baumprofis, denk ich mal. Ihr kennt ja, das haben wir ja schon damals bei Brain Battle gesehen, als die Blätter geraten werden mussten. Ich hab im Video eine Buche erkannt. Ja. Dann erhöhen wir eigentlich die Blei. Das wär voll easy. Noch nicht, aber klar. Okay, okay. Alles gut, alles gut. Nee, wollen wir auch nicht. Was soll das, Peter, Alter? Ey, ich bin da ganz bei Peter, Leute. Und du jetzt hier für eine Scheiße. Peter schieb voll den Scheiß. Peter jetzt echt mal. Ich will. So langsam kann mal einer rausfliegen. Erhöhe doch einfach mal. Ich will nicht als Erster gehen. Dann will ich aber, wenn ich rausfliege. Ist doch schön, wenn heute Abend mal alle euch hier noch beglücken. Das ist doch toll. Komm wieder die achte Frage, Achmenno. Einer der meistverbreitetsten Bäume in deutschen Wäldern ist die Fichte. Kugospalme. Fichte ficken, die fichten dich. Man sagt auch gemeine Fichte übrigens. Digi-Ficken, ja. Ja, alles klar. Genau, und darum geht es jetzt. Ja, also wir wollen natürlich auch noch ein bisschen was über die Bäume lernen, die man aufforstet, sozusagen. Fichten gibt es halt wie Sand am Meer. Deswegen kann man davon ausgehen, dass ihr das wisst, diese nächste Frage. Und ich meine, wenn, dann bringt es euch Gerberstein jetzt quasi bei. Die nächste Frage lautet. Wie alt kann ein Exemplar der gemeinen Fichte, einer der in deutschen Wäldern meistverbreitete Baum werden, in Jahren? Wir hätten damals einen Chemielehrer, der war auch ein gemeiner Ficht. Also da gibt es natürlich, ich sag das gleich zur Warnung. Der war wirklich. Ich sag das gleich zur Warnung an den Recherche-Chat. Da gibt es natürlich verschiedene Antworten, sozusagen. Aber das ist sozusagen der Mittelwert. Also man kann ja gucken, wie alt ist der Älteste geworden? Wie alt wären die in Deutschland? Wie alt wären die irgendwo anders? Das heißt, das ist komplett random, deine Art. Nein, das ist der Mittelwert. Das ist genau, das ist der Wert, den man so sagt. Alter, wie alt wird ein Baum? Ja. Ne, ne gemeine Fichte, das ist ganz wichtig. Weil General Sherman zum Beispiel, der ist ja schon richtig alt. Da war ich schon. Das war aber keine Fichte. Vor allem auch keine gemeine Fichte. Ist der Standort von General Sherman nicht geheim? Ne, das ist doch, das ist der Sequoia, das ist der General Sherman. What the fuck ist General Sherman, Junge? Der größte Baum der Erde. Das ist doch ein richtig fetter Baum. Achso, ne, heißt der nicht anders? Da steht in Dark Souls 2, da muss man schlagen, weil der fett ist. Weißt der nicht, aber warte mal, DM Sequoia war doch der General Sherman. Boah, ich hab keine Ahnung, was die Zeit verhoben wird. Da hieß ja auch General, nur anders. Hey, General, nur anders. Ja, genau. General, over. General, over. Alles klar. Du bist doch früher häufig hier La Bruch, ne? Airport Weze, Airport Düsseldorf, wie auch immer, Niederrhein. Du bist ja vorbeigefahren. Da standen doch ganz viele von denen. Echt? Hast du da schon mal einen gesehen? Waren da nicht Nadelbäume, die da standen? Ja. Ja. Das waren Mutationen, das waren Fichten mit Nadel. Ihr habt den Tipp von Frau Eieruhr genommen. Waren hat keine Fichten, die da standen? Ähm, also, was sind denn Fichten, eurer Meinung nach, für Bäume? Nadelbäume? Keine Ahnung. Ja. Gut, dass wir die Basics hier einfach klären. So lange, Peter, die sind so lang, stielartig und haben oben so'n, so'n Kranz. Das sind die Fichtenzapfen, die kennst du ja auch immer, ne? Die guten alten. Boah, Alter, das kann jetzt wieder alles sein, ne? Ich komm mal hier voll rein. Sehr schön. Zehn? Ja, komm. Spiel ich jetzt bis zum Schluss mit den Tipps von Frau Eieruhr oder nicht? Wie ich den jetzt durch? Du könntest vielleicht auf die Hinweise zwischen mir kommen. Ich hätte komplett anders getippt. Toilettenpause. Oh, Christian ist raus. Ich weiß. Taktische Toilettenpause. Ach so, du checkst. Also, ich check. Ja, alles klar. Also, alle noch drin, außer Christian. Jetzt geht er richtig ab. Wir kommen zum ersten Hinweis. Eine gemeine Fichte, die im Jahr der Gründung von Gerolsteiner gepflanzt wurde, kann ohne Probleme immer noch stehen. Darf ich auf meine Flasche gucken? Wenn ihr alle ne Flasche da habt, dann, äh... Nein. Das ist natürlich dann doof. Aber ich hab mir die mit der Flasche schon ganz oft eingeschüttelt und mir die auch schon ganz oft heute angeguckt. Ja, ist die Frage. Wolltest du schon mal gesagt haben. Steht da denn die Gründung drauf überhaupt? Das muss es ja... Also, ich könnte mir das vorstellen, dass auf der Rückseite... Also, ich könnte mir das vorstellen, dass auf der Rückseite... Auf der Rückseite von meiner Flasche steht das vielleicht drauf. Auf der Vorderseite steht das nicht direkt drauf. Aber da ist doch so ein Siegel drauf. Ja, da steht aber Geroldsteiner hat so ein Siegel. Ja, das sehen unsere Zuschauerinnen und Zuschauer gerade auch oben rechts. Ach so. Oh. Oh, im Stream sieht man das auch. Und wie steht da... Steht da das Gründungsjahr drauf? Tja, das ist jetzt die Frage. Weiß... Keine Ahnung. Nein, ich guck nicht in die Richtung der Flasche. Geh weg, Flasche. Ja, kurz noch... Aber das Wasser hat was draus. Komm, lass das... Ja, hab ich drauf geguckt. Das kann ich ja ganz... Das kann ich ja ganz einfach nachgucken, Leute. Ah... Also, ich hab so ne kleine Flasche. Guck mal, ob das da draufsteht. Ich hab so ne kleine Einwegflasche. Ja. Äh, das steht... Also, in dem Logo steht's nicht. Der erste Satz so... Genau, ich hab schon da gegründet. Äh... Seit... Also, es steht da und zwar Qualität seit... Ja, das sagt... Seit wann denn auch? Scheiße. Ja, äh... Check, ne? Alles klar. Ohne Probleme immer noch stehen. Ist halt auch immer wahrscheinlich so... Zwei Jahre danach oder sowas. Ja, das müssen wir auch so. Das könnte... Das könnte wieder sein. A.K.A. Hashtag Andi-Tipps. Genau, fast wieder. Ach komm, die geh ich aber noch hier. Meine Mutti, ey. Wann raced'n du jetzt hier so rein, Junge? Boah, das weißt du doch richtig. Nein, Peter, ich hab gesetzt, Peter. Na ja, stimmt. Hätt'n jetzt doch aber checken können. Ja, echt mal. Den Button hatte ich nicht. Peter, du bist Chipleader. Dein Interesse ist, dass hier nicht so günstig gemacht wird. Ja, das Problem ist, ich weiß die Antwort nicht. Ja, die anderen auch nicht. Ja, das ist richtig. Du bist Chipleader, Christian. Ja, aber der ist nicht dabei. Ja, ich musste auf Klo. Alles schippt. Also, alle, die Sätze-Runde ist vorbei und wir kommen zum zweiten Hinweis. Hätte Johannes Gutenberg zu seinen Lebzeiten eine dieser Fichten gepflanzt, könnten sie heute immer noch schippen. Als wenn, Junge. Check. Ich check auch. Hart reingecheckt. Ja, cool, das ist doch umsonst, Jan, check ich auch. So sieht's aus. Okay, dann decken wir die Antwort auf und danach folgt natürlich eine weitere Sätze-Runde. Die Antwort, eine gemeine Fichte kann ungefähr 600 Jahre alt werden. Mhm. Und Jay ist drin. Puh, ne, da spiele ich jetzt. Also, dann ist das aber ein super Tipp. Also, das kann man ja jetzt sagen, weil auf der Flasche steht Qualität seit 1888. Ja, deswegen steht die auch ohne Probleme. Ja. Ja, stimmt. Ohne Probleme ist bei 600 Jahren natürlich ein sehr großer Zeitraum. Boah, Jay ist schon so ein Naturbursche, ne? Ich hab den Tipp nicht abgegeben, Frau Iowa hat den abgegeben. Als wenn einer von euch 600 Jahre getippt hat. Er muss ja gar nicht. Er muss ja nur ein Jahr mehr haben als ich. Ja, reicht ja 500 Jahre. Das stimmt. Okay, bin ich ja auch bei 1200 gewesen oder sowas. Ich bin halt schon recht weit weg, leider, muss ich leider sagen. Ja, deswegen... Also, die Frage ist immer, wie viel ist recht weit weg? Ja, also, viel Spaß, Jay, ne? Ich bin einfach nicht messbar weit weg. Das ist einfach unendlich. Alles klar. Wart ihr denn dreistellig? Ja. Wir waren dreistellig, ja. Schade. Oh, komm. Ich hatte 110. Ich hatte 111, Leute. Oh mein Gott, scheiße. Sepp spielt schon Metagame gegen meine Zehns. Und, Jay, wie viel hast du? 300? Ich zahle ihn nicht. Ach, okay. Muss ich ja nicht sagen. Jay, muss er auch nicht sagen. Er hättet sich ja zahlen können. Damit der ganze Pott von 2100... Der war bestimmt mehr dran als ich. Ich strecke mich nicht auf. Ja, safe. Du zahlst ja nicht, um das Ergebnis von dem anderen... Erste Runde des Abends. Puh. Aber du zahlst ja nicht, um das Ergebnis von dem anderen gesagt zu bekommen, sondern weil du die Kohle haben willst. Sehr schön. So kann man auch eine Runde gewinnen, indem man einfach alle anderen rauswirft. Ja, so nice. Ja, auch. Aber herzlichen Glückwunsch an Frau Eieruhr. Kannst du direkt weiterleiten. Nein, stimmt. Hat ja gut funktioniert. Ja. Sehr schön. War der Tipp von Frau Eieruhr denn besser als deiner oder schlechter? Oh, der ist gerade weg. Also ich habe gedacht, ich bin da rausgegangen. Ich hatte 170 und dachte mir schon so... Also ich hatte irgendwie... Christian, ich hatte irgendwie im Kopf so, dass der Förster mit uns gesprochen hat, ja, die Bäume werden dann so 200 Jahre alt, 250, dann werden die halt weggeholzt. Ja, genau. Also das ist natürlich... Ist ja nicht immer so. Also nicht jede Fichte wird jetzt auf jeden Fall 600 Jahre alt. Ja, deswegen habe ich 170 reingehauen. Also wenn wir so viele... Wenn wir jetzt alle Fichten pflanzen und 600 Jahre warten, dann haben wir auf jeden Fall irgendwie ein Problem. Ja, aber du guckst... Also darüber haben wir auch gesprochen, du musst sie zwischendurch halt weghäusen, damit neue Bäume ja wieder wachsen können. Die wachsen ja irgendwann nicht mehr so. Jonathan, was mich noch interessieren würde, du musst ja nicht sagen, was du getippt hast, aber wäre dein Tipp besser gewesen als der von vorhin. Nein. Okay. Safe not. Sehr gut. Also, das war die achte Frage. Ich habe 10.000 Punkte. Oh, nice, Peter. Auf die Null zurück. Christian immer noch mit Abstand. 10.000. 10.000. Ach so, mein Gott. Ansonsten relativ nah aneinander, die anderen drei. Also, alles noch offen heute Abend. Das war ich belastend, alles. Wir gehen zur nächsten Frage. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Wie viel Grad Fahrenheit entsprechen dein 100 Grad Celsius? Oh, fuck you. Okay, das kann man schon mal gehört haben. Ja, das war letztens noch bei, äh, Wer steht mit der Show? Aber ich weiß nicht mehr, was das ist. Das ist so ein bisschen die Problematik. Wie, ich habe keine Ahnung, wird das schon gefragt? Nein. Ja, was ist denn da hier überhaupt für die Schummelei? Sie kam, die kocht gerade. Sie kam rein und sagt, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Hä? Du musst doch wissen, wo du stehst. Das ist nicht richtig, scheiße. Okay, bevor ich jetzt stehe, wo du stehst. Warte mal, wie würde ich das denn da umrechnen? 100 Grad Celsius in Fahrenheit. Dankeschön übrigens nochmal an Violent Jeremy Clarkson, 5 Euro. Surströmming schmeckt unter alkoholischem Einfluss nur sehr salzig. Das als Tipp. Und Merlin... Aber wie viel Einfluss musst du denn da haben? Dass du nicht mehr stehen kannst oder ich habe gerade zwei Bier getrunken? Das hat er jetzt leider nicht dazu geschrieben. Merlin hat auch noch 10 Euro dagelassen. Go, Peter! Merlin, du bist der beste Junge! Oh nein! Also, ich hatte... Ich habe potenziell eine falsche Zahl, aber ich hatte im Kopf, wie viel Grad fahren halt 0 Grad Celsius sind. Wie viel denn? Kann ich das dann einfach mal 100 nehmen? So habe ich das nämlich jetzt gerade gemacht. Oh, oder... 0 mal 100, ja. Nein, nicht nur. Ja, genau. 0 mal 100, genau. Du musst die 100 Grad Celsius durch 0 Grad Fahrenheit teilen, Peter. Das ist die Umrechnung. Das ist zu lange hier... Okay, durch 0 teilen ist immer eine gute Idee. Boah! Aber das war doch eine kompliziertere Rechnung, Peter. Das war nicht einfach immer das Doppelte nehmen. Ne, wahrscheinlich nicht, wahr? Ich glaube, ich bin komplett daneben. Aber vielleicht habe ich auch mega luckymäßig getroffen. Ich habe 10 genommen. Nein, darf ich nicht. Oder doch? Ich habe gar keine Ahnung. Habe ich schon angefangen? Nein, noch nicht. Wir warten noch. Jetzt haben wir alle Schätzungen. Das Ganze sieht so aus. Und Peter fängt diesmal an. Der Big Blind ist in 200. Das heißt, du müsstest entweder 200 callen oder... Das heißt, ich kann theoretisch jetzt, ohne was zu bezahlen, diese Runde für mich beenden. Wenn du rausgehst, ja. Das klingt smart. Ja. Klingt Peter echt smart. Hanni, was ist los? Oh Gott, Hanni ist betrunken. Weil jetzt kann sie nicht so Streaming testen. Ich dachte, Frau Dr. Eieruhr wäre betrunken und weiß nicht, wo sie ist. Nee. Hanni hatte heute Weintasting auf Arbeit. Ui. Hatten wir auch letztens. Stimmt, stimmt. Auf der Arbeit. Jetzt los. Wir werden auch auf der Arbeit beim Testing. Alter. Es ist wieder unmöglich hier. Ja, na klar. Christian erhöht auf 400. Die Sache ist, Sepp hatte Physik im Abi. Alter, weißt du, wie lange das her ist? Ja, und? Und Grundkurs. Ja, das ist doch scheißegal, aber das weiß man dann doch, oder? Ja, klar habe ich mir gemerkt, was ich niemals wieder in meinem Leben benutzt habe, wie die Umrechnung von Gratselius im Fahren. Oh, mit your mother war die treibende Kraft für meine Gedanken. Deswegen bin ich auch rausgegangen. Und er callt trotzdem. Ja, alles klar. 200 will ich sehen. 1200 im Pott. Und der erste Hinweis. Die Quersumme der gesuchten Zahl beträgt 5. Cool. Wow. Das kann so viel sein. 500. Naja, aber nicht 600. Also 500 ist ja schon das Höchste dann, oder? Ja. Nee, das stimmt nicht. Könnte ja auch 1000 sein. Stimmt, das könnte ja auch 5000 sein. Oh Gott. Tja. Toller Tipp. Ja, 5000 ist es offensichtlich nicht. Jay, fangen wir an mit dem Tipp. Alles klar. Ich check. Christian wird wieder erhöhen gleich. Ich check auch. Ich lasse ihn mal arbeiten. Taste drücken. Weißt du, dieses... Was denn? Du bist der Chipleader. Du bist doch der Boss hier am Tisch. Wir gehen mit oder nicht? Boss im Tisch. Ja. Freulich. Zack. Weiter geht's. Zack. So unämlich. Scheiße. Nee. Ich weiß, ich bin nicht so schlecht. Peter, streng mal deinen Kopf an. Ich glaube, ich weiß aus einem Videospiel die Antwort. Oh. Oh. Okay. Alles klar. Das heißt... Das heißt von From Software. Nein. Nein! Das heißt in Deutschland auch... Die heißt... Warenheit. Warenheit. Oder heißt es das nicht? Oder ist das falsch? Vielleicht hilft euch ja der zweite Hinweis, weil der Sepp ist rausgegangen. Jay und Christian sind noch drin. Der zweite Hinweis lautet 50 Grad Celsius, entsprechend 122 Grad Fahrenheit. Dann sind es ja nicht 244. Das ist doch ein Tipp, mit dem man vielleicht was anfangen kann. Oder Jay? Okay, Christian, du musst mir das gleich erklären mit dem Spiel. Ich bin gerade zu lost. Ich meine, das ist mir eingefallen, nachdem ich gezippt habe. Deswegen habe ich, glaube ich, eben einmal so scheiße gemacht. Ich hätte auch gerne korrigiert. Ach, 200. Hm. Ah, ey, gut, dass ich ausgegangen bin. Keine Ahnung, wie man hat rechnet. Ich muss kurz mal rechnen. Also, wir haben einmal die, das haben wir. Dann haben wir ... Während Jay rechnet, kann er ein paar Donations vorlesen, zum Beispiel. Blue Dino, 10 Euro. Go Chris, du holst das Ding. Numpy, auch 5 Euro. Andi hat den größten. Das denke ich auch. Peters schwarzes Shirt hat 5 Euro dagelassen mit dem Kommentar. Tag 412, ich klebe immer noch am Snob. Die klebende Wirkung durch Schweiß. Oder Car Wash war nicht erfolgreich. Send Help, Hashtag Free Shirt. Violent Jeremy Clarks hat auch noch mal 5 Euro dagelassen. Also, 2 Bier reichen da, glaube ich, nicht. Also, für Superstrimming vielleicht so 0,7 Liter hochprozentig. Also, eine Normbrunnenflasche. Wäre ja eine gute Video-Idee. Das wäre typisch deutsch. Hätten die sich nicht vernünftigen Namen ausdenken können dafür. The Monkey, 14, 1 Euro. Chris, du Player, mach sie fertig. Kuss auf die Nuss. Ashton oder Esch, 10 Kutscher, 5 Euro. Danke für euren regelmäßig geilen Content und herzlichen Glückwunsch, Peter. Chris, hol dir das Ding. MCM 90, 5 Euro. Das ist halt das Problem. Ich weiß halt nicht, ob Christian da gut drin ist oder nicht. Der Christian hat so viele Coins, der kann dich halt die ganze Zeit ausbrodern. Die Sache ist, also die richtige Antwort ist 203, 212, 221, 230 oder 320. Ich glaube, was anderes ist so logisch. Hast du 230 gehabt? Ja, 230 hatte ich gehabt in der Aufzählung. 320 wird zu hoch sein. 320 ist zu hoch. Aber du kannst ja deine Antwort jetzt nicht mehr ändern. Nee, ich kann meine Antwort nicht reden, aber ich kann zumindest predikten, was die... Das heißt, ich weiß zumindest, was ich ja getippt habe. Ich weiß, wie nah ich an den vier richtigen Antworten bin, die ich mir gerade da zusammengerechnet habe. Und das ist mir nah genug, als dass ich sagen kann, ich gehe als erstes vom Tisch. Oder auch nicht. Und damit kann ich leben, wenn ich wieder so eng das verliere, dann ist es eben halt so. Ich hoffe nicht, dass Christian wirklich die richtige Zahl hat. Christian war auch echt häufig in Amerika. Ich glaube, die richtige Zahl habe ich nicht. Christian geht mit. Das ist 221, korrekt. Ich dachte, Fahrenheit 212 heißt es. Fahrenheit 212? Ja, was ist das für ein Spiel? Das weiß ich auch nicht mehr, aber das kam mir erst in den Sinn, als ich getippt habe. Weiß ich nicht. Die richtige Antwort, denkt dran, es gibt noch eine Setzrunde. Die richtige Antwort sind... 212 Grad Fahrenheit. Oh! Oh, das ist belastend. Oh, ich check. Oh Gott, ist das belastend, Alter. Was hast du, Bram? Oh, ich war ganz weit weg, das ergebegegen, ergebe ich mich, weil ich so weit weg bin. Ja. Was hast du 212? Na ja, hat Jan nicht gerade gesagt, er will all in gehen? Habe ich das komplett falsch verstanden? Ja, ich gehe im Zweifel als erstes vom Zweifel. Ich habe jetzt hier voll die Action erwartet. Übrigens, wenn ihr es euch ausrechnen wollt, ist es ganz einfach. Man nimmt einfach die 100 Grad Celsius, rechnet das mal neun Fünftel und addiert dann noch 32 drauf. Das ist die... Ah, ja, total einfach. Vor allem ohne Taschenrechner auch richtig simpel. Neun Fünftel? Ja. Wie nah bist du dran? Das ist ja dumm. Meine Quersumme ist nicht 5. Na ja, die Mucke ist so spannend, ne? Entweder check ich auch oder ich setz J auf. Dann setz die 9 in Ich check Alles klar Hättest du mich auch nicht nah genug Hättest du mich 9 in gesetzt, wäre ich rausgegangen Oder wäre noch besser gewesen Ja okay, aber hey Dann kommen wir zum Showdown, wer hat noch mal zuletzt geraced? Ich glaube Das war Ich Ich habe vorhin gesetzt Okay, wir beginnen mit Jay, die richtige Antwort sind 212 Grad Fahrenheit Jay sagt 227 Grad Fahrenheit, Christian sagt 200 Grad Fahrenheit Damit ist Christian näher dran Oh So knapp Christian Machst du nix heute Das ist ja toll Oh Jay Stark 3 Grad 50 Cent Ich habe fast gedacht, du kannst das ausrechnen Ich habe 200 getippt Eingeloggt und dann ist mir eingefallen Alter, fuck Fahrenheit 212 Ist das ein, heißt das Spiel Fahrenheit 212? Irgendwoher kenne ich das Fahrenheit 212 Oder ist das eine Serie? Oder ist das eine Serie? Oder ein Film Oder ein Film Oder ein Film Oder ein Film Woher kenne ich Fahrenheit 212 Oder 212 Fahrenheit? Das ist irgendein Ist ne Band Wow Ein Buch Fahrenheit 451 ist nochmal was anderes, ne? Ne, 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 ne Ich meine schon 212 Ein Buch Ich kenne auch Ich kenne auch so ein Ist das nicht Genau, 415 Fahrenheit 415 Eine Rockband Okay Okay Vielleicht habe ich die schon Was ist denn Kelvin? Kelvin ist die Ja, aber welche Temperatur waren 100 Grad? Ich dachte, ich war mir echt nicht sicher, ob ich 227 Grad Kelvin eingegeben habe Oder Fahrenheit Kelvin ist ja wie Celsius, nur dass die bei einem anderen Nullpunkt anfangen Genau Genau, beim absoluten Nullpunkt Die, also 1 Grad fahren halt sind ja nicht 1 Grad Celsius So ein Abstand ist falsch Ist dann übrigens nicht mal 9,5, sondern mal 5,9 Aber, äh, meine ich Wenn der Chat da eben richtig recht hatte Außer ich hatte wieder recht Genau, also dieses 200 Was ich schon wahrscheinlicher halte Ja Also bei 0 Grad Also bei diesem absoluten 0 Grad War das bei Kelvin 0 Grad gefriert auch Luft, oder? Alles gefriert Ja, ja, deswegen Also dann gefriert alles Das ist dieses minus 200 Wie der Chat sagt Genau Minus 273 Grad Ja 9,5 ist wieder richtig Also Chat Ich bin sehr unangenehm Sonst würde das ja nicht hinkommen, oder nicht? Sag ich doch, Andi Also im Zweifel erstmal dir vertrauen Ja, genau Äh, sehr gut Äh, wir spielen jetzt die letzte Frage mit den aktuellen Blinds Dann haben wir erhöht Weil dann haben wir Oh, 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 oh Damit hier auch mal ein bisschen was passiert, ne? Also Christian für 25 Oh ne, ist eigentlich ganz nett heute Damit hier ein bisschen was passiert, ne? Äh, Sepp und Jay aktuell mit Gleichstand Äh, danach haben wir Also mein Mindgame ist heute beschissen Genau, Chris Ja Äh, gehen wir direkt Äh, achso Äh, machen wir grad noch Donations Alentros 5 Euro Hashtag Chris Ultras Also viele heute auf Chris-Seite Ähm Und bei dem dicken Konto, ne? Ja, die Erfolgsfans Kann ich mich bei dir eigentlich auch so ein bisschen einschleimen? Ich mag die Hast du dann noch was? Das wird toll Ja, und äh, Lord of Patriots hat nochmal 5 Euro da Oder hat 5 Euro da gelassen Ähm Ey, Brammen Was sitzt nochmal auf einem Baum und schreit Aha Weiß ich nicht Ein Uru mit Sprachfehler Stark Nächste Frage Es ist die zehnte Und es ist, äh Es ist wieder eine Frage von Geroldsteiner Es geht nochmal um den Zukunftswald Äh, Christian und Sepp waren ja da Die anderen haben das Ganze Und auch ihr eventuell Das in Videos gesehen Ähm Und wer weiß Vielleicht wurde euch da folgende Information schon genannt Die euch jetzt bei dieser Frage weiterhelfen könnte Äh, wir werden es jetzt gleich sehen Die Frage lautet Wie viele Bäume Wurden denn im Geroldsteiner Zukunftswald bisher gepflanzt? Wir haben vorhin schon gehört Wann der ganze Zwischenfrage? Ja Äh, nur in diesem Zukunftswald? Ja Weil, soweit ich weiß Jetzt hat Geroldsteiner ja mehrere Flächen Äh, es geht um den Zukunftswald Äh, Christian, es kann sein Dass der Zukunftswald die mehreren Flächen beinhaltet Weißt du, dass der Zukunftswald der Oberbegriff ist Aber das nicht, also nicht an einen Spot gekoppelt ist Peter, was guckst du in die Luft, ja? Ja, pass auf folgendes Wir haben ja Ich hab ja Werbung gemacht für diese Seite Wo man Bäume pflanzen kann Oh ja Da musste ich auch kurz auf diese Seite gehen Oh ja Da steht's auf jeden Fall Oh ja Ja, passt auf Also es geht um, äh, die bisherigen Flächen Des Geroldsteiner Zukunftswaldes Alle Okay Also wenn ihr alle meine Insta-Story guckt Und klickt auf den Link, den ich heute gepostet hab Und scrollt da runter Bei mir genauso Das könnte sein Also ich weiß nicht, ob die, ob die Zahlen natürlich auf der Webseite aktuell Das kann ich mich daran erinnern Ein, ein, ein Confidential Paper von Geroldstein dazugespielt bekommen Sehr aktuell Und da steht auf jeden Fall die richtige Zahl drin Warum ist das Confidential? Wieso ist das aktuell nicht die Webseite? Ach so Weiß ich nicht Weiß ich nicht, ob die die Webseite aktualisiert haben Ich weiß es nicht, was da steht auf der Webseite Ich würde nur sagen, es könnte eine andere Zahl sein Das ändert sich ja Ja, werden ja immer mehr gepflanzt Warte mal Scheiße Da haben wir auch drüber gesprochen, Christian Und das Fickt mich hart Das Problem ist Ever Auf allen Flächen Ever Dann scheiße Das wurde auch achtmal gesagt In dem Take, der irgendwie fünfmal gedreht wurde Weil sich nie in diesem Baum stand Doppelt gesagt Das Problem ist Hey, mehrfach aufgenommen Das Problem ist, dass ich Also wir nicht Die Fram ist der Einzige, der noch keine Schätzung abgegeben hat Äh, okay, komm her Hab keine Ahnung Sehr gut Ähm Ich hab gerade im Chat gelesen Der Stand der Webseite ist April 2020 Ich hab Zahlen vom September 2021 Also Die Webseite Hängt dann offenbar ein bisschen nach Völlig belassen Äh Das hier sind die Schätzungen Aber dafür müsste ich mich überhaupt mal erinnern können Und Brammen beginnt Es werden ja wieder ein paar Paa 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 Äh Bäume gerupft Gerupft Ja Das ist gut Christian und ich haben welche mitgegen das zu tun in der Garten Aber selbst wenn die die wieder rausziehen Würden die, werden die ja trotzdem gepflanzt mit das aufstellen Das stimmt Er ist smart Ach ist das Ui Christian könnte den Big Blind mitgehen Er könnte Also Erhöhen Motherfuckers Das ist unmöglich gegen Christian Oder Sepp dazu gewinnen Weiß ich nicht Ich hab mir das angeguckt Das ist unmöglich Peter hat sich das auch noch angeguckt Ja ich musste ja Ich musste den Link ja checken Ich hab für den Mathe-Test nicht gelernt heute Musste den ja posten Da will ich wissen Ob der Link den ich poste auch funktioniert Ich hab da nur durchgescrollt Aber ich hab ne Zahl im Kopf Ich poste den morgen erst Also Peter Das ist echt scheiße Peter, Christian und Sepp Andi ich brauch jetzt einen Hinweis Der zumindest Ne Richtung vorgibt Das könnte Der folgende Hinweis Hinweis sein Wir haben ein ganz Genauso viele Mitarbeiter Bei Irgendem komischen Konzern aus Afrika Den noch nie einer gehört hat Nein Wir machen einen klassischen Ich würde sagen Einen klassischen Galileo-Hinweis Der lautet so Der Zukunftswald hat eine Gesamtfläche Von etwa 100 Fußballfeldern Ich checke Ich checke Ich checke Ich checke Alles klar Solche Tipps werden einfach übercheckt Okay Okay Dann gehen wir direkt weiter zum zweiten Tipp Der kann euch auch was bringen Das sind keine schlechten Tipps Komm Alleine 2019 wurden 12.900 Bäume gepflanzt 2019 Nur 2019 Ich checke 2.800 ist glaube ich dann nicht die richtige Antwort Oder? Habe ich mich um ein paar Nullen vielleicht Ich checke auch Jetzt 9K Ich bin Schiplied Ach du bist so ein Arschloch Ach komm Christian Was soll ich denn die kacke? Höht auf 1.800 Das ist doch mal ein Tipp Da Dankeschön Fußballfelder Also Ich hoffe das ist eine Exponentialkurve Ich glaube das ist sie tatsächlich Ich hoffe nicht Ich hoffe nicht Weil sonst wäre mein Tipp voll daneben Ich war mir irgendwie sicher Habe ich das falsch im Kopf? Habe ich das falsch im Kopf? Du musst halt ja nicht mal falsch im Kopf haben Vielleicht seid ihr beide einfach fucking nah dran Ey Peter lass zusammen spielen Nein Ich habe mehr als 12.000 Bäume Ja krass sick Alter Ja nice Ich nicht Sepp Also Peter Der kann ja auch einfach eine Confidence sein Weil der auch richtig ist Vergiss das nicht Boah nee Ich kann doch nicht jetzt 12.000 Ich habe nicht mehr so Nee Lecko Fucko 600 für nix reingetratet Sehr schön Eieiei Peter und Christian noch drin Ein bisschen Motivation für euch Von Silence Lele 5 Euro Bisschen Luck für Jay Ja gut bringt jetzt nix Sozi Luca 10 Euro Ist Team Peter Sozi Luca Junge Nice Warum war das Peter gerade so abwertend? Zimur ist mit 5 Euro auch für Jay Auch wenn er vielleicht als erstes vom Tisch geht Steht er noch dabei Habe ich jetzt nicht gesagt Gut Kommen wir zur Antwort und zur letzten Setzrunde Bisher wurden im Gerolsteiner Zukunftswald 86.000 Bäume gepflanzt Peter fängt an Und Christian ist auch noch drin Wenn du vorne eine 8 stehen hast Vielleicht eine 6 Dann bist du gut dabei Den Chip gebe ich dir Ich hätte das nicht gehen sollen Cordula hat nochmal ein paar Subs dargestellt Die Website hat nicht 6 450 Oh nice Was ist das denn für mein Trick Ich setze nicht genug um Confident zu wirken Aber auch nicht so wie ich das Dann meinte ich mir feig Kannst du mal die Schnauze halten vielleicht Ich habe die falsche Zahl genommen Peter Ich dachte ihr geht beide raus Ich habe auf der Webseite steht Bisher wurden insgesamt 84.000 Bäume gepflanzt Das ist die eine Zahl Auf der anderen steht Irgendwie Keine Ahnung Bisher von den Usern wurden 6.500 gepflanzt Oder 6.000 irgendwas Die 6.000 Zahlen habe ich auch im Kopf Aber ist die nicht nur dieses Jahr Die 6.000 bisher Ich weiß es nicht Aber das waren die zwei Zahlen Die auf diesem Zeitstrahl da sind Oder da standen Und Was geile ist Mein Gedächtnis ist so scheiße Ich habe die Zahlfalt im Kopf gehabt Und habe aber immerhin 49.000 getippt Immerhin Also damit bin ich dann auch noch leer dran Wenn du so 6.000 getippt hast Ich habe eigentlich gehofft Bei 1.000 geht ihr beide raus Weil Seb auch nicht mehr so viel hat Aber Peter hat dann eiskalt Da geh mit Da dachte ich mir Ja scheiße Da war ich mir noch sicher Dass meine Zahl echt gut ist Da war alles klar Nee Dann ist es vorbei Sehr schön Damit gehen wir 4.650 Auf das Konto von Peter Der ist immer noch Zweiter Mit 12.400 Christian immer noch Chip Leader Mit 18.700 Aber Dann müssten doch jetzt einfach nur Wenn die Hälfte der Leute Gerade im Stream Auf die Website klicken würden Hätten wir jetzt schon Die Anzahl der Bäume verdoppelt Für dieses Jahr, oder? Das stimmt allerdings Ja Die Sache ist nur Ich bin mir nicht so ganz sicher Darf man aktuell mal auf die Hier Pflanzenseite gucken? Oder besser nicht? Fragst du mich doch Du kannst da gerne mal drauf Ich würde jetzt Ich würde jetzt an irgendeiner Stelle Nicht da drauf klicken Aber Ähm Leute macht das doch mal Drop mal einen Link Ja warte ich arbeite dran Achso hast du schon Hast du auch einen Cookie hat schon Cookie macht gerade Ist das ein Tracking Link Oder ist das einfach Weil Ich will ja auch Das Geräuschsteiner sieht Wir haben Tracking Links Ja Also wäre ganz cool Wenn ihr nicht einfach den Link nehmt Sondern vielleicht RIP Webseite Instant down Mega Ja kein Problem Peter Ja genau Also ihr könnt auf die Webseite gehen Falls ihr denn online wisst Ja Maria du hast recht Wir haben mir den vorher nicht geschickt Das ist unsere Schuld Wir sagen ja gar nicht Hier Tracking Link Tracking Link Tracking Link Da bitte da drauf klicken Nein Nimm nicht den Nur den verteilen Warum nicht? Nimm lieber den von Christi Wir haben nur Tracking Links Ja wir haben unterschiedliche Die haben natürlich nicht eingemacht Sondern die haben natürlich Aber nehmt dann Von mir aus auch den von Christi Das ist auch cool Scheißegal Aber Hauptsache nehmt nicht den Gott Nehmt nicht den Den nochmal Ich glaube gerade Mein Spiel hat sich gerade zurückgesetzt Achso was ich Was ich auf der Seite Cool Ich hab 10.000 Ich hab 10.000 Hey Ich bin weg Da muss ich gerade mal gucken Wie viel ihr eben noch hattet Ja Ich hatte 65.000 Ähm Man kann doch live Wir können doch live zurückspulen Ja wir können jetzt Ja ja da bitte Ähm Was mich interessiert ist Die schreiben ja nicht dabei Also ne Wenn du jetzt sagst Ich pflanze mir da so einen Baum Dann wird der ja nicht Nächste Woche direkt gepflanzt Oder morgen Sondern Weiß Frag mich ob das dann An die Liste hinten dran Gehangen wird Die Seite ist kaputt Ja sehr gut Sehr gut Äh Andi weißt du wie das geht Oder soll ich für dich nachgucken Äh guck mal gerade bitte nach Ja Guck mal jetzt habt ihr nicht nur Die Gerberstein der Webseite abgeschlossen Sondern doch irgendwie hier mein System Äh super Vor allem hatten wir schon ausgezahlt Ja Ja wir hatten schon ausgezahlt Okay Pass auf folgende Zahlen Äh Peter 12.400 Ja Achso Bram 7.300 Ja Wiegt wenig Christian 18.700 Mhm Jonathan 6.100 Mhm Sebastian 5.500 Sehr gut Vielen Dank Er hat sich schon wieder zurückgesetzt Sehr gut Was ist jetzt los Leute Es liegt bestimmt wieder am Chat hier Ich hab's noch offen Ja sehr gut Das sollte nicht passieren Sollen wir sonst eine Runde Ach nee geht ja nicht mit den Fragen Äh wir starten einfach mal die nächste Äh nächste Frage Ich guck mal einfach Was passiert Äh Dann könnt ihr gleich noch mal Genau meine Dampfmaschine Was Dann können wir gleich noch mal gucken Hier Und ihr könnt dann Direkt all in Und ihr könnt dann gleich auch Äh nochmal auf die Webseite gehen Falls die denn dann wieder funktioniert Schauen wir mal was jetzt hier als erste Frage kommt Ach die hatten wir ja schon mal Sehr gut Ja aber ist doch super Können wir die nochmal spielen Ach du Scheiße Äh Warte mal 1.600 Sehr gut Äh 73 war das Achso das hat sich so zurück Spielen wir das hier gerade einmal durch Ja guck mal Ich hab's doch recht Weiß ich krieg 900 Ja 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 Wir spielen das hier einmal jetzt durch Alles gut Alles gut Alles gut Alles gut Während Sepp hier sowieso noch auf Toilette ist Können wir jetzt eh nichts machen Äh Das ist jetzt hier Das ist wie so ein Highlight Genau Setz dich eigentlich immer Dann werde ich das auch noch mal kurz machen Ich muss noch mal an einem Essen gucken Also es gibt jetzt hier quasi nochmal Diese Fragen haben wir schon gespielt Ihr kennt das ja aus den großen Samstagabendshows Die ganzen Dass man sich nochmal alles anguckt Die ganzen Highlights Und bei uns waren alle Fragen Highlights Vor allem die Hinweise Äh Deswegen gehen wir den natürlich Also noch einmal durch hier Ey das ist krass Unser Haus ist so Ist abgeschirmt Sobald ich diesen Raum verlasse Hab ich mit den Kopfhörern schon keinen Empfang mehr Hm Das ist In der alten Wohnung konnte ich Ich drei Räume durch Bis in den Flur Und hatte noch Empfang Was Was ist das so scheiße So Bei Sender hinballern 212 Sind wir gleich da Das ist die zehnte Frage Die hatten wir eben 86.000 glaube ich Boah Wenn ich jetzt setze Gewinne ich dann Sehr gut Äh Jetzt brauche ich nochmal Die aktuellen Stände Peter 1.300 Mhm Christian 18.700 Ja Jonathan 6.100 Ja Ich glaube ich nicht Sebastian 5.500 Ja Dankeschön Ja Sehr gut Hoffen wir dass das so bleibt Und Äh Voll nice wie viele Leute jetzt Bäume gepflanzt haben Website ist wieder online Dann könnt ihr auf den Tracking Link gehen Den äh Unsere Mods jetzt hier posten Ja Und dann werdet ihr sehen worum es geht Ihr könnt nämlich ja auch aktiv werden Ist ja klar Voll weit Ja Sehr gut Da fehlen 50 Chips Leute Oh Gott Ist ja bei mir auf dem Konto Ne 50 Chips Ja Ah Okay Dann warten wir noch kurz auf Christian Der äh Auch noch ein Bäumchen Pflanzen ist Ich guck mal grad Ob wir noch ein paar Donations hatten Das äh Simon Hatten wir Vorgelesen Genau So macht man Witz Hat noch 5 Euro dagelassen Ey Bram Ja Was kann nicht schwimmen Und ist gelb Ein Bagger Ein Schaufelbagger Richtig Alter Ich hätte jetzt gesagt Eine Biene Oder hier Bram Von Bonaparte Auch mit 5 Euro Warum Warum verliert Also ich weiß nicht Ob er das vorlesen sollte Das lese ich nicht vor Tut mir leid Nee das kann ich nicht vorlesen Herakles hat auch noch 5 Euro dagelassen Mir ist egal wer gewinnt Hauptsache Alle haben einen schönen Abend Und hoffentlich gewinnt Sepp Stimmt Sehr gut Sozi Luca nochmal 10 Euro Der gerade im Zug sitzt Das auch noch Sozi Luca 10 Euro Jawohl Peter Weiter so Hashtag Team Peter Ähm Und Reining Man 4 Euro die Donations Lese ich auch nicht vor Tut mir leid Also so weit müssen wir jetzt hier nicht gehen Alles klar Danke schön Christian ist wieder da 600 Einzelhandelsunternehmen Einzelhandelsunternehmen Da wird nicht mal Supermarkt benutzt Was häng mir was los Alter ich hab keine Ahnung Was wären denn noch Einzelhandelsunternehmen mit Kassen Meinst du Ikea war der erste oder was Früher gab es ja keine Supermärkte Sondern halt nur so Tante Emma Laden um die Ecke gehabt Okay du hast mich gerade voll rausgebracht weil ich dachte Ja sorry Bleiben da Christian hat mir mal gesagt wenn man eine Idee hatte nicht nochmal wechseln Ja da hast du mir gesagt Na guck mal wie er sich gegenseitig befruchtet Wieder einfach so ein Absolutes Raten Du hast gesagt das erste Bauchgefühl was man hat soll man nicht wechseln Keine Ahnung Und wenn man erst Bauchgefühl sagt ich muss zu mir Alter Oh Gott Alle haben ihre Schätzung abgegeben Der Big Planet ist 600 Das heißt Christian Entweder raus oder die 600 callen Oder sogar weiter hoch Ja da geh ich natürlich mal mindestens mit Äh Piep Jay ist tot Äh Piep Sepp ist tot Ja guck mal die 300 gehen wir noch hier schön mit Das ist doch bescheuert Was soll denn das Das blödeste wäre Das blödeste wäre wenn ich jetzt gegen Peter spiele Das bringt gar nichts Ja doch mega Eine Frage die vielleicht Spielst du ja noch gegen Bram Bram könnte checken Bram kann ja sogar raisen Genau Ja Ich check Bram hat er bestimmt in einer Netflix Doku gesehen Über Scanner bei Kassen Der erste Hinweis Ist finde ich ein guter Wenn man in Geschichte aufgepasst hat Und das habt ihr ja Das weiß ich Jetzt kommt wieder die Der eine Bruder von den Amigos ist geboren worden Nee Im selben Jahr wurde Hans-Martin Schleyer von der RAF Entführt und ermordet Da sagt er nix Alter Da hab ich eine Jahreszahl im Kopf Ja ich auch Ich checke Das war noch vor unserer Geburt oder Wer weiß Ich weiß wo das war War das an deinem Geburtstag Nee Geburtstag Ich checke auch Christian ist noch 87 geboren ne Ha Dankeschön Bitteschön Ich werde immer jung Ich kriege ein paar Chips Hätte ich Hätte ich jetzt hier Wie heißt das Reelle Chips Würde ich hier Bücher ergeben Ja ey Ich habe reelle Chips oben Ach komm Christian Stachelhaus Hallo du hast gerade selber gesagt Ich habe eine Jahreszahl im Kopf Also Ja aber Jetzt regst du dich auf Aber nicht die Jahreszahl im Kopf Die ich da stehen habe Boah Also nur noch Bram und Christian drin Bram Bauchgefühl Ja Glück Glück War das War das die Entführung 76 Zur München Du meinst die Olympiade in München Olympiade Ja Da wurde nicht Hans-Martin Schleyer entführt Und die Olympiade war glaube ich auch 72 Oder 74 Aber der wurde in den 70ern entführt oder Genau in den 70ern RAF ist doch 70er oder RAF habe ich auch 70er im Kopf Das ist richtig Wir können jetzt ja mal weitergehen Christian hat er sowieso schon Noch oder Der zweite Hinweis wäre Der Strichcode wurde 1973 in Nordamerika eingeführt Und in Deutschland Ich kann sitzen Nein bitte nicht In Deutschland ist man ja immer ein bisschen hinten dran Wobei würde dir jetzt eh nichts bringen In Deutschland eingeführt 1977 durch die Karl-Doderer-KG Nur für euch zur Info Das ist bestimmt einen besseren Tipp als ich Möchtest du Ich war unter 10 weg Ja ich war weiter weg Ich war auch unter 10 weg Ich war noch bei meiner Mickey Maus Das ist ja belastend schon wieder Ja die Ich war auch unter 8 weg War unter 7 weg Ich war auch unter 7 weg Unter 6 Ich auch Ich auch Ja Okay ich hatte 1972 83 Oh Gott sei Dank hast du Oh ich hatte 82 Schade Läuft heute Mein Gott Sehr schön Also die 2300 gehen eben mal so auf das Konto von Christian Das war gar kein Problem Ich mach mich wahnsinnig der Junge Der ist echt gut am Stich Ja Peter Ich hätte lieber gehabt Wenn Zepp oder Jader geblieben wären Ja die sollen mal all in gehen Nee Na ich geh erst all in Wenn ich da auch Ahnung von hab Nee du musst doch nicht mit 6000 all in gehen Also Naja du callst das ja aus der Porto Kassi Ey sei denn du hast genau getroffen Dann kannst du auch mit 2 Millionen all in gehen So Kurz mal Wieso hören Alles klar nice Ja Lord of Persuids hat noch 5 Euro dagelassen Der Tobi Nix Gutes mehr gemacht Hat 10 Euro dagelassen Ey Bram Ja Was hängt am Baum und schaut zum Fenster rein Haha Das weiß ich nicht mehr Irgendeine komische Banane Ein Spannzapfen Mr. Freshpack hat auch 15 Euro donated Bram Okay Ja Was ist gelb und kann nicht schwimmen Ein Bagger Hatten wir eben schon Ja der Bagger Aber warum kann er nicht schwimmen Weil er nur einen Arm hat Richtig Dein bester Fan hat auch noch 5 Euro dagelassen Hallo Jungs Gucke euch schon seit Jahren Und feiere euch immer noch Macht weiter so Hallo PS Bin Ich bin Wirklich Pete's Meets bester Fan Aha Ja Auf jeden Fall ist dein Spruch besser als die Witze die bisher kam Aber hey Also wir werten da nicht so krass Bester Fan Die Witze sind super Beste Zuschauerin Bester Zuschauer Best Fans Bands Best Fans Best Fans Astero 32 hat auch noch 5 Euro dagelassen Ey Bram Ja Was ist rot gefährlich und hängt von einem Baum Irgendeine Kirsche Ja eine Kirsche mit einem Sturmgewehr Hashtag Peter Wins Darlos Witze Buch Darlos Witze Buch 5 Euro dagelassen Ey Bram Ja Was ist das beste Weihnachtsgeschenk Weiß ich nicht Eine kaputte Trommel Die ist nämlich unschlagbar Wow Ich find's gut Also besser als die Witze ist Bram Zerstörerisches Ja Ich könnte noch so weitermachen Manni hat 2,50 Euro dagelassen Ey Bram Ne unter 5 Euro lesen Keine Witze Okay BlumenFX 5 Euro Ey Bram Oh ja Was ist rot und schlecht für die Zähne Äh Irgendeine Erdbeere Ne ein Ziegelstein Okay Ich werd darüber nicht lachen Ich werd darüber lachen Ihr so Wie könnt ihr eure Kohle da reinstecken Ja Um Bram zu beglücken Oder Eventuell auch Peter Von Ernie Lee Hat nämlich auch 10 Euro dagelassen Peter die Summe der ersten 4 Zahlen 1,2,3 und 4 ergibt 10 Ein Zeichen der Vollkommenheit Oh mein Gott Also musst du 4 Kinder kriegen mit Hanni Oh mein Gott Also noch viel Arbeit bei dir Immer gefährlich mit diesen Jetzt heiratet doch mal Oder bekommt mal Kinder Ja Ja Peter mach doch mal Easy Ey Peter Also Das kommt ja nicht nur von Von den Leuten Irgendwie so aus dem Chat oder so Wart mal ab Hast du schon ein richtiges Family Treffen gehabt So alle Ne Das kommt noch Wo geht's denn los Vor allen Dingen die Die Frauen So Tanten und so Die sind da immer ganz groß drin Dann kommen die mal an Ne Und dann Tätscheln die der Frauen Auf den Bauch Oh mein Gott Alter Alter Holy Shit Also nicht weil die dick ist Oder so Direkt Freundschaft Beendet So was geht gar nicht Die Verwandtschaft Kannst du ja nicht beenden Ja doch Deshalb erst Kind machen Und dann heiraten Ja doch Ja einfach nicht mehr mit denen reden Fertig Ja aber dann ist es trotzdem Nicht beendet Die Verwandtschaft Ja das stimmt Da sind wir natürlich immer noch verwandt Töten Lenken wir das Thema Wieder auf die wichtigen Fragen Haben wir dann noch eine Frage Von Danki zum Beispiel Hat 10 Euro dagelassen Ey Bram Ja Warum können Bienen so gut rechnen Weil die immer Weil die Summen Weil die den ganzen Tag mit Summen beschäftigt sind Sehr gut Genau Und wir gehen jetzt auch direkt zur zwölften Frage über Auch wieder in Kooperation mit Gerolsteiner Und wir müssen jetzt natürlich Jetzt haben wir ein bisschen was über Wälder kennengelernt Jetzt haben wir uns mit Bäumen beschäftigt Warum ist Aufforstung gut Warum sind Mischwälder super Aber es geht jetzt auch mal ein bisschen hier um den Waldboden Und dazu Ist die folgende Frage Wie viel Liter Wasser Können die oberen 10 cm Eines Waldbodens Pro Quadratmeter Bei Niederschlag speichern In Litern Das hängt ja immer davon ab Ob das jetzt Torfboden ist Lehmboden oder sonst was Oder Ja aber ein klassischer Waldboden Also da ist ja So eine Humusschicht Nennt man das ja Obendrauf Nussschicht Humussschicht Und zwar nicht das was Was Mikkel gerne ist Sondern Alte Blätter Und Davon die 10 cm Ist der glaube ich auch gerne Auf Quadratmeter Auf ein Quadratmeter Genau ja Das mag Mikkel auch sehr gerne Zarp hat einen Baum gepflanzt gerade Herzlichen Glückwunsch Speichern heißt Kann man auch mal in Chat schreiben Speichern bedeutet Wenn ich weiter Wasser draufkippen würde An dem Punkt wo es umkippt Würde das dann nicht mehr Unten in den Boden einziehen Genau so Man sagt Also diese 10 cm Diese oberen 10 cm Von einem Quadratmeter Waldboden Können genauso viel Niederschlag speichern In Litern Genau Also wenn ich meine Pflanzen gieße Im Sommer Geht das immer direkt nach unten durch Und dann tropft das aus der Vase raus Hast du den Waldboden da drin Oder hast du den Meer Ja klar Ich hab nur Waldboden Also okay Geh mal in den Zukunftswald Und dann grabe ich mir da ein bisschen Erde raus Und dann Erddieb Oh mein Gott Ach ich bin ein Big Blind Das ist Ja Bram hat geschätzt Dann können wir halt noch Eine Frage klären Von Nightdrive Für 5 Euro Ey Bram Was jagt Mäuse im Dunkeln Und grüßt freundlich Ein Huhu Wie soll man sich da konzentrieren Und irgendwas überlegen Ich bin wenigstens zu der Erkenntnis gekommen Dass hätte da maximal 100 Liter sein können Das hab ich aber echt für gebraucht Das ist äh Kann man nicht Das ist aber eine interessante Erkenntnis Bram da bin ich ganz bei dir Warum haben wir denn noch nicht angefangen? Hm Weil J Weil ich noch überlege Ah So Lea möchte zum Beispiel noch Beitragen Für 5 Euro Ey Bram Ich bin so unentschlossen Als japanischer Krieger Wäre ich ein Ja Alles klar Price the sun Danke War eine gute Information Boah Wir machen Boah Das ist ganz schön Bullshit Weil ich das ja gerade eingetragen habe Glaube ich Wir warten noch alle auf J Ja Ja Batman404 hat auch 5 Euro dagelassen Ey Bram Was haben eine Ballerina Ein Rad und Chris in Formel 1 gemeinsam Alle schlagen ein Rad Nein alle drei drehen sich die ganze Zeit Sorry Chris Wow Ja da hat er aber recht Also Ja J hat mittlerweile auch eine Schätzung abgegeben Yes Ihr seht sie alle Und J darf auch anfangen Ja Ich sehe sie nicht Und isst direkt raus Wow Du hast jetzt so lange überlegt Um direkt raus zu Dein Scheiß Ernst Hey what the fuck Ja Ich sehe mich da nicht bei den Tipps Da bin ich zu weit weg Wir haben noch keinen Tipp Ja bei den Ja bei den bisherigen Tipps Meinen Tipp bin ich da nicht Sehe ich mich da nicht Ich wurde so gedrängt von euch Da habe ich einfach dann irgendeine Zahl eingegeben Und das war mir für nicht gefangen Ach so Ich war so gedreht 15 Minuten Oh Peter Ja Ich habe schon Runden geholt Ja Ich stecke Christian checkt Und Der erste Hinweis Würde es Bier regnen Könnte man auf dem Oktoberfest Für einen Quadratmeter Waldboden Aktuell etwa 570 Euro verlangen Wenn denn auch Ein Liter Bier Gleich ein Liter Wasser ist Bei Waldboden Hast du gerade gesagt Scheiß ich brauche einen Taschenrechner Christian Einen Stift habe ich gesehen Wie kommst du denn auf Taschenrechner Ich habe es echt nicht verstanden Oder Was war denn die Frage Jay Ja ich meine Bier und Wasser Kann denn ein Waldboden auch Ein Liter Bier Gleich ein Liter Wasser speichern Das müsste man mal testen Ich wollte nur mal deine Tipps hinterfragen Du bist ja raus Ich sage dazu gar nichts Und Bram ist dran Ja Was kostet denn so ein Maß Bier Achso Bram ne Ja Darkhold 3 Ist auch noch für 5 Euro dabei Was essen Autos am liebsten Leifen Parkplätzchen So du bist dran Warum hast du noch nichts gemacht Wie teuer ist denn nochmal so eine Masch Ja das ist jetzt der Gag dahinter Hinter dem Hinweis 10 Euro oder was kostet sie Ist doch bestimmt schon teurer als 10 Euro Peter komm Sag mal Also hier ist schon natürlich Also als wir Ich weiß nicht wann wir auf dem Oktoberfest waren Hier mit Was Bram hat dann Gesetzt Erzähl doch mal Christian Wie teuer war das damals Damals waren das schon mehr als 10 Euro Da haben die nämlich immer schon irgendeinen Shit Gar nicht zurückgegeben Weil das so knapp oder so war Sondern haben das einfach direkt einbehalten Krass Und die haben direkt einen Zwanni gezockt oder was Ein 10er Vielleicht 57 Liter wäre schon eine schlechtere Antwort Und dann hast du irgendwie einen Euro oder zwei Euro gegeben Also hier sind natürlich die Preise von 2019 Ist ja ganz klar Ich dachte vor diesem Jahr Achso ja klar Da gab es ja auch Oh mein Gott War wirklich irisch Aber Gott sei Dank bist du schon raus Also aktuell wenn ich das richtig sehe Sind Alle drin außer ich oder 800 Du müsstest nicht Was hat immer schon reingerechnet Andi ne Genau Du müsstest jetzt noch 1500 reinwerfen Um bei dem mitzugehen was Bram dir vorgibt Oder du erhöhst noch mehr Ich will nicht ausgehen Ich muss Quartor hat auch einen Baum gepflanzt Kann man das schon mal sagen Christian geht raus Damit Müsste Sepp jetzt entsprechend 1500 reinwerfen Oder erhöhen oder rausgehen Christian was hast du da gerade so gerechnet Christian was hast du da gerade so gerechnet Den Mastpreis Ja und dann 270 Euro Boah in Mast Bist du gekommen Neun Was ich getippt habe Neun Kein Name Willst du jetzt das Antwort hören Die Frage ist wer hat denn wieder 69 getippt Das ist dann natürlich Und Peter hat 10 getippt 10 oder 100 Peter Wann hast du genau 10 Als ob du 10 hast Sehr gut Also Sepp und Bram Womit sind die nicht drin geblieben Peter Ne ist zu weit weg Sepp und Bram Wie teuer ist das Mast noch nicht Der zweite Hinweis Zwei klassische Büro-Wasserspender Könnten die gesuchte Wassermenge nicht beinhalten Alter was ist das denn Bei Wasserspender könnten die nicht beinhalten Ja Ihr kennt die Dinger Mit diesen blauen großen Da sind mehr als 10 Liter drin Jay Bram setzt 2,5 Echt Ja safe Ihr habt kein Büro-Wasserspender Das sind doch diese großen Kanister Die du so mit dir rumschleppst Sind das nicht 25 Liter oder so Ja Naja das muss ja zumindest so viel sein Dass irgendwer das vernünftig tragen kann Also so 25, 30 Liter oder nicht Ne 25 Liter kann ja nicht sein Christian Weil dann wird ja das mit den 10 Euro hinkommen Ja klar 50 Liter und dann wärst du bei 10 Euro ja schon ziemlich nah dran Wärst du schon drüber Oder wärst du immer noch drüber über 10 Euro Jetzt geh ich eben auf den Klo Vielleicht ist das ja wirklich 10 Euro pro Mast Glaubst du eine Mast kostet 10 Euro, Sid? Ja ich glaub das ist toll Ja Ja Vielleicht 11 12 Wie teuer war die denn dieses Jahr? Null Euro Ach du komm ey Ich weiß dass du das gleiche gerechnet hast wie ich vorhin Das ist ja gab's kein Oktoberfest Natürlich Ich wie du Du hast vorhin genau das gleiche gerechnet wie ich Du hast ausgerechnet wie viel Liter denn in den Boden passt Maxi in den Raum passen Ja das sind 10 cm x 1 qm Das sind meiner Meinung nach 100 Liter Habe ich ja schon offen gesagt Genau das sind 100 Liter Das habe ich vorhin auch ausgerechnet Und dann habe ich mir gedacht Wenn kein Boden da wäre Genau wenn kein Boden da wäre Wie viel kann denn so ein Boden da so prozentual speichern davon? Einiges Das ist die Frage Das ist die Frage Müsste ich nur wissen wie viel Buh dir dabei gedacht hast? Ja Und ich weiß ja wie viel ich mir dabei gedacht habe Das ist richtig Bram und Sepp ihr beide doch die 69 Ach Hä hä das wäre ja voll daneben Da würde ja keiner so weit gehen Naja ihr prediktet euch ja gegenseitig Du hast die 69 gerade getippt Bram auch mal Nein Bei Tipp 1 wäre 69 doch schon komplett wrong Ja 69 ist ja dann wird ja keiner mehr hier sitzen von uns beiden Also Langsam Weil dann wird ja so ein Bier nur Ja komm ey deine Mutti call ich hier Alles klar Dann decken wir die Antwort auf Es wurde sich übrigens im Chat darüber eben diskutiert Ob es jetzt Maß oder Mass ausgesprochen wird Aber ich glaube tatsächlich in Bayern sagt man Mass Das ist also richtig Was Christ ja auch gesagt hat Also nachdem ich Gezippt hatte habe ich mit 12 Euro pro Mast gerechnet Und die Oh ne 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 das war jetzt Also die Antwort Und danach kommt ja noch eine Setzrunde Sind 50 Liter Bram beginnt Ein Wasserspieler hätte übrigens 1,70 Euro Da hättest du mit deiner 69 gegen mich schon gewonnen Dann züchtest du zumindest all in Bram setzt nochmal 900 Damit wäre Sepp all in In Frage 12 Ich wollte grad sagen Hier dann stehe ich jetzt mal auf Na Da hab ich mal geschmeidigt Bitte Bram Bitte Bram Bitte Bram Bitte Bram Ich will nicht der Erste sein der weg ist Bitte Bram Bitte Bram Bitte Bram Bitte Bram Ein guter Pott Bram hat zuletzt erhöht Gönn ich dir Bram Das heißt Bram wird zuerst aufgedeckt Beide sind Das ist jetzt enttäuschend Das ist das schlechteste Was man hätte machen können 12.200 12.200 Weiter zur nächsten Frage Und wir erhöhen die Blinds Damit hier Ne Wir müssen langsam hier mal Ja genau Jetzt wo grade ich Big Blind werde Ja Ja genau Ja genau Ja genau Ja genau Wir müssen ja so langsam hier mal Auch Hier mal jemand rauswerfen Du kannst wenigstens einfach checken Ich muss nochmal Ich musste ja auch mehr reinwerfen Als ob es zum checken kommen wird bei euch Kommt ja auf die Frage an Äh Ey Bram Ja Kaffeevollautomat will das wissen Für 5 Euro Was liegt am Strand und spricht undeutlich Ne Nuschel Nuschel Richtig Wo wohnen die meisten Katzen? Im Katzenhaus Im Mietshaus Achja Das ist schon stark der Witz gewesen Ja Wir gehen deswegen direkt weiter zur nächsten Frage Der kriegt Bram heute Abend noch gebrochen glaube ich Ja Guck dir den an Junge der ist schon vor 20 Minuten gebrochen worden Ja aber nicht wegen den Witzen sondern dass Leute dafür 5 Euro ausgeben Das bringt mich zum Lächeln Vielleicht auch diese Frage Der wievielte Bundespräsident ist Frank-Walter Steinmeier Oh nein das weiß Bram Äh So was von raus Äh Anni du hättest du hast die Frage ja taktisch falsch angefangen Die hätte laut müssen mit Ebram Ja Es ist aber nicht die Legislaturperiode ne Nein also die Das ist halt quasi so, ne, also wenn jemand eine doppelte oder zehnfache Amtszeit hat, ich hab keine Ahnung, ob ein Bundespräsident mehr als zwei Amtszeiten haben darf. Die wievielte Person, äh, ist, ja, in diesem Amt montieren. Scheiße, ich darf ja auch nicht, ich darf ja auch nicht rechnen, ne, also doch schon, aber nicht, äh, im Rechner. Nee, Peter, davon kriegst du wieder Kopfschmerzen. Okay, Moment. Sepp, angelst du gerade, oder was machst du? Vielleicht hätte ich meinen, äh, zweiten Bildschirm. Achso, perfekt. Hier wird noch hart überlegt. Und wir warten noch auf Christian und wir warten noch auf Jay. Die sind jetzt auch da. Und die so, die so, boah, was ist das? Und Sepp beginnt. Oh, tausend ist der Blindschweck, oh mio. Top, die Wette gilt. Ach, das hätt ich jetzt ja gar nicht gedacht. Peter, call direkt den Big Blind. Ich muss einen Tipp, will ich mit holen noch. Ich glaub, da sind wir alle jetzt nicht so unendlich weit von entfernt. Und Jay könnte erhöhen oder checken, wie ich bescheuere. Ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich auch total scheiße. Das kann natürlich auch sein, theoretisch. Peter, wir wissen doch alle, was du getippt hast, oder? Ja. Wir kommen zum ersten Hinweis. Es gab vier Bundeskanzler, beziehungsweise Bundeskanzlerinnen, weniger als Bundespräsidenten. Schön. Du hättest auch, keine Ahnung, das Volumen eines durchschnittlichen Ikea-Glases ist so groß. Ich könnte jetzt auch fragen, zum Beispiel Bram, wer sitzt im Dschungel und schummelt immer? Und zwar wer? Mowgli. Von Mr. Freshpack für fünf Euro. Wir bringen's auch. Tätig Scholz schon mit. Der ist noch keiner, ne? Offensichtlich. Der ist noch kein Bundeskanzler, nein. Scholz? Jay? Ja, der wäre ja Bundeskanzler theoretisch. Der wird doch Bundeskanzler. Ach ja, okay. Ja, vielleicht wird's noch Friedrich Merz, wer weiß. Ähm. Ja, ich hab heute gehört hier, der Gießener will ja Vorsitzender der CDU werden. Ja, das ist mega. Also Christian, du könntest checken oder eben setzen. Genau. Ja, ich brauch kurz noch. Dann könnte ich jetzt nochmal Bram was fragen, theoretisch. Der fragt den doch nochmal ein bisschen. Ja, sicher. Was ist der Unterschied zwischen einer Erektion und einem Ferienhaus? Äh, das weiß ich leider auch nicht. Ich hab kein Ferienhaus. Bin raus. Von dummer Sack. Für fünf Euro. Und Bram ist auch dran. Jetzt wird jetzt hier aber langsam Big Ball Time. Alles klar. Hoffentlich gar nicht gemerkt. Alles klar. Ja, ja, ja. Was ist denn los? Das ist ja also wirklich doof, dass das System keine Sounds macht. Das ist ja wirklich eine Sauerei. Äh, Brammen und Christian sind drin. Jemals 3500 reingeworfen. Wir kommen zum zweiten Hinweis. Richard von Weizsäcker, der sechste Bundespräsident, war das erste Staatsoberhaupt des wiedervereinten Deutschlands. Lieber Christian. Mh. 600 gesetzt. Oh Gott. Bram geht all in. Ich stehe. Was? Kann nix machen. Achso. Äh, sorry. Bitteschön. Das ist auf jeden Fall eine knappe Kiste. Entweder wissen wir beide oder es ist halt einen daneben. Ich weiß das safe. Christian geht mit. Bram, der Chat vermutet, dass du keine Hose anhast, deswegen stellst du dich nicht hin. Kann das sein? Nein, ich kann nur meinen Schreibtisch nicht nach oben schieben. Oh Gott. Warum hätte ich die ganze Zeit gedissen? Okay. 16.600. Ich mach mal keine Ferien. Ich mach so. 16.600 sind im Pott. Wir können uns die Antwort und, also die Antwort kommt jetzt, die Setzrunde können wir uns natürlich sparen, weil Bram ja all in ist. Die Antwort ist 12. Kriegen wir die sechs nach Weizsäcker zusammen? Also, pass auf. Dann ist Blödpott. Deinemeyer, davor Wulf, Gauck, äh, wie hieß der? Und dann? Ich kann den nicht. Muss gar nichts machen. Weiß nicht, zwei dazwischen. Die weiß ich gerade nicht. Das heißt, Christian hat auf jeden Fall schon mal richtig. Was ist jetzt passiert? Der Bram, sollst du das auch? Der weiß doch. Oh, die Frage. Ach, Andi. Drückst du mal die falschen Tassen? Ich drücke gar nichts. Ich weiß auch nicht, was los ist. Das hat sich gerade wieder zurückgesetzt. Aber, wir hatten 16.600, ich kann es jetzt ja auflösen. Also, ihr wolltet fragen, wer die nach Richard von Weizsäcker waren. Es waren Roman Herzog, Johannes Rauhorst, Köhler, Christian Wulf, Joachim Gauck von Walter Steinmein. Köhler, genau, der fällte noch. Die richtige Antwort waren 12. Und Christian und Bram hatten jeweils beide 12. Das heißt, der 16.600er-Pott splittet sich auf. Ich bin pinkelt. Scheiße. In 8.300 jeweils für die beiden. Genau, jetzt müssen wir das einmal wieder auftrösen, leider. Das tut mir leid, aber ich weiß jetzt auch nicht, warum. Wir müssen jetzt selber so ein bisschen rechnen, tatsächlich, weil ich natürlich keine Anzeige habe, sondern wir haben nur den letzten Stand mit dem Pott in der Mitte. Genau, 8.300 einfach bei Bram und bei Christian jeweils drauf. Genau, stimmt. Und dann, pass auf, dafür benutze ich mal ganz kurz den Rechner, tatsächlich. Sorry. Den Taschenrechner, Peter? Ja. Ach, Taschenrechner, Peter, wäre auch lustig. Also bei jedem 8.300 drauf, okay. Wait, dann habt ihr ja auch Gleichstand sogar. Nee, habt ihr nicht. Das kann ich. Nein, Quatsch. Ich habe auf den Pott geguckt. Ich bin dumm. Das liegt alles hier an eurer Baumpflanzaktion, glaube ich, dass das hier auch noch hier alles abschmiert, weil ihr so viele Bäume pflanzt. Aber das ist doch eine gute... Ja, das ist sehr gut. Ja. 50,4, scheiße. Können wir uns alles nochmal hier angucken. Nicht nur daran, dass du die Blinds erhöht hast. Ja, das mache ich jetzt auch gleich nochmal. Das passiert jedes Mal, nachdem du die Blinds erhöht hast. Okay, wenn du ready bist, kann ich die korrekten Zahlen nennen. Das kann sein, ja. Ihr könnt ja auch einfach mal Risky spielen. Dann spare ich mir das ja mit den Blinds erhöhen. Also, wir sind gleich wieder da. Wir hatten zwei All-Ins, oder? Bisher ja, von Sepp und von Raman jetzt eben. Genau. Jetzt sind wir wieder hier. Aber trotzdem dürfte es die längste Runde bisher sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir haben sonst mal zwei gemacht, damit wir mit der ersten so schnell durchfahren. So. Jetzt mache ich trotzdem die Blinds wieder hoch. Und jetzt, Peter, kannst du mir einmal durchsagen, wie der Stand war. Oder hast du schon... 10.200. Okay. Also, ich nenne dir jetzt schon die vielen neuen Zahlen, die jeder bekommt. Okay, okay. Also, ich 10.200, Bram 8.300, denn er war ja All-In. Ja. Also, kriegt er die Hälfte vom Pott. Christian auf 20.300. Jonathan 5.100. Ja. Und Sebastian 6.100. Alles klar. Damit, äh, haben wir jetzt 13 Fragen gespielt. Das ist der aktuelle Stand. Wir erhöhen die Blinds nochmal, damit hier heute Abend nochmal hier irgendwann mal einer rausfliegt. Und zwar der Smartland ist jetzt... Ich fange morgen um halb neun an zu streamen. Halb neun fängst du schon an? Oh. Ja klar, ich will ja um neun Uhr anfangen. Okay, ich bin ab neun Uhr dabei. Oder viertel vor neun. Sagen wir mal viertel vor neun. Ich muss da auch noch Kaffee reinmachen und so. Danke, lieber Chad. Ich hab euch auch lieb. Ja. Äh, wir erhöhen die Blinds, weil ich hab die Jungs nicht so lieb. Ähm, der Small Blind ist jetzt 1000 und der Big Blind ist 2000. Ja. Was ist denn jetzt Big Blind? Äh, jetzt ist Big Blind, äh, Sepp. Okay. Und Small Blind, Jay. Seid ihr bereit? Klingt fair. Ja. Äh, ich könnte jetzt zum Beispiel Ashton, Kutscher. Ich spiel noch. Ah ne, es ist nur 3 Euro, tut mir leid. Äh, so. Das Mietshaus von Strain hatten wir auch schon. Äh, Bram? Ja. Was liegt auf dem Grund des Meeres und spricht Undeutschisch, hatten wir auch schon. Ja. Ja. Äh, oder, hey Bram? Ja. Was ist, was ist gelb und kann schießen? Ein Bagger ohne Arme. Nein, eine Banone. Das hat Hayes sich 10 Euro kosten lassen. Danke, Hayes. Ja. Christian und Peter lachen da laut drüber, also ist das Ziel erreicht. Ich find's super. Ich find's schon super. Ich weiß nicht, wie ich mich bürbelt hab, als JD4 gelesen hab auf der Lahn, das war super. Vielleicht bringt euch auch folgende Frage zum Lachen. Wie hoch ist das Empire State Building in Manhattan bis zur Spitze? Die Frage hatten wir schon. Und zwar in Metern. Nein, hatten wir noch nicht. Das kann man wissen. Zumindest nicht hier. Ich hab hier schon. Und falls ihr sie schon hattet, dann geh ich ja natürlich davon aus, dass ihr das alle wisst. Na klar. Ja, natürlich weiß ich das überhaupt nicht. Natürlich muss ich jetzt hier für 2000 reinballern, wo ich gar keine Ahnung hab, oder was? Ey, Anni, hast du eigentlich für dein Programm, hab ich gar keine Frage bekommen, ob ich hier Cookies speichern will und so. Boah, ich weiß das nicht mehr. Ja, ich halte mich nicht an gelten, das EU-Recht. Peter ist mehr als 10 Meter. Ja, hab ich mir auch schon überlegt. Wenn ich jetzt Feld klicke, dann kann ich immer, äh, sehe ich meine alten Antworten noch? Ja. Kannst du mal. Ich hab echt gar keine Ahnung. Moment, das kann nicht. Woher ziehst du das? Da steht 70 Tage drin. Tage ausgeschrieben. Ich hab gar keine Ahnung. Wenn ich bei mir in Antworten in Meta reinklicke, dann kommen die Vorschläge, was man schon mal getippt hat, da steht 70 Tage. Sind da auch Webseiten drin, die du nicht vorlesen solltest? Nein, nur Zahlen. 666, 21, 70 Tage, 6512. Das sind deine zahlenbasierten Passwörter. Ne, mit Passwörter sind nix. Sehr gutes Passwort. Also jetzt will ich ja auch mal ein paar Risky Plays sehen. Aber ich muss bei dem nicht. Ja, nicht bei dem nicht. Alter, mach doch mal ne Frage, die nicht so doof ist. Das ist ne gute Frage, das kann man wissen. Das ist ne gute Frage, den kann man wissen. Das hatten wir auch schon mal irgendwo. Weil wir das Empire State Building bestimmt mal bei den, äh, bei Autumn Street or so einsortieren mussten. Ja. Das heißt, das kann man wissen. Kann gut sein. Also irgendwo, also, ja. Und ich, das Einzige, was ich weiß, ist, das ist nicht immer ein Kilometer hoch. Also, hier gibt's noch ein Gag von Lotus Mortem, der so ein bisschen dazu passt für 5 Euro, Bram. Wie macht man an der Börse ein kleines Vermögen? Äh, indem man ein Großes verliert. Indem man ein Großes mitbringt, genau. Ja. Sehr schön. Jetzt brauchen wir aber auch ne Schätzung mal von dir. Ja, Entschuldigung. Ich, ich weiß es doch nicht genau. Ich hab gerade drüber nachgedacht, wieder irgendeine Trollshilfe zu nehmen, aber jetzt nehme ich die Statist. Alles klar. Haben wir doch schon gehen. Eure Antworten und Peter darf anfangen. 10 Meter Peter. Nee, aber ich hab, ich hab ne Herleitung tatsächlich. Jetzt weiß ich nur nicht. Aus Best of, weil du dahinter warst, oder was? Ja, war das tatsächlich der Statistik-Pelding? Das weiß ich nicht mehr, Peter. Das weiß ich nicht mehr. Aber das war 120 Meter, Peter. Aber das wäre smart. Du hast 120 Meter getippt, Peter. Du hast 120 Meter getippt, Peter. Ich würd rausgehen. Das wäre gar nicht so viel. Also ich würd mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, aber das ist größer als 120 Meter. Okay, scheiß Mango, ey. Was machst du denn da für eine Karte? Das war geil. Das war richtig geil. Dieser Taipeh Tower ist, glaube ich, irgendwie fast ein Kilometer hoch, oder? Ist der nicht 700 oder 800? Ja, genau 800. Das ist doch das größte Gebäude der Welt. Ja, ich meine auch. Der Taipeh Tower ist doch nicht das größte Gebäude der Welt. Das ist doch in dem Burj Khalifa. Ah ja, Burj Khalifa. Taipeh war der Alte. Glaube ich. Ah, Tai Pong, ey. Burj Khalifa ist es jetzt. Nein, boah. Ei, ei, ei. Mit oder ohne Antenne eigentlich? Kommt bestimmt gleich. Wir hatten mal, glaube ich, die Frage, wie groß das World Trade Center One war. Glaube ich. Das war die Frage mal bei einem Chris Poker. Und da kam dann nämlich der Schatz nämlich irgendwie bla 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 ohne Antenne. Da kam der super Typ. Ja. Ja, das kann natürlich sein, aber wir suchen ja bis zur Spitze. Ah. Bis zur Spitze der Antenne? Die müsste dann dabei sein, wa? Nee, was für eine Spitze denn sonst, Peter? Eigentlich schon. Ja? Okay. Wie hätte ja auch sein können, bis zur Spitze des Gebäudes. Das ist ja keine Spitze dann. Genau, die Spitze ist doch die Spitze der Antenne. Das Gebäude hat doch keine Spitze. Guck mal, Andi, ich call. Wow. Das ist wirklich krass. Ich checke. Okay, hier passiert auch einfach mal. Die ganze Zeit überlegt, ob ich dann von euch call. Ey, Sepp, wir können doch jetzt beide all in gehen, dann haben wir einen Verlierer. Der erste hin. Nee, dann haben wir immer noch 1.000. Schauen wir mal, was passiert. Der erste hinweist. Sepp, ich würde ja sagen, weil Jay muss als erstes all in gehen und du musst nur 3-1 rein. Und dann sage ich immer, ey, Spät. Eine Runde auf einer ovalen Tartanbahn nach überregionalem Standard ist kürzer. Was ist eine Tartanbahn? Das ist das, weißt du, Peter, wo am Ende der Kuchen draufkommt. Beim Bäcker. Tschüss. Jay, was hat dir der Tipp jetzt gegeben? Dass das kleiner ist als 400 Meter. Und ich über 400 Meter gezippt habe. Denn 400 Meter war immer die Runde bei uns im Hülsparkstadion. Ja, aber das ist eine überregionale Standard. Nicht der Hülspark. Ja, aber das ist doch Bundesjugendspiele und so weiter. Das ist doch der überregionale Standard. 400 Meter. Die Bundesjugendspiele in Kieweler. Einmal ums Stadion herum. Ich checke, Andi. Also, das ist doch immer 400 Meter. Oder bin ich bescheuert? Hättest du checken können, Jay? Bist einfach ohne checken rausgegangen? Ich hätte auch checken können. Ja, whatever. Ja, ich meine, als ob ihr nicht irgendwie einer unter 400 Meter gelegt habt. Soll ich jetzt hier ganz viel checken? Ich hatte unter 400 Meter. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, ob ich gerade auf den Chat eingehen soll. Wieso? Ich mach's mal nach. Wieso? Wegen den 400 Metern. Ja, also, ich kann einfach checken. Könnte ich, ne? Ja, du kannst einfach checken. Dann mach ich das doch auch. Alles klar. umsonst bis hierhin. Ach, krass. Noch mal 200 mehr für euch. Hast du denn jetzt schon? Ach, das ist doch Asi, ey. Was könnt ihr den Chat schickern? Ja, die vierte Aussagen von Jay. Ich dachte halt, 400 Meter wäre das. Das war deine Aussage. Also, das heißt, das müsste dann kleiner sein als 400 Meter? Meter? Hast du das gesagt? Ich glaube, dass das Empire State Building deswegen 400... Also, deswegen bin ich rausgegangen, weil ich der Meinung bin, dass eine Tartan-Bahn 400 Meter lang ist. Ja, genau. Und deswegen denke ich dir, das Empire State Building müsste kleiner sein als 400 Meter. Seth, wir waren da drauf. Die eine Runde auf einer ovalen Tartan-Bahn nach oben ist kürzer. Und wir haben uns da echt die, die, ich verstehe, die Riese um die Nase liegen lassen. Es war ein langer Abendpiss, Lampferder. Doc F hat's gut zusammengefasst, Jay hat's richtig, aber er hat's falsch. Das stimmt, das ist ja perfekt. Ich weine, wenn ich jetzt nah dran bin. Das weiß ich nicht, Jay, aber... Ich kann mich nur erinnern, dass ich da ein schönes Foto von Sepp gemacht habe, wo New York im Hintergrund ist. Ich weine... Und wie groß warst du auf dem Bild, sehr? Sepp war da eher klein drauf, weil der war nur bis zum, sag mal, bis zur Taille. Bis zur Taille. Ja. Also, um es halt so groß wie meinen Daumen. Wann hast du denn du so getippt, Christian? Der Chat lacht sich einen ab und zwar bis 400 Meter. Da hast du mehr als 400 Meter ab und zwar bis zu dran, Alter. Der hat sich erst über mich kaputt gelacht und jetzt über dich. Das ist so mein Ziel auf jeden Fall. Das ist so mehr als 400 Meter oder weniger. Ja. Das, äh... Ja. Ich geh einfach all in gleich. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Wieso kannst du mir das nicht sagen? Der hat sich selber gebrochen, okay? Das stimmt wirklich. Ich meine, so ist das ja oftmals im Leben, ne? Ich war bestimmt richtig gut. Ich hab sogar... Ja, Sepp weiß ja gar nicht. Also, wenn das mit den 400 Metern irgendwie... Wir mussten immer zwei Runden laufen. Anderthalb bei tausend Metern. Oh, sind das raus, ey? Ja, zweieinhalb. Aber das ist ja auch okay, wenn du zwei Runden laufen musst. Wenn eine... Wenn eine Tartanbahn 400 Meter lang ist, hypothetisch, ja? Dann ist sie ja kürzer als das World Trail Sitter. Ja, das ist richtig. Weißt du denn... Du brauchst meinen Fehler nicht doch mal vorhalten, du Arschloch. Da sind wir vor allem auch angekommen, als wir so gelacht haben. Weißt du denn... Also, brav mal. Ja, eine Tartanbahn ist, wie ich jetzt weiß, 400 Meter lang. Also, laut mir. Laut Jay. Laut Jay, der rausgegangen ist, sich danach aufgeregt. Ja, aber Jay ist rausgegangen, weil der dachte, dass die Tartanbahn länger ist als das Empire State Building. Und Jay hat dementsprechend über 400 Meter getippt. Ja, das ist richtig. Ich hab 437 Meter getippt. Ja, macht ja dann Sinn, rauszugehen bei über 400. Ja, richtig. Weil ich dachte dann weit... Irgendwer wird schon näher dran. Macht das ja Sinn, was ich hier gemacht hab. Noch mal 1000 mehr für Christian. Ach, brav. Wäre denn das? Setz doch 3300 mehr, Chris. Hab ihn raus. Christian muss ganz schön viel klicken, glaube ich. Hab ihn raus. Oh ja, macht er wirklich. Naja, das sind nur 2000. Christian das weiß. Als ob Christian das weiß. Du weißt das genauso wenig wie ich. Auf den Zentimeter genau. Christian hat mir sogar heute was erzählt, was er nächstes Jahr machen möchte. Ja. Und zwar, das Empire State Building nochmal nachmessen, ob das wirklich... Wie viel dazu? 437 Meter hoch ist. Und deswegen glaube ich, dass Christian das weiß. Und dann wird Andi den Tipp geben, Christian hat so und so viel Zollstücke genormte... A5 Liter gebraucht. Nice. Das wird dann Andi ein zweiter Tipp sein. Wobei, nee, der ist viel zu offensichtlich, das kann man ausreden. Der Tatamba ist ja auch offensichtlich, also das war ja auch ein Easy-Tipp. Das kann halt auch der überregionale Standard. Also, ich meine, das ist ja auch eine Frechheit, was du jetzt gemacht hast. Wenn ich jetzt calle, habe ich noch 1000. Ich habe mich vertan, ja. Ich habe halt gesehen, Bram hat noch 3.300 in der Tasche und ich habe 3.300 geraced. Und ich habe halt gedacht, du rast hier unten. Ich call dann und gucke mir erst mal den nächsten Tipp an. Ja, ist klar. Ganz in Ruhe hier. Der nächste Hinweis. Könnte mir 1000 sparen. Das Empire State Building ist 75 Meter höher als der Berliner Fernsehturm. Ach, keine Ahnung, wie dann... Das ist ein voller unfaire Tipp hier an alle, die nicht in Berlin sind. Das macht euch doch nicht immer hier über meine Tipps hier so. Ja, die ganze Zeit kriegt Andi auf die Seite. Das sind tolle Tipps. Ich finde den auch nicht schlecht und ich checke. Alles klar. Oh, Bram hat jetzt richtig in die Kacke gegriffen. Ich kann mir denken, was Christian jetzt... Weiß man ja nicht, ob er in die Kacke gegriffen hat, aber... Selbst wenn ich das verliere... Hast du immer noch voll viel. Nee, da... Also, das meine ich aber selbst... Dann müsste ich... Also, dann hätte ich 1000 weniger verloren. Das ist zwar auch eine Menge. Ach komm. Also, jetzt ist wirklich... Also, bei einem Potsdam... Ja, also, ganz ehrlich, ja. Ich hänge jetzt so tief mit den... Ich hänge bis zu den Eiern drin. Ganz ehrlich, wie jetzt noch rauszugehen. Das wäre so geil, wenn ich jetzt verdoppelt einfach alles falsch habe, oder? Wenn Jay nicht jetzt in die Kacke reißt, ey. 237 hatte Jay. Nur nochmal zur Erinnerung. 80, Peter. Ich weiß nicht, was die Antwort ist, aber... Die richtige Antwort ist ja mehr als 400. Aber sonst wäre ich ja rausgegangen, weil die Tartan-Bahn länger... Also, die ist ja 400 Meter lang. Und dann muss ja länger sein. Ja. Ja, Christian glaubt da ja nicht dran. Die Richtige Antwort ist ja nicht. Die Richtige Antwort ist... 443 Meter. Ich sag mal so... Ich sag mal so... Ich sag zumindest mal so, bevor du aufdenkst, ich hätte ein Draw gehabt mit Jay. Wie viel... Was hat der denn Jay? Der hat 437. Sechs nach unten. Und du hast dann sechs nach oben, du hast 449. Das ist richtig. Das ist krass. Und Christiane hat 450 Meter... OOOOOOOOH! 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 Ich schreibe zu viel. Das ist viel zu spät dafür, dass ich so... Holy shit. Damit 2 gegen die 20.600. Oh Gott sei Dank. Ich dachte immer so, ne, du kannst jetzt nicht einfach 450 tippen. Was? Das war das übliche. Einen drüber oder einen drunter. Na was? 20.600. Okay, das ist... Okay, das ist... Das war ganz schön nett von Jay, der rausgegangen ist, wenn du mir auch noch so viele Tipps for free gegeben hast, möchte ich mal sagen... Kann ich einfach so... 600 zu Jay rüberschnippen? Können wir das machen? Leider nein. Leider nein? Okay. Wenn jetzt hier noch alle 5 drin sind, dann geht das leider nicht. ALTER! Das sag ich. Jay, mir wäre das wert gewesen. Ich hätte dir 600 sofort gegeben. Ja. Das war ne kranke Runde. Die hatte alles. Ich bin auf dem Wein von der Weinprobe liegen. Ich glaube ich echte ihn gleich. Alle Flaschen. Alle Flaschen. Die waren aber eklig teilweise. Alter. Wir haben die nicht zusammen gemacht. Alter. Nice. Danke, Jay. Das ist 443,2 Meter hoch. Ja, dann wäre ja Bram näher dran. Dann ändert alles. Dann wäre ja Bram näher dran. Ja, dann hätte ich gewonnen. Bram wäre näher dran. Von Jay und mir hätte ich dann gewonnen. Ach so, ja von Jay und dir. Gut, aber Jay ist ja nie so weit mehr. Na dann ist ja egal. Der war ja eh raus. Dann ist ja gar nicht so schlimm, dass ich rausgegangen bin und alles falsch verstanden habe. Also ich wäre wahrscheinlich all hingegangen. Ja, aber das ist trotzdem sehr nett. Wenn ich das verstanden hätte. 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 Das war ganz wichtig. Chip Leader ist jetzt der ... Ist denn 400 Meter richtig gewesen? Ja. Tartan-Bahn sind 400 Meter, genau. Ah. Chip Leader ist Brammen. Erzähl mir warum. Brammen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Tennis und Basejumping? Oder Bungee Jumping, sorry. Bei beiden ... Aha, spielt man mit seinen Bällen. Nein. Beim Tennis hast du zwei Aufschläge. Das ist von Peppy. Oh. Geil. Ähm. Auch unsere Mods haben Level Minuswitzig. Ja. Wir haben so unfassbar viele Gags. Also die werden wir nicht mehr alle vorlesen können. Das geht gar nicht. Ich glaube das müssen wir verschieben auf euren Stream morgen. Da könnt ihr auf jeden Fall nochmal einen ganzen Stream ... Also Bram braucht gar nicht die Singleplayer-Kampagne spielen. Doch. Bram hat morgen was zu tun. 30 Stunden haben wir ja morgen Zeit. Also ... Da muss er das halt eben ... Da muss er ein bisschen schlimmer spielen. So zwischendurch so voll die emotionale Zwischensäge. Ey Bram. Ey Bram. Wir gehen ... Das ist gelb und kann nicht schwimmen. Ich werde noch ein paar einweben. Wo es mir möglich ist. Und der Rest wird bestimmt ... Genau. Du musst den Blick allein für die Witze hochsitzen. Fühl mich heute so ein bisschen wie George Russell, bevor er den ersten Punkt geholt hat. Scheiße. Scheiße. Das ist so schlimm. Wir gehen zur nächsten Frage. Hinterm Safety Car gegen die Wand gesetzt. Ja gerade auf jeden Fall. Aber safe. Ach schön. Und diese Frage, die könntet ihr wissen. Da kann man jetzt wirklich ... Da kann man jetzt mal mit Wissen glänzen. Hoffe ich zumindest. Frage lautet nämlich folgendermaßen. Wie oft wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ... Scheiße. ... bisher Europameister. Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen. Wie oft wurden die bisher Europameister? Seit wann gibbet denn eine Europameisterschaft mit weiblichen Nationalmannschaften? Tja. Da habe ich direkt die Antwort getippt. Das weiß jeder. Ich auch. Ah du hast schon getippt? Ja. Das finde ich mir so ein neues Wasser holt von Geräusch. Ja okay. Mach das. Ja komm lese einen vor. Ja Bram. Ja. Wie nennt man jemanden, der so tut, als würde er etwas werfen? Was? Keine Ahnung. Einen Scheinwerfer. Ah. Das war Dari Rosen. 10 Euro wert. Danke Dari. Ja. Die hättest du lieber einfach in Fluss schmeißen können. Da hättest du nichts plumpsen gehört. Statt lachen von mir. Ja. Bram. Ja. Was hat ein Bein, ein Flügel und kann nicht fliegen? Ein halbes Hähnchen. Richtig. Von The Lasis. Jetzt kannst du dir Wasser holen. Jetzt kann ich mir Wasser holen. Ja okay. Wir müssen ja auch noch unseren Partner hier unterstützen. Das dürfen wir auch nicht, äh, unseren Augen verlieren. Das ist blöd, dass das rausgekeyt wird. Mann! Warte, ich kann, ich kann, warte. Ach ne, du keyst dich ja selber raus. Es geht nicht. Ja, warte, das kann ich machen. Ja, aber im Moment, da muss ich den Key auch ausmachen. Äh. Warte. Komm, Autofokus. Ja. Oh. Schmeckt gut. Ich find den, äh, die Zitrone besser. Hast du Apfel oder Zitrone grade? Äckst du das grade? Ich fand Zitrone besser. Ja. Ich fand auch Zitrone leckerer. Günther. Wir haben alle Schätzungen. Ja, Zitrone hab ich noch nicht probiert. Bram darf direkt anfangen. Ja, ich call abmach. Sehr schön. So will ich das sehen. Hier mal ein bisschen, hier, damit mal Leute rausfliegen. Ich trau mich nicht mehr, die Blinds zu erhöhen. Warum nicht? Weil er immer alles abspielt. Das ist so viel Rechenleistung. Ich find gut, dass Bram so ne Frage callt. Und vor allen Dingen find ich gut, dass ich der Big Blind bin. Ja, klar. Ich mein, das weiß jeder. Als ob das jeder weiß. Ich weiß das nicht. Das ist coming knowledge. Das ist doch ne Funksfrage. Sehr gespannt. Ich bin grad am überlegen. Also bei Jay könnte ich mir noch vorstellen, dass er mitgeht. Bei Sepp nicht. Weil wenn die jetzt die Blinds bezahlen, können die danach die Runde, müssen die all in gehen. Ja. Ähm. Ich möchte nochmal so hinweisen, dass ihr auch Bäume pflanzen könnt, ne? Es gibt den, äh, schönen Tracking-Link. Mal eben auf den Link klicken und so. Ja, dann können wir nochmal einen Chat posten. Jo. Ich denke, die Webseite sollte jetzt wieder laufen. Ja, für drei Sekunden. Na, das hast du gesagt. Direkt so. Ja. 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 Das war sehr schön. Christian. Christian ist hin und her gerissen. Ja. Dann ist doch ne Funksfrage, oder? Nochmal erhöht. Und ist daran die Funksfrage? Wenn das jetzt ne Funksfrage ist. Es wird keine Europameisterschaft bei den deutschen Frauen, beziehungsweise bei der Frauenfußballmannschaft ausgespielt, sondern nur die Weltmeisterschaft. Ne, das stimmt nicht. Was? Ihr seid das down. Das müsste Null sein. Eis. Was? Ja. Du larm hast nur getippt. Du musst setzen. Du brauchst hier keinen belabern. Und wir wollen mal ein bisschen Play sehen hier. Ach, scheiß drauf. Sehr schön. Das wollen wir sehen. Ach, ja. Ich bin zu gebrochen, um aufzustehen. Alles okay. Du bist eben schon aufgestanden bei der Tatama. Da bin ich umgefallen und hab mich auf den Boden gelegt und gewälzt vor Weinen. Das war voll nett von dir. Wenn ich jetzt nochmal rausgehe und das Richtige tippe oder nah dran bin, dann weine ich nochmal. Deswegen geh ich jetzt lieber ganz runter. Was ist denn los? Ich verstehe es noch nicht. Ce labert irgendwas von Europameisterschaft? Da steht doch da. Europameister. Ja, aber gib es nicht und Null und... Deswegen hab ich Null gezippt. Ich hab schon meine Schlaflocke angezogen. Dann hab nicht mal ich dem abgekauft. Okay. Gut. Nee, Peter, ich war vielleicht zu lange weg. Nee, brauchst du gar nicht versuchen. Peter, ich war vielleicht zu lange weg, ja. Vielleicht bin ich aus dem... Wo warst denn du? Komm, ey, deine Mutti. Hier hab ich noch 1000. Alter, als wenn ihr alle einfach nachzieht. Alter, ja. Als wenn du halt weißt, Peter Smith. Alter, einen Scheiß weiß ich. Ich hab so unendlich hart geblufft. Peter hat bestimmt auch schon die Schlaflocke angezogen. Ich hatte schon eh Big Blind gesetzt. Ich hatte schon 2000 drin. Hätte einfach rausgehen können before free. Das meintest du damit, wa? Das hättest du machen können, ja. Sag mal, Bram, bevor du jetzt... Wer hat eigentlich angefangen zu erhöhen? Ich glaube, Christian, oder? Ja, dann, äh... Ach mein, Bram, ich wollte dich gerade motivieren. Oh, shit. Zum Folden von Bram kommt mir mal ein kleiner Gag hinterher. Ja. Koshi. Äh, äh, kommen zwei Schornsteinfeger in die Bar, sagt, der Wirt geht aufs Haus. Alles klar. Ja, Peter Post ist gar nicht so zu lachen. Ähm, der erste Hinweis. Der erste Hinweis. Die deutschen Frauen wurden wesentlich öfter Europameister als die deutschen Männer. Alles klar. Die Männer sind doch viermal? Ich weiß, dass es die gibt. Jay, wie oft wurden die deutschen Männer Meister? 96? 96 Mal. Das letzte Mal, glaube ich. Ja. Wer hat das die Antwort darauf? Auf wie oft sagst du 1996? Wie häufig wurden die... Du bist doch häufig... Wie viele Autos hast du dir gekauft? 2005. Da waren wir damals bei dem Spiel gegen England in der Europameisterschaft, waren wir noch im Schullandheim, und das Golden Goal war ja das letzte, was Oliver Beehoff da reingeknallert hat. Ich glaube, Deutschland hat... Ich bin dir nicht da ehrlich gesagt... Ich hab... Ich bin raus bei dem. Also ich glaube, ich werde das... Wie, du bist raus? Du bist all in! Naja, ich werde aber, glaube ich, raus sein. Ihr habt da keine Ahnung von. Ja, du bist all in, damit du sicher bist. Ja. Aber wir haben keine Ahnung. Ich bin ja nicht sicher. Ich dachte nur, die nächste Frage werde ich noch unwahrscheinlicher richtig haben. Aber du gewinnst doch tendenziell mehr Europameisterschaften als Weltmeisterschaften, oder? Weil die tendenziell alle vier Jahre gespielt werden, oder? Nee, weil die einfacher sind. Da hast du ja nicht international die krassesten, sondern nur... Die Europameisterschaften sind viel schwerer. Zumindest im Männerfußball. Ja, da hast du doch nicht so Wurstländer dazwischen. Aber du hast doch ein Spiel weniger. Aber die Finalspiele der Weltmeisterschaften sind doch... Also ich muss sagen, dieser Tipp, Andi, war insofern hilfreich, dass er mich jetzt dazu bringt, zu folden. Oh, das wollen wir doch alle sehen. Also, ich will nur mal kurz zusammenfassen. Jay is all in. Sepp is all in. Bram ist raus. Peter ist raus. Christian zieht mit. Klar. Das heißt... Die tausend lasse ich mir doch nicht entgehen hier. Wir gehen zum zweiten Hinweis, der ändert jetzt nichts mehr, weil jetzt eh nichts mehr passiert. Der zweite Hinweis. Bisher fanden zwölf Fußball-Europameisterschaften der Frauen statt. Oh shit. Scheiße, ich hätte vielleicht drinnen bleiben können. Dann ist das ein Problem. Okay, dann war ich doch vielleicht gar nicht so scheiße. Dann ist das ein Problem. Was ist getippt? Es kann nichts passieren. Es passiert nichts, weil natürlich Christian es als einziger erhöhen könnte. Also, bringt aber nichts. Das heißt, wir gehen direkt zur Antwort über. Tschüss. Bye-bye. Die Antwort lautet... Achtmal. What? Von zwölf Europameisterschaften haben wir acht gewonnen. Ja. Deutschland ist der Shit. 89, 91, 95, 95, 95. Killt Christian jetzt zwei auf einmal? Oh mein Gott. Das ist nicht unwahrscheinlich. Mich hundertprozentig. Wir kommen... Wahrscheinlich den schlechtesten Tipp von allen. Sepp hat zuletzt erhöht mit seinem... Sehr gut, Christian. Du weißt direkt, was ich fragen will. Sepp sagt... Tschüss. Hätte dreimal gesagt. Tschüss. Ich auch. Ich hab auch dreimal gesagt, Frau. Sepp sagt... Sechsmal. Tschüss. Na, ist schon mal nicht schlecht. Ich weiß, ziemlich gut getippt. Jay sagt... Aber ich glaub nicht. Drei Mal. Was ist das für eine Reihenfolge? Was? Okay, also Christian hat besser gezählt. Ich bin dann auch sieben Mal. Oh! Ach komm, nice. Damit ist Christian am nächsten dran und gewinnt den gesamten Pott von 16.400. Und wir verabschieden uns gleichzeitig von Jay und Sepp. Was? Ich bin davon ausgegangen, dass das erste... Warum hab ich denn im Kopf seit das erst seit 1990 ausgespielt? Europameister ist Deutschland super häufig geworden. Ja, weil das passt doch sogar, oder? Wenn die zwölf Mal war... Ja, fast immer gewonnen. Nee, das wären 60 Jahre. Nee, aber dann ist die alle vier Jahre, die der Frauen... Ah, 84 war die Erstaustragung. Ja, da war ich ja gar nicht so falsch. Alter, Christian... Ja, das wären 24 Jahre. Das passt doch dann fast, wenn die zwischen der Pause war. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja. Gut, ich hab nicht gewusst, dass die acht Titel geholt haben. Krass. Christian, du Sau. Hätten wir uns denn nicht teilen können? Tja. Nee, das war knapp. Aber... Wäre ich ja rausgegangen, hätte ich ja gar nichts gekriegt. Nee. Du musst dich nicht dafür schämen, dass du schlauer bist als der Rest. Ja, richtig starker Play, Junge. Direkt zwei Leute eliminiert, ey. Ja. Das ist... Sehr schön. Also, Christian mit dem Doppelkill hier. Jay und Sepp gleichzeitig raus. Damit ist, äh, Christian aktuell Chipleader 24.300, dann folgt Bram 18.600 und Peter 7.100 auch noch dabei. Treibchen für mich beide. Wer hätte das gedacht? Deutschland war von 95 bis 2013 jedes Mal Europa weiß. Das ist ja voll öde. Ja. Also, voll öde, hallo. Wie der Schumacher unter den, äh, Mannschaften. Ja. Sehr schön. Außer die Zeit bei Mercedes. Ja, gut. Äh, wir wollen natürlich... Ich glaube, es lag nicht am Fahrer. Äh, pfff, 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 pfff. Wir wollen natürlich, äh, unsere Donations nicht außer Acht lassen. Dr. Kommerz, äh, hat eine da gelassen. Einen Gag, den wir leider schon hatten, den hat sich selbst Bram gemerkt. Äh, aber von anonym, mit 5 Euro, Bram. Ja. Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Weiß ich nicht. Dickens. Kugelschreiber. Alles klar. Äh, wir gehen zur nächsten... Warum Fatshaming hier? Okay. Wir gehen zur nächsten Frage über. Äh, eine Frage... Jetzt kann ich ja eure Tipps sehen, ne? Ja. Äh, genau. Wollt ihr noch weiter da bleiben, Jay und Sepp? Jay, das ist keine gute Idee. Ich hab da schlechte Erfahrungen mit. Okay, ich will noch da bleiben. Ja, ich verrat das schon nicht. Ähm, lass ich jetzt nicht ausziehen. Peter ist raus. Mach ich nicht, Nooblike. Denkt dran, ihr könnt, äh, im Baum pflanzen, wenn die Webseite funktioniert. Äh, der Link steht jetzt bestimmt im Chat. Ja, das kann man auch morgen noch oder übermorgen. Also die Seite geht ja länger. Genau. Ihr könnt das auch noch ganz lange machen. Aber wir wollen natürlich jetzt viele Bäume hier pflanzen. Und? Und wir waren ja wirklich vor Ort. Also da ist dann wirklich so ein kleiner... Ich weiß nicht, ob der schwarz oder weiß war, aber da ist so ein kleiner Zettel dran gemacht. Und da steht der Name drauf. Und ich glaub das Datum auch, Sepp, oder? Äh, ja. Ja, ich glaub auch. Also die E-Mail und das steht logischerweise nicht da dran. Aber da steht halt der Name, den ihr eintragt. Ja. Und wie bei Vorname, der steht halt da dran. Und der steht dann da im Arm auch. Dann könnt ihr voll die lustigen Sachen mitmachen. Ja. Nein. Kannst du Witze drauf... Alter, so kurz... Ich weiß nicht, wieviel Zeichen das Ding hat. Ja, Peter, ich weiß. Guter Einstieg. Ja, die Reflexe, ey. Ja, hab ich nicht getroffen. Peter guckt immer, finde ich, so ein bisschen die ganze Zeit... Also dadurch, dass du bei mir im Discord unter Christian bist, guckst du die ganze Zeit so... Du guckst so oft nach oben, guckt Christian. Chip Leader voller Ehrfurcht. So kurze... So kurze Witze könnte man vielleicht da draufschreiben. Wir schauen, ob sich der Chip Leader jetzt vielleicht bei der nächsten Frage ändert. Und diese Frage, da bin ich besonders gespannt drauf. Und ich bin fast ein bisschen traurig, dass Jay jetzt schon raus ist. Ich werd meine Tipps jetzt noch weiterhin geben. Okay. Ähm... Meine guten Tipps. Den Chat mach ich weg. Okay. Den mit der Tata-Bahn, den hätt ich lieber nicht gehabt, Jay. Ja, mal gut. Ich werd mein Knowledge weiter droppen. Äh... Die nächste Frage... Ich muss ein Fetzer da drüber machen. Lautet folgendermaßen. Wie viele Top-10-Singles hatte Freddie Quinn in den deutschen Single-Charts? Ach du Scheiße. Das ist ja übelst random. Wie viele Top-10-Singles? Nee, das stimmt nicht. Das hatten wir schon mal. Das kann sein, dass ihr das schon hattet. Ja, das Problem ist, wir hatten da ein Freddie Quinn schon häufig. Aber die Frage ist, waren dann auch die Top-10-Singles? Ja, bestimmt, oder? Zumindest... Ja, weiß ich nicht alles. Was soll ich mit so einer Frage anfangen? Jetzt mal ehrlich. Er hatte sehr viele. Ja, also ihr wisst doch jetzt seit Jahren, dass ich großer Freddie-Quinn-Fetischist bin. Und da könnt ihr euch doch mal ein bisschen in seine Historie einlesen. Also... Nein! Warum macht der das nicht? Andi, hörst du denn nicht jeden Abend ein Lied von dem Mann? Äh... Nicht nur jeden Abend. Wann ich die höre, sag ich dir aber nicht. Ich sag jetzt aber dem Chat, was ihr geschätzt habt. Und Christian darf anfangen. Ein Sex mit sich selber. Das hab ich nicht gesagt. Das hab ich gesagt. Ich weiß. Wow, ja. Was ist dein Lieblingslied davon? Jugo, komm bald wieder, oder welches, Andi? Ich tag das erst mal. Find ich gut. Ja. Natürlich. Ist das von Freddie-Quinn bestimmt, ne? Ja. Als ob du das nicht weißt. Oder Freddy L. Milonario. Das ist auch ein Lieblingslied von dir, oder? Als wenn du das nicht weißt. Wir gehen zum ersten Hinweis. Ähm... Capital Bra hatte bisher 54 Top-10-Singles in den deutschen Single-Charts. Was ist das für ein Tipp, Andi? Das ist äh... Als Relation. Heißt der wirklich Kapital oder Capital? Kapital. Kapital Bra. Der ist echt Kapital. Kapital. Das H ist lang ausgesprochen. Kapital. Bra. Der Herr Bra. Ja. Heute bisher. So viele. Ich hab mal ne Frage, ja? Ich bin ja bei Mediacontrol und so nicht so richtig drin. Wenn ich auf Platz 9 der Mediacontrol-Charts lande, hab ich damit eine Top-10-Single, richtig? Ja. Einmal in einer Woche reicht. Auf Platz 10 hast du das auch. Ja. Ja. Ja, auf Platz 10 auch. Ja, klar. Okay. Aber hätte das sein können, die so... Nee, du musst die Nummer 1 sein. Die extra Liste der Top-10-Singles. So. Da sind halt 10 Stück drauf. Und wie war Freddie Quinn da drauf, weißt du? Okay. Geist Nummer J. Was ist die Frage? Freddie Quinn spielte in 15 Kinofilmen mit. Boah. Ja. Unter anderem Freddie-Tiere-Sensation. Alter, wie hieß denn nochmal dieser geile... Genau, das könnte der zweite Hinweis sein, aber... Wie hieß denn nochmal der Titelsfilm? Freddie die Gitarre und das mehr ist aber mein Lieblingsfilm. Hit, hit, hit. Nee. Wie, wie? Doch. Irgendwie so... Wie... Wir schauen uns mal den zweiten Hinweis an. Ja. Freddie Quinn befindet sich auf Platz 7 der Künstler... oder Künstlerin mit den meisten Top-10-Singles. Auf Platz 7. Oh, aber Capital Bra ist natürlich viel höher. Ich checke. Okay. Also Peter, du hast auch nicht über 50. Ist Capital Bra in den Top-10... ...der besten Künstler in den Top-10-Singles? Der ist schon krass. Check da mal mit. Okay. Dann denken wir jetzt die Antwort auf und gehen zur letzten Setzrunde. Die Antwort ist... ... aus 26. Und Bra... äh, Peter beginnt. Das heißt, Capital Bra... ...echt erfolgreicher als Freddie Quinn. Freddie Quinn lebt noch? Hallo? Das heißt, Capital Bra muss ja irgendwie Top-3 oder so sein. Alter, der ist 90. Der lebt wirklich noch? So, Alter? Ja, der ist jetzt 90. Ich checke. Können wir den vielleicht irgendwie mal einladen? Zu irgendwas? Capital Bra oder Freddie Quinn? Ich sag einfach Jules Bescheid, der sollte mal anschreiben, dann macht er das. Ja, da kommt er vorbei. Da kannst du dir direkt fragen, ob die mal was zusammen machen wollen, wenn die beide so mega erfolgreich waren in den Charts. Das kann ich mir bei beiden nicht vorstellen. Alter! Boah, ich check auch. Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Okay, dann kommen wir zum Showdown. Wer hat hier zuletzt erhöht? Wisst ihr das noch? Ich. Ja, ich. Und 2 auf 3.000. Ja, ist richtig. Alles klar. Peter sagt... Die richtige Antwort sind 26. Peter sagt 10. Ja! Damit ist Bram näher dran. Und kriegt den ganzen großen von 6.000. Nämlich. Das ist belastend. Die 10 hat mich leider verraten. Ja. Das ist belastend. Sehr schön. Christian ist ja schon rausgegangen, also alles gut. Ich dachte immer fringern. Als erstes war ich bei 11. No joke, weil ich dachte, du machst bestimmt 10. Und dann dachte ich mir, du treutst mich bestimmt. Machst auch 11. Und dann dachte ich mir, vielleicht machst du das aber 12. Und dann bin ich so nach oben gegangen. Dann bist du 14 gekommen. Dann habe ich meine eigenen Gedanken so besiegt, immer höher zu gehen. Er hat 12 genommen. Nein, scheiße. Das hat er vorausgesehen. Er hat 13 genommen. Das war wirklich so. Ich weiß genau, was ich tue. Der ist auf 1, Jungs. Krass. Was? Ja. Der ist auf 1. Der ist der deutsche Künstler mit den meisten Top 10. Krass. Das ist der mit dem Käppi, oder? Das ist der mit der Panda-Maske, genau. Kannst du mir kurz ein Lied von dem anstimmen? Ich dachte, das war Andi. Andi Scheuer? Irgendwas? Ja. Weil der mit Lena Meyer Landgut zusammen ist. Ja. Der sagt mal das bekannteste Lied von dem. Ich geschah wein. Ich geschah wein. Ich geschah wein. Ich geschah wein. 500 PS. 500 PS. Das ist ein Song. Le, Le, Le. K, K, K. Erika. Le, 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 Le. Ist wirklich ein Song? Ja. Echt? Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre ein Joke. Ja, okay, cool. Ach, Peter hat Joke gesagt. Okay, danke. Also, es gibt einige. 500 PS haben wir ein paar gelesen. Nee, der hat Neymar den Song. Neymar. Neymar. Okay, was denn jetzt? Ja. Neymar. Was brennt und rennt über ein Feld? Boah, das wusste ich mal, aber das weiß ich gerade nicht mehr. Ein Kaminchen. Ja, genau, das war's. Von aka Trollface. Guck mal, der wird sehen auch noch wach hier. 500 PS ist von RAF und Bones, ja. Ja, wir haben wirklich so ein bisschen Spaß hier. Von RAF. Genau, die kommen bald wieder, war das. Was hast du nicht der von dem? Der erfolgreichste? RAF nicht eine Terrororganisation gewesen? Ja. Lass uns darüber nicht weiter philosophieren. Wir gehen zur nächsten Frage und ich erhöhe jetzt hier künstlich die Blinds. Und zwar, der Small Blind ist jetzt 2000 und damit ist der Big Blind 4000. Ja. Nur, dass ihr das wisst. Die Frage lautet, wie viele Mitgliedsstaaten hat die NATO? A, U, F. A, U, F. Bip. Boah. Peter, könnt ihr jetzt... Skippen sogar noch. Das ist wieder so eine Sache, wo ich leider keine Ahnung hab. Muss ich, muss ich noch drin bleiben in dem Programm? Nein. Kannst du das nicht machen? Kannst du das nicht machen? Wie oft muss ich jetzt predikten, gehst du einen höher als 10? Tja. Äh, 110. Oh, Junge, ey. Alles andere macht keinen Sinn für Peter. Ach, ich bitte. Oder 101, dann hast du 10 und eine 1 hin dran. Auch gehen. Ich hab das Gefühl, dass ich die Sachen immer viel zu schnell einlogge. Die anderen machen sich so mega die krassen Gedanken und ich mach so... Ja, pass auf. Ich wollte erst eine schnelle Zahl machen, Peter. Ja. Und dann dachte ich mir... Eine schnelle Nummer, also quasi. Ja, und dann dachte ich mir, die NATO, die ist ja wichtig schon mal für die EU. Ja. Soweit sind wir uns ja sicher. So, wie viele Staaten hat die EU plus Amerika und Kanada? War dann so ein zweiter Gedanke, den ich hatte. Ja, und dann kommst du von Höchstin auf Stärkskin. Dann kommst du von Höchstin auf Stärkskin, ja. So sieht aus. Ja, ne, verstehe ich. Wie lange ist Russland da jetzt schon drin? Wie viele haben wir nochmal? So? Irgendwie so. Ja, ich glaub so. Brammen fehlt noch. Ja, ich hab, Entschuldigung. Sehr gut. Das sind die Schätzungen. Peter beginnt. Äh, Big Blind sind 4000. Die müsstest du callen, um mitzugehen. Und ich habe 4100. Und du hast 4100, genau. Und wir wollen ja ein paar Plays sehen hier. Ja. Alles klar, Peter geht mit und wirft noch 100 dazu. Oh, gärna. Also ich bleib ja nicht mit 100 über. Boah, ja doch, da seh ich mich doch erstmal. Zumindest wollen wir die Frage angucken, ne? Die Frage? Für 100. Also, zuerst den weiß ich mein nicht. Könnte Christian hier auch noch mitgeben. Nee, Christian nicht schon rausgehen. Ich find das geil. Lohnt sich nicht mehr. Alles klar. Als ob du die 100 nicht bezahlst. Macht die unter euch aus. Du hättest nur 100 bezahlen. Ich weiß, Peter. Also, ihr beiden seid die Letzten, Peter und Tram. Ich hätte Christian hier noch rausdrücken können vielleicht. Genau, der kann ja nochmal sitzen. Ja gut, dann kann sie sich ja immer noch dagegen entscheiden. Wir gehen jetzt hier also einmal durch. Ja, es ist alles schon getan, sozusagen. Der erste Hinweis wäre gewesen, die NATO wurde im Jahr 1949 mit 12 Mitgliedern gegründet. Da bin ich schon mal drüber. Der zweite Hinweis wäre, das letzte Neumitglied ist seit März 2020 in Nordmazedonien. Okay. Die Antwort lautet 30. Das, äh, oh. Christian ärgert sich gerade. Oh, Peter. Hatte Christian vielleicht 30? Nein. Also, ich hab viel zu viel. Ja, ich hab ja, wie gerade gesagt, hab ich dir ja gesagt, was ich gemacht hab. Ja, du hast halt auch viel zu viel. Peter, zähl doch mal. Nee, eben nicht. Peter, 210. Ich hab 27 EU-Staaten gerechnet plus USA und Kanada. Ach so, ja. Und dann dachte ich mir... Oh, guck mal. Und dann dachte ich mir... Nee, machst du mal ein paar weniger. Tja, wir decken auf. Peter hat zuletzt erhöht. Ist trotzdem näher dran. Ach so, ich sollte auch stehen, ne? Ja, mach das mal. Sehr schön. So kannst du stehen bleiben, Peter. Geiler Buddy. Wir sollten ab sofort unseren Link vom Shop auf unsere T-Shirts drucken lassen. Du solltest, Christian, so wie du gerade in Discord bist, für mich einfach deine rechte Hand auch runternehmen. Ja, und ein bisschen tiefer rutschen. Ja, und ein bisschen tiefer rutschen. Und dann hast du ein Stück nach unten rutschen. Und dann ist Peter´s Körper und du eins. Genau so, ja. Jawohl! Warte. Kann man das überhaupt so sehen im Stream? Nee, aber ich kann's mir gerade zusammenbauen. Das sieht halt bei mir auch komplett anders aus. Ja, warte. Ich baue es zusammen. So. Hier. Ja, das passt. Das ist halt so geil gerade. Ja, ich baue es zusammen. Mir gut. Mir ist reiner. Das ist süß. Christian! Oh Gott! Peter. Ach, schön. Sehr schön. Peter, komm. Einfach die Hose runter. Das ist Christian sein Lümmel. Entschuldigung, können wir das Spiel kurz noch beenden? Ja, wir beenden das Spiel kurz. Peter zuletzt erhöht. Peter sagt 73. Bram sagt die Hälfte der Welt. damit ist Bram näher dran und gewinnt den Pod mit 12.200 und wirft damit Peter raus. Das war ja nicht so gut von mir. Sehr schön. Du hast mehr als 12 getippt. Ja, das stimmt. Also, alles gut. Sagst du mir, wie viel du hattest? 32. Ich hab gedacht, ich hätte viel mehr. Für einen kleinen Honi. Ich dachte, das wären so 40 oder so gewesen. Irgendwie 42. Und bin dann noch rausgegangen. Weil ich dachte, mir schon relativ nah dran ist. Also, Lord of Fragments hat noch eine kleine Side-Info hier dagelassen. Oh, danke schön, Dalum. Hallo. Das ist perfekt eigentlich, weil wir sind heute die ganze Zeit voller schlechter Witze zugebombt worden. Und da kommt ihr genau richtig. Genau, ich kann euch jetzt zum Beispiel hier mal eine schöne Information dalassen. Wusstet ihr, dass es mehr Flugzeuge im Wasser gibt als U-Boote im Himmel? Ah, okay, danke. Das hat uns Lord of Perfords hier mitgeteilt. Beispielsweise. Wow. Und alle wieder weg. Ja. Direkt. Bin ich hier richtig? Inzidenz installiert, ey. Bin ich hier richtig? Fragezeichen. Das fragen sich wahrscheinlich auch einige, die jetzt dazugekommen sind. Hat auch 5 Euro dagelassen. Hey, Bram. Ja. Was ist schlimmer als diese Witze? Welche Witze? Richtig, Christian. Sehr schön. Ja! Oh, was? Wir gehen zur nächsten Frage. Wir spielen hier Quizpoker an alle diejenigen. Ja, du, ich hoffe, es war alles cool bei dir und du hast einen schönen Abend. Ja. Und ich hoffe, wir können auch deinen Zuschauerinnen und Zuschauern, die noch da sind, jetzt vielleicht auch noch ein paar beglückende Minuten bringen. Oder ist das jetzt die letzte Frage? Wir werden es sehen. Ich erhöhe noch mal die Blinds. Eben waren es 2.000 und 4.000, jetzt machen wir 3.000 und 6.000. Das ist dann aber eilig, nachdem weißt du die ersten 20 Fragen. Ja, guck mal, wir spielen jetzt hier ja auch schon lange. Fragen wir, wie viele Fragen hat Anni wohl noch? Wie oft? Anni hat nicht mehr so viele. Alles gut, alles gut. Ja, im Endeffekt, ansonsten geht er für hinten mal 10.000 oder so. Wir gehen zur nächsten Frage. Nur noch, äh. Ach du Scheiße. Ach du verdammte. Okay, was hab ich eben gesagt, 3.000 und 6.000, ne? Das machen wir mal so, einmal kurz. Und die Frage lautet, laut EU-Verordnung, EG, Nummer 509, 2006 oder 2006, Ziffer 3.5 darf eine Pizza Napolitaner welchen Durchmesser höchstens haben in Zentimetern? Da hätt ich ne Frage zu, heißt das nicht? Neapolitaner. Napolitaner, oder? Echt? Lieber Chat, also was ihr sagt, dann das Gegenteil. Ah ne, das ist ja Napoli, oder? Ne, Apoli. Napoli gibt's ja. Napoli ist halt auf Italienisch dann, oder? Das passt an Napoli. Da hab ich mich gesehen, sehr schnell sogar, Christian. Bram hat auf seine Tastatur gehauen. Also nicht, äh, höchstens und höchstens. Ja, warum nicht auf die Tastatur gehauen? Ich hab's gesehen, wie deine Hand so zur Seite weggegangen ist. Also einmal, boop. Naja. Decke. Bram checkt. Achso, stimmt's ja, ist ja logisch. Boah. Eieiei. Christian, wir müssen halt jetzt nicht in einer Runde ausspülen. Schade. Nicht in der, meinst du? Ich war gerade im Überlegen. Christian, Colt, Bram könnte jetzt nochmal, aber möchtest du, oder? Ne, ich hätte gern. Der hat schon gecheckt, bevor der überhaupt dran war. Ja, das war, war nicht in Ordnung, genau. Äh, der erste Hinweis. Der erste Hinweis. Die Tiefe eines normalen Billy-Bücherregals wäre geringer, die Tiefe eines größeren Billy-Regals höher als die gesuchte Zahl. Also, Sepp könnte euch das jetzt eventuell so ein bisschen einschätzen. Ich weiß nicht. Könnte ich auch. Ich muss nur mal kurz hier zu dem Regal, was direkt hier hinter mir steht. Ja, könntest du mal ein bisschen rummessen. Äh. Ich checke. Alles klar. Ich habe die leider nicht so viel aufgebaut. Ich habe die mehr. Ich gehe da mit Christian und mache mal ein Checkerino. Größer. Oder wie größer. Alles klar. Dann kommen wir zum zweiten Hinweis. Addiert man 15 Zentimeter auf die von mir ja böse besungene Zahl, erhält man die korrekte Antwort. Das ist mal ein Hinweis. Das ist ja... Was hat denn mir ja böse gesungen? Das müsste man dafür wissen. 5,70 Meter! Lalalala! Lass nicht über das Lied reden. Naja, nie im Leben, kleiner Peter. Habe ich auch gerade daran gedacht. Aber ist es das? Weiß ich nicht. Christian, setz 6.000. Wird Arsch weit weg. Ich weiß nicht, hast du das 10 Zentimeter-Pizza oder was? Deswegen, das war 6k, gehe ich nicht mehr mit. Ich dachte, wenn es eine Verordnung gibt für eine Pizza, die Napoletana heißt, war ich mir erst nicht sicher, ob die wirklich eine gemacht haben für den Belag. Ich dachte, das wäre vielleicht diese kleine, ovale Form. Pikulinis quasi oder was? Ja, sowas in der Richtung. Ach, die Schiffchen? Nee, nee. Also da bist du doch die, weißt du wirklich, wo du siehst, die sind handgemacht, weil die nicht so exakt rund sind, sondern diese richtig großen sind das. Ja, die haben auch folgende Größe, zumindest höchstens laut EU-Verordnung. Und zwar sind das 35 Zentimeter. Was denn die Größe heißt? Wie heißt die dann? Dann ist das illegal. Dann kommt Eurofront direkt. Leute, wenn ihr nächstes Mal Pizza bestellt, bietet euch Napoletana Pizza an. Messt mal alle nach. Also Christian, möchtest du aufdecken oder möchtest du es für dich behalten? Ich behalte es für mich. Alles klar. 18.000 aus dem Pott gehen direkt zu dir, denn du bist der Letzte, der noch dabei ist. Das sieht nicht so gut aus. Ich glaube, der hätte ich gefoppt. Sehr schön. Also, Christian, wieder Chip-Leader, 26.300. Brammen, 23.700. Und sollen wir direkt weitergehen zur nächsten Frage? Können wir von mir aus gerne machen. Es sei denn, du hast natürlich noch einen guten Witz. Immer mal. Ich hätte noch einen Witz. Wenn ihr wollt. Ich bin ready. Abram, Kobi, schreibt das. A fragt, was machen sie beruflich? B sagt, ich studiere dual. Fragt A, haben sie mich gerade Aal genannt? Wow. Geht's? Ich weiß nicht, ob das an der Uhrzeit liegt, aber ... Oh, Mann, ey. Okay, der war ... Okay. Wie war denn der dafür gekriegt? Auch noch ... Fünf Euro. Gamer-Holic, auch noch fünf Euro. Abram, ein Schaf, eine Trommel und eine Schlange fallen von der Klippe. War dumm. So, ganz ehrlich, können wir das, ey, Bram, nicht einfach mal wegnachsen? Nein, das gehört dazu. Weil das so mit so einem nervigen Unterton kommt. Das gehört dazu. Ey, Bram, ich kann mir richtig vorstellen, wie jeder einzelne Zuschauer sagt. Ey, Leute, Bram streamt ja morgen, ne? Ja, Bram. Also, man sieht halt im Augenwinkel trotzdem. Nö. Ja, ja, ja. Ihr seht den Chat. Wir gehen direkt weiter zur nächsten Frage. Ich erhöhe noch mal die Blinds. Wir hatten eben 3.000 und 6.000, jetzt machen wir 4.000 und 8.000. Ach so, ja. Ja. Jetzt gehen wir mal in großen Schritten. Wir nähern uns dem Fragenende. Ja, wir müssen auch mal zum Ende kommen hier. Ja, ist alles cool. Die nächste Frage, wir machen hier gleich mal, warte mal, 4.000 und 8.000. Und die Frage lautet, in welchem Jahr wurde der Bau der Golden Gate Bridge in San Francisco fertiggestellt? Das wurde uns gesagt, als wir auf dem Schiff waren, Jay, und uns das angehört haben. Ja, 2023 war das, die Antwort. Okay, kann ich mich noch genau daran erinnern, als wenn es gestern gewesen wäre. Ich glaube, deine Erinnerung ist ganz schön beschissen. Nee, nee, doch, doch, doch. Das ist genau da, als wir gerade an Alcazone vorbeigefahren sind. Ja. So. Ja, wer fängt an? Bram fängt an. Ja, Bram ist was. Ja, irgendwie so. Komm, lassen wir die Zahl so stehen. Ja, 1713 ist gut. Dann wird die Golden Gate nicht schnell gestellt. 1490 bei mir in Siv. Christian könnte erhöhen. Bram ist mitgegangen. Oder er könnte auch checken. Ich checke. Christian hat natürlich da einen immensen Vorteil. Bei der Frage tatsächlich. Warum gibt es die Golden Gate Bridge Superstars? Darf ich ja jetzt nicht sagen. Vielleicht. Christian erhöht auf 15.000. Die heißt Golden State Warriors. 7.000 reinwerfen. Ja. Da ist der Fold-Button. Die haben die Golden Gate Bridge mit dem Logo. Ganz schön. Die heißen Golden State Warriors, Alter. Hey, das sollte nur Jabe sagen, dass das kein Hinweis ist. Ja, es gibt ganz viele San Francisco-Teams. Das sollte einfach nur heißen. Okay. Die haben die fucking Brücke als Logo und du bist Fan von denen. Ich bin kein Fan von denen. Ich bin nur noch da, um mir Scheiße zu laden. Na ja, nur noch, um Bram rauszubaden. Wir gehen einmal durch. Das Einzige, was ich wirklich... Ja, erster Hinweis wäre, die Tower Bridge in London würde 43 Jahre früher fertiggestellt. Der zweite Hinweis, der 100. Geburtstag der Brücke wurde bisher nicht gefeiert, der 80. aber schon. Die richtige Antwort wäre 1937. Bram, was hast du eingegeben? Ey, Bram! Hab ich schon mal gehört. Also, das Gefühl, weißt du, wie ich... Das kenn ich. Da war ich nicht unangenehm. Ja, komm, Christian, ich muss es sagen. Ja, genau, ist okay. Willst du es sagen, Christian? Nein. Alles klar. Trotzdem kriegst du die 23.000 im Pott. Achso, voll daneben. Bei dir in diesem Moment. 34.300 jetzt für Christian, 15.700 für Brammen. Ähm, hab ich gerade Brammen gesagt? Bonnenwitz, ne? Megagut. Bauer Deluxe, 5 Euro. Ey, Brammen, kommt ein Pferd in einen Blumenladen und fragt, haben Sie Margariten? Ich glaub, der ist so alt, also, den kennen selbst eure Großeltern. Aber der ist gar nicht so kacke. Auch wenn sagt sie, ne, tut mir leid, aber machen Sie nicht so langes Gesicht. Ja. Der Klassiker, ne? Gut. Oder, äh, hier, F43, Buu, kann ich mir wahrscheinlich nicht aussprechen. Äh, Abram. Ja. Abram, achso. Wovon, ich dachte, du wärst eingeschaut. Wovon träumt eine Katze nachts? In der Lichtbruch von Mäusen. Nein, von einem Muskelkater. Wow. Alter. Wir gehen weiter. Die Blinds bleiben weiterhin bei 4.000 und 8.000. Die nächste Frage. Ihr könnt immer noch einen Baum pflanzen, übrigens, falls ihr hier noch was Sinnvolles machen wollt an diesem Abend. Auf der Webseite von Gerolsteiner. Ja, ihr dürft doch gerne nochmal den Chip holen. Da ist der Chip. Ja, da ist doch der Link. Sehr schön. Dankeschön, liebe Mods. Ähm, die nächste Frage. Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich das Hubble-Weltraumteleskop um die Erde? Uh. Die Einheit sind KMH. Hm? Jetzt will ich hier aber mal was sehen, Leute. Ja, was willst du da sehen, Alter? Das ist... Gute Schätzungen. Umrandet die... Umrandet die... Das Hubble-Teleskop am Äquator oder eher dann doch Antarktis? Das ist, glaube ich, sogar gar nicht so eine dumme Frage. Keine Ahnung. Ernsthaft? Das muss doch Arsch-Schnell sein, oder? Keine Ahnung. Als ob ich mal kluge Fragen stellen würde. Clever. Das ist doch total egal. Das ist total egal. Ja, ob die am Äquator vorbeifliegt oder halt an Antarktis und Arktis? Das kommt drauf an, wo du herkommst und wo du hin willst und welche Punkte du so beziehst. Oder meinst du, wenn Hubble gerade zufällig über den Mount Everest fliegt, muss es erst nochmal 8000 Meter in die Höhe steigen, oder was? Nein, die Frage war nicht klug, sagt Paul Pausen. Ne, das glaube ich auch nicht. Lassen wir uns einfach mal so dahingestellt. Bram muss sich noch konzentrieren. Ich frage mich gerade, wie könnte man das aus 10 mal? Hubble-Weltraum-Teleskop. Das hier sind die Schätzungen, achso, eigentlich fängt Christian an, genau. Achso, okay. Ja. Check trotzdem. Check trotzdem. Alles klar. Der erste Hinweis lautet, es ist ungefähr 610-fach schneller als die Spitzengeschwindigkeit von Usain Bolt. Boah, wie ging denn nochmal Malrechnung auf Blatt Papier, Alter? Ja, aber Moment. Du musst einen Punkt zwischen die Zahlen machen. Keine Ahnung. Das kann man zumindest sich errechnen. Das kann man errechnen. Das kann man errechnen, ja. Ich glaube, Usain Bolt ist mittlerweile nicht mehr so schnell. Echt? Der ist doch nicht mehr, der ist doch, der ist doch, der ist doch, der ist doch in Ruhestand. Da wird auch nicht losvermeidest du. Das ist dann checkt. Brammen könnte auch checken. Wir dran, wa? Ja. Da könntest du auch rausgehen. Ja. Ich meine, ich habe gelesen, wie schnell Usain Bolt war. Das ist ein Netflix-Doku. Und deswegen gehe ich all in. Okay. Ich auch fahre auf. Auch wenn ich mich erst dreimal verrechnet habe. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber dann... ...hab ich gemerkt. Kann nichts machen, Andi. Au. Tut mir leid. Bin trotzdem noch dran. Hast du von Anfang an so hochgetippt? Jetzt zu wissen, dass das sehr, sehr viel ist. Natürlich gut. Du hast von Anfang an so hochgetippt. Gute Frage. Christian called, dass Bram is all in. Das heißt, weiter geht hier nichts mehr. Der zweite Hinweis, den schauen wir uns trotzdem noch an. Der da lautet. Die Distanz der Luftlinie zwischen Berlin und Hamburg würde das Teleskop in knapp 34 Sekunden zurücklegen. Auch so ist das Hinweis zweimal schlechter als der erste. Das stimmt. Die richtige Antwort lautet. 27.300 Stunden. Stundenkilometer. Das ist schnell. Der letzte Race kam von Brammen. Das heißt, wir gehen jetzt in den Showdown. Brammen sagt... ...25.007 kam da. Was? Christian sagt 12.000 kam da. Hey, du musst meinen gar nicht zeigen. Doch. Doch, beim Showdown? Beim Showdown schon. Nee, ich bin da nicht all in gegangen. Ja, gut. Da haben wir zwar so gesagt, egal. Jetzt haben wir es alle gesehen. Christian recht. 31.400 gehen damit auf das Konto. Alter, Bram. Wie tier. Oder hat es doch immer beide auflegen, oder nicht? Mega. Tatsächlich muss es, glaube ich, der andere da nicht unbedingt. Er kann auch wegwerfen, wenn er sagt, er macht eh keinen Sinn. Ja. Wow. Gut. Sehr schön. Und ganz ehrlich, bei Usain Bolt, ich dachte mir, Usain Bolt ist bestimmt 40 kmh gerannt. Ja, so auf ganz kurz. Und dann war ich so 2400. Und ich so, bitte nicht. Bitte nicht. Bis mir auch gefallen ist, dass das 40 mal 600 ein paar gequetschte waren. Ja, das passt, ja. Ich habe kurz richtig Schiss. Deswegen war ich dann auch sehr confident danach. Ich habe mit Haaland's 38 kmh gerechnet. Ja, aber das Rechnen bringt ja danach, wenn du eh schon alle wissen. Ja, danach natürlich nix. Das stimmt wohl. Wenn du die Zahl nicht mehr ändern kannst. Das stimmt wohl. Bei Texas Hold'em muss aufgedeckt werden. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn der Chat das sagt, es muss nicht aufgedeckt werden, also Christian, tu beleid. Ich bin auch der Meinung, dass Christian da noch hätte sagen können, nee, er hat gewonnen. Ach, alles nicht zeigen. Ja. Egal. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich erhöhe nochmal die Blinds. Small Blind ist 5000. Nicht so, dass wir um 5 Millionen Dollar spielen oder so. Genau. Small Blind ist 5000. Big Blind ist 10. Direkt all in gehen. Und Bram. Warum das denn? Dann kannst du ja gar nicht mehr sehen. Welches Werkzeug hat die besten Ideen? Ja, Hammer. Richtig, der Vorschlaghammer. Das war Weber grillt 5 Euro wert. Wir gehen zur nächsten Frage. Ist es vielleicht die letzte? Mal schauen. Und die lautet folgendermaßen. Wie viele Stunden Videomaterial laden Nutzer pro Minute auf YouTube hoch? Das hatten wir auch schon mal. Das hatten wir auch schon mal, ja. Das ändert sich natürlich auch immer wieder. Von wann ist denn die Zahl? Die ist das Aktuellste, was ich gefunden habe. Mhm. Mhm. Ich weiß ja nicht, ob ihr hier Insider-Informationen habt als erfolgreiche, prominentige Türen. Wir müssen da ganz kurz mal... Pro 10 Minuten eine 15-Minuten-Folge, oder? Ja, ein bisschen mehr. Ich sag zwei. Das wird wieder wild gerechnet. Naja, ich muss nur gucken, wobei das keiner da macht. Okay. Danke schön. Wollte ich gerade aussagen. Geschenkte Subs. 20 Stück. Und die beiden überlegen noch. Pro Minute. Genau. Pro Minute. Wie viele Stunden Videomaterial pro Minute. Alle 5 Minuten, 10 Minuten Video hatte ich eben schon im Chat gesehen. Okay. Wir haben die Antworten, beziehungsweise die Schätzungen der beiden. Und, äh, in dem Fall fängt, äh, Brammen an und nicht Christian. Und call dich direkt. Direkt. Alles klar. Der erste Hinweis. Statistisch wird pro Minute mehr als sechs Mal die komplette Serie How I Met Your Mother hochgeladen. Ach du Scheiße. Wie viele Staffeln? Wie viele Staffeln? Wie viele Staffeln? Wie viele Staffeln und wie viele Folgen? Ja, genau. War das How I Met Your Mother? Ja. Oder war das, nee, Scrubs war das, ne? Wie viele Staffeln? Ja, das selber unsicher. Aber How I Met Your Mother war auch dabei. Müssten wir mal wissen, was wir überlegen. wie lange da noch mal die Folgen gingen. Was? Ich checke. Sechsmal. Oh, ja. Sechsmal. Check trotzdem. Das hast du auch schon. Das hast du auch schon. Ja. Also der Stand ist übrigens vom 24. April diesen Jahres. Und der kommt von offizieller Seite. Also... Find das so nice, ey. Ich muss glaube ich nochmal für die nächste Quiz Poker Runde muss ich mir nochmal multiplizieren und dividieren. Per Null. Per Handschrift. Der zweite Hinweis. Würde man das gesamte Leben eines 30-jährigen Menschen komplett filmen, wären diese Aufnahmen analog in gut neun Stunden hochgeladen. Ich verstehe den Hinweis nicht mal. Du filmst das gesamte Leben eines 30-jährigen Menschen von Anfang bis Ende komplett und lädst das auf YouTube. Und wenn du so schnell wärst, wie aktuell hochgeladen wird, bräuchtest du dafür neun Stunden. Alter, das sind Mathe-Abi-Aufgaben, die du da gerade von den Leuten verlangst. Das ist halt wirklich so. Also ich frage es jetzt. Filme ich jetzt einfach nur das Leben eines 30-Jährigen? Dann ist das doch okay. Ich glaube, wir haben einfach zu viele Witze am Abend schon gehabt. Bild das integral, dann weißt du es. Und den weg, du Junge. Es ist ein guter Hinweis, lieber Chat. Das sind beides Hinweise, die du rechnen kannst. Also das ist schon besser als hier... Ich checke. Die Strecke von Lübeck nach Frankreich, oder was? Das hab ich nicht verstanden. Wie noch waren die Blinds? 5.000 und 10.000. Und du bist Big Blind. Also bisher habt ihr... nicht so viel gemacht. Christian erhöht. Das heißt, Bram müsste auch nochmal 3.600 reinwerfen. Ja, komm. Was tut er sonst? Danach können wir da eine Runde spielen. Die Antwort lautet... Ist von offizieller Seite. Aus dem April diesen Jahres. Die Antwort lautet... 500 Stunden. Alter... Das ist so irre, ne? 500 Stunden jede Minute. Das ist so krass. Okay. Bram scheint... Entweder genau getroffen zu haben, oder... Warum hast du dich in der Einheit vertan? Ich checke. Warum hast du dich in der Einheit vertan? Pass auf. Er hat nicht in Stunden, sondern in Minuten angegeben, oder so. Ihr Bram hat ja schon gecheckt, ne? Ja. Ich hab schon gecheckt. Dann hab ich das alles... bisher... Es gab doch 24 Folgen... oder 22 Folgen und 9 Staffeln. Ja. Ja, aber es ist 9 Staffeln How I Met Your Mother. Ich hab auch 9 Staffeln. Ich bin dann bei ungefähr 650 Stunden gelandet mit der How I Met Your Mother Geschichte. Und wie viel hast du angegeben? Bram hat gecheckt, ne? Ich checke auch. Ah, gecheckt. Alles klar. Ja, weil ich bin viel zu hoch, Alter. Dass du dich gerade so kaputt gelacht hast, das macht mich ein bisschen kirre, weil ich hab... Ich hab viel, viel zu viel. Hab auch leicht... Ich sag ja... Ich bin vielleicht ticken zu weit nach oben. Ja, es gab 9 Staffeln How I Met Your Mother. Wir kommen zum Showdown. Christian war der Letzte, der erhöht hat. Deswegen werde ich Christian auch zuerst aufdecken. Die richtige Antwort sind 500 Stunden pro Minute. Christian sagt... 4.500 Stunden pro Minute. Oh, ist er noch nah dran? Bram ist noch... Genau, Christian ist relativ nah dran, denn Bram sagt 42.009 Stunden pro Minute. Oh, okay. Alter, ich hab strax gehabt. Das heißt, der 27.000... Das war ja nicht mal mit Minute noch. Also, da kannst du ja nicht mal mehr erklären. Nee, ich weiß auch nicht, wenn da drauf kam. Wurden irgendwann mal mehr anguckt. Ja, der 24-jährige Mensch könnte man in 9 Stunden hochladen. Aber es ging ja um die Minute. Also dachte ich mir, okay, also 9 Stunden... Also, wie hab ich denn in Minuten umgerechnet? Mal 30... Das passt irgendwie alles nicht. Ja, also... Das sind mehrere Rechnungen hintereinander. Kannst ja nicht einfach so einen Kopf in 50 Sekunden da rausrechnen. 27.200 sind also auf das Konto von Christian gegangen. Und ich erhöhe jetzt nochmal die Blinds. Jetzt machen wir, ich würde sagen, 6.000 und 12.000. Und der Big Blind ist jetzt nämlich auch Bram. Seid ihr bereit? Ja. Ja. Alles klar. Auch ohne Bram. Wie viel wiegt ein Ei der Größe M in Deutschland maximal in Gramm? Das musste ich mal lernen. Fuck. Das mussten wir jetzt vor kurzem erst messen. What? What? Also, ich hab auch da was im Kopf, dass wir uns die Tabelle irgendwie mal angeguckt haben. Oder hab ich das privat gemacht? Sepp kriegt gerade... Ihr macht also so viel. Wir hatten gerade irgendwo... Sepp kriegt gerade richtig Flashbacks von Dr. Ogun Dare. Wir hatten irgendwas... Wo haben wir das... Warte mal, wo haben wir das denn gemessen? Ich hatte mich verpasst. Was haben wir denn da gemacht? Ich weiß nicht, Bram, wo du deine Eier gemessen hast. Nee, nicht ich. Wo hat man denn das Ei gemessen? Ja, mir ging es nach... War das bei Pizza? Mir kocht in einem Reakt oder so. Da hat irgendwo drüber gequatscht. Das war... Das ist aber schon ein bisschen her. Auf jeden Fall hab ich das Gefühl. Ich weiß noch, dass das deutlich schwerer war, als ich mir das dachte. Ja dann... 46.000. Maximal Größe M in Deutschland ein Ei. In Gramme. Okay, ich hab... Bin drin. Beide haben ihre Schätzungen abgegeben. Die sehen so aus und Christian beginnt. Achso, ja stimmt. Ich warte gerade die ganze Zeit auf den Hinweis. Äh... Ich... Ich muss ja eh 6.000 setzen. Da hat keiner einen Vorteil, glaube ich, Christian. Christian geht mit. Bram könnte erhöhen oder bleiben. Checken. Könnte auch rausgehen. Macht aber nicht so viel Sinn. Gibt es eigentlich auch Straußeneier der Größe M? Stimmt. Geil ist, ich hab auf meiner Packung, also ohne dass er jetzt einen Bezug zu der Grammzahl hat, aber ich hab da nicht gefunden, dass das die Größe ist oder so. Hab ich letztens noch drauf. Also mir auf der Packung steht auch Safe mit drauf. Dann hab ich auf dem Ei geguckt, weil da ja diese ganzen Nummern drauf sind. Da stand aber halt nur die Haltung und der Betriebs- und so ein Quark. Bram checkt das. Bram checkt. Und wir kommen zum ersten Hinweis. Wäre das Ei komplett aus Gold, wäre es ungefähr 3.100 Euro wert. Wer jetzt den Goldpreis kennt, ungefähr. Vielleicht ja Christian. Ach doch. Ja. Erhöht auf. Geht natürlich all in. 7.800 und setzt damit... Geht natürlich all in. Das wird hoffentlich einfach so ein 50-50 Ding. Dann gehen wir jetzt mal weiterhin durch. Der zweite Hinweis lautet... Eine normale Tafel Schokolade wiegt mehr. Wow. Ja, gut, okay. Das ist gut. Zwei. Kriegen so viel. War meine Antwort. Die Antwort, die korrekte Antwort, lautet... 63 Gramm. Bram ist all in. Christian ist noch drin. Ich habe das Gefühl, dass sich beide freuen gerade. Ich bin doch ganz... Alter, wenn du jetzt wieder von der anderen Seite kommst, dann... Was heißt von der anderen Seite? Vielleicht liege ich ja drüber. Also ich... Ich liege drüber. Ich liege drunter. Habe ich mir fast gedacht. Christian war der Letzte, der erhöht hat. Ich habe nicht die 69 gemacht. 63 ist die Antwort. Christian hat nicht die 69 gemacht, sondern ist auf die 68 gegangen. Bram sagt 51. Damit hat Christian gewonnen. Diese Runde. Und damit auch den kompletten Abend. G, G. Fuckin G, Herr Stachel. Einfach stark gespielt von Christian, ey. Herzlichen Glückwunsch, Chris. Dankeschön. War schön. Verdient gewonnen. Danke, Jay, nochmal. Ohne dich wäre ich nicht so lange dabei gewesen. War die längste Runde, die wir ever hatten. Selbst die, die bei Sepp im Wohnzimmer hat nicht so lange gedauert. Stimmt. Sehr schön. Diesmal sind auch keine 50 auf der Strecke geblieben, sondern Christian hat die gesamten 50.000 Chips für sich erspielt. Alter. Ähm. Herzlichen Glückwunsch, auf jeden Fall. Äh. Bram ist pleite. Chris Ultra ist genau in den Chat, äh. Und, äh. Richtig gut. Die ganze Zeit stark gewesen, ja. Ja. Ähm. Ja, morgen geht's um halb neun weiter. Nee, viertel vor neun geht's weiter. Halb neun ist zu früh. Oh. Jetzt haben wir es schon zu lang gemacht. Ich hab den Plan auch schon auf Instagram gepostet. Und auf Twitter poste ich den jetzt auch noch für morgen. Es soll übrigens ein bisschen verbuggt sein. Das ist mir egal. Ich will auf jeden Fall mit euch testen, ob man bei Portal einen eigenen Server machen kann, wo wir dann Shit mit der Kuh nicht machen können. Oh, selber Quatsch machen. Ja. Das wird 100 Pro nicht funktionieren am Launch-Tag, aber ist mir egal. Auch auf Battlefield. Also, bevor wir jetzt über morgen quatschen. Erstmal vielen Dank an alle fürs Zuschauen und auch an die Mods, dass ihr so lange dabei wart und hier den Chat sauber gehalten habt. Vielen Dank auf jeden Fall. Dankeschön vielmals. Dankeschön auch an Gerold Steiner, die, äh, uns hier mit, äh, Fragen versorgt haben und uns auch ein bisschen, äh, ja, gelehrt haben, was es, äh, zum Beispiel, was es mit Aufforstung zu tun hat, warum ein Mischwald gut ist und, äh, sonst noch alles. 9000 Bäume. 9000 Bäume haben wir jetzt. Ihr könnt, genau, ihr könnt weiterhin Bäume pflanzen über den Link, den ihr auf, äh, bei wie viel sind wir gestartet? Social-Media-Seiten seht und... What? Das heißt, wir haben jetzt, wir haben jetzt 3.000 Bäume gepflanzt innerhalb. Das heißt, es ist 3.000 dazugekommen heute. Heftig. Ja, aber jetzt können wir ja noch mal alle auf den Link klicken, oder? Ja, dann ist die Seite zwar wahrscheinlich wieder da. Ihr habt noch genug Zeit. Also, ihr könnt da auch morgen noch draufklicken oder übermorgen. Ähm, alles cool. Ähm, ja, und, äh, wir haben natürlich noch superviele Donations hier offen, äh, die alle, äh, Bram belustigen wollen. Die können jetzt alle wirklich, also, das sind so viele. Es sind bestimmt noch 30 Stück, die kann ich nicht alle vorlesen. Zum Beispiel, äh... Aber ganz herzlichen Dank dafür. Ja, also, die werden bestimmt, äh, wenn ihr morgen, äh, irgendwie in den, in den sehr langen Stream guckt, äh, bei Bram oder wem auch immer, werden bestimmt noch ein paar vorgelesen, so viele wie das waren. Hahaha, nein. Hahaha, nein. Äh, zum Beispiel ist da jemanden, der Bram die vorliest, weißt du, wenn du die, wenn du vorm Rechner sitzt und du liest die quasi im Text, dann ist das nicht so lustig, als wenn die jemand sagt. Ja, vielleicht müssen wir doch Microsoft zählen mal hier, äh, irgendwie Windows, Voice-to, Chat-to-Voice oder so was. Das stimmt, das könnte man ja easy einrichten. Chat-to-Voice, ja. Ja. Klingt nach der Top-Idee. Pfff. Also, zum Beispiel Mr. Tollpatsch hier, Burning Games, Wolfi hat noch donated, ähm, Berti, Manuel. Text-to-Speech. Hey Brammen hat auch noch donated, äh. Danke. Berti Gold, PC-Zockerman, Andi, das war nicht ich, Janik, äh, Rudi Rüssel, Peppi hat auch noch mal, also ganz, ganz viele, äh, vielen, vielen Dank, ihr werdet bestimmt noch, äh, ein würdiges, äh, würdige Erwähnung finden, ähm, für eure ganzen Witze, ja. Äh, wie gesagt, nochmal danke fürs Zuschauen, danke an Gerold Steiner, schaut auf dem Link vorbei und, äh, dann morgen ab viertel vor neun, äh, bei dem sehr langen Stream, wenn Christian beginnt, auf Social Media seht ihr, wer wann was streamt. Also, den Plan hat Peter gepostet, ähm. Genau. Ja, kann sich natürlich noch entwickeln alles, ne. So, grob von, von neun bis 14 Uhr bin ich da, danach kommt Peter, dann ist Bram dann Jay am Start, Peter ist, glaub ich, Forza Dark Souls 2, Bram, COD und Jay. Oder auch Battlefield, je nachdem, wie ich's halt finde, ne. Ja. Wenn Battlefield morgen ab neun Uhr gar nicht funktionieren sollte, aus welchen Gründen auch immer, haben wir auch immer noch eine Tankstelle, die wir, äh, laufen lassen müssen. Naja. Sehr gut. Äh, sollen wir noch jemanden raiden? Ja. 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 Das war ... Das müsst ihr machen, weil ich kann das nicht. Warte mal, ist heute ... Ne, heute ist es noch nicht, oder? Äh ... Es ist noch heute. Äh ... Äh ... Ne, das ist heute. Heute ist noch nicht gut für die Welt. Okay, ich bin für Florentin Will. Oh, ne. Oh! Ja. Guck mal, ich will, ich wusste nämlich, dass Andi ein Fan ist. Ja. Der, da kann man ja mal Hallo sagen. Genau. Seitdem die Bohnen jetzt hier alle selber streamen, kann man ja, hat man jetzt ja die volle Auswahl. Ihr könnt ja mal ein A Florentin im Chat lassen. Ja. Ein paar Witze. Da freut er sich. Das ist ein lustiger Typ. Ja. Der freut sich über ein paar schlechte Witze. Ich weiß gar nicht, ob der weiß, was ein Raid ist. Wow. Alles Bots. Andi, du darfst dann ansagen, wann ich drücke. Ja, äh, also, äh, danke, äh, für die ganzen Donations fürs Zuschauen. An Gerolsteiner, an die Mods, an's ... an euch alle. Danke, Andi. Wie auch immer. Genau. Hashtag Antilopen. Äh, vielen, vielen Dank. Antilopen, Andi. Bis zum nächsten Mal. Und, äh, du darfst jetzt. Tschüss. Tschüss. Tschüss.